Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi. Was war's? Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin super aufgeregt, denn heute kommt ein krasses Video online. Meine XXL Lidschattenpalettensammlung. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich denke, ich werde auch einiges geklattern und ich werde auch gleich die Ansicht wechseln, sodass ihr auch die Lidschattenpaletten in groß vor mir seht. Ihr seht es wahrscheinlich und hört es wahrscheinlich auch. Ich filme mit meiner Vlogging-Kamera und nicht mit meiner ganz normalen Spiegelreflex, einfach weil das einfacher ist. Und der Ton, glaube ich, auch besser ist, wenn ich dann quasi von hinten da rein spreche. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze so wird. Ich habe Stand jetzt, keine Ahnung, 300 Lidschattenpaletten? 250? Ich weiß es nicht. Die Paletten, die es noch gibt, verlinke ich euch unten in der Infobox. Sofern ich dazu einen Code oder sonst was habe, steht es auch in der Infobox. Aber ich werde es jetzt hier nicht explizit sagen. Hier geht es tatsächlich einfach um die Sammlung. Und ja, das ist tatsächlich heute auch mein Geburtstag. Yay! Ich werde 35 und ja, das ist tatsächlich auch so ein kleines Geschenk von mir an euch an meinem Geburtstag, dass ich dieses mega angefragte und krasse Video endlich erstelle und hochlade. Los geht's! Vorher möchte ich euch aber diesen Anblick nicht vorenthalten. Ich habe das Ganze hier in einem Billy-Regal aufgestellt. Das ist auch so ein bisschen Bücher-Regal-technisch. Und das Ganze geht dann bis zu dieser Etage. Die unterste Etage ist für Facepaletten. Dazu wird es auch noch ein separates Video geben. Ja, es sieht wunderschön aus. Und jeder, der hier ins Zimmer reinkommt, sagt, ach, guck mal, Bücher. Ne, Lidschattenpaletten. Und bevor es losgeht, Entschuldigung, noch ein kleiner Disclaimer. Das hier ist mein Job. Also es ist mein Job, dass ich Beauty teste und reviewe, dass ich mit euch zusammen auch irgendwie herausfinde, was richtig gute Produkte sind, welche Produkte man sich besser sparen sollte, welche Produkte vielleicht vergleichbar zueinander sind. Dafür bin ich da. Und deswegen ist es halt auch so eine Masse. Ich habe vor ein paar Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich auch irgendwann gewachsen. Das ist nicht normal. Es ist nicht so, dass ihr euch daran ein Beispiel nehmen solltet. Es ist halt einfach meine Passion. Und ich mache es unheimlich gerne. Und ja, genau. Es macht mir einfach Freude. Also seid bitte sehr freundlich in den Kommentaren. Und ja, seid nachsichtig mit mir. Da ich auch ein sehr, sagen wir mal, monkiger Mensch bin, habe ich meine Lidschattenpaletten auch alphabetisch sortiert. Und ja, genau. Ich starte hier einfach mal mit einem relativ neuen Neuzugang. Ich meine, dass ich diese Palette auch mal mit euch zusammen in einem Live getestet habe. Das ist von Adept Cosmetics die Lidschattenpalette. Ich habe vergessen, wie die heißt. Also ja, oh mein Gott. Wir haben hier unglaublich viele Duochromes drin. Das ist eine Firma, die so ein bisschen Indie-Brand mäßig ist. Dementsprechend haben wir hier eine richtig krass hohe Qualität. Der Preis ist aber natürlich auch jetzt nicht so unglaublich klein. Ich glaube, die hat 90 Euro gekostet. Ich kann euch ja auch bei den Paletten den ein oder anderen Ton einfach mal swatchen. Es ist eine große Liebe hier mit uns. Das ist wirklich so, dass ich diese ganzen Geschichten, die ich euch heute zeige, sehr, sehr gerne mag. Und genau, da schauen wir uns einfach mal einen Ton an. Das ist einfach elegant. Mann, 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 Mann. Manchmal sitze ich auch hier oben und swatch einfach nur in meinen Lidschattenpaletten rum. Dieser Shift ist wundervoll. Und das sind hier oben fast alles sind eigentlich, ja, das sind alles Duochromes. Ihr bekommt solche Paletten zum Beispiel bei Moniolib. Ich weiß nicht. Die hatten jetzt letztens auch so ein Restock, ne? Dass die da auch solche Paletten wieder mit reingenommen haben. Und dann schaut gerne mal bei der lieben Peggy vorbei, Morbus Black. Die hat auch, glaube ich, aktuell einen Code. Aber ich wollte ja gar nicht so viel über Codes reden, ne? Egal. Hier habe ich jetzt von Altera Naturkosmetik aus der Drogerie die Eisner Valai Palette. Das ist auch die einzige, die ich von Altera besitze. Sweet as Candy. Und die finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich finde sie aber nicht so super krass, dass ich jetzt sagen würde, ich muss sie unbedingt behalten. Wir haben hier auch sehr schöne Töne drin. Die mattentöne lassen sich sehr schön verblenden. Ich habe hier eigentlich auch jedes Mal, eigentlich eigentlich, einen sehr schönen Look mit geschminkt. Aber sie flasht mich jetzt nicht so ultimativ. Also auch wenn man sich jetzt so solche Töne anguckt, ne? Die sind schon schön gemacht. Und vor allem dadurch, dass wir eine Naturkosmetik Palette haben, war ich davon so mega angetan. Aber ich glaube, dass die jetzt dieses Mal meine Sammlung verlassen wird. Kommen wir zu einem sehr großen Teil. Hier habe ich ganz viel von Anastasia Beverly Hills. Da habe ich Klassiker und neuere Paletten. Da habe ich zum einen hier die Sultry Palette. Die habe ich mal geschenkt gekriegt. Das war eines der ersten Zuschauerpakete, was ich überhaupt bekommen habe. Und Leute, da war ich so zu Tränen gerührt. Und das vollkommen zu Recht. Die ist einfach wunderschön, ne? Genau. Von innen haben wir diese Töne da drin. Das ist eine absolute Krümelpalette. Also gerade so die Schimmertöne, ne? Da muss man definitiv einen Glitterglut drunter tragen, weil die schon sehr weich gepresst sind. Also das ist ja halt so die alte Qualität von Anastasia Beverly Hills von ABH. Aber wenn man die dann aufträgt, das ist einfach richtig geil, ne? Und die bleibt einfach aus sehr emotionalen Gründen. Das ist jetzt keine Palette, wo ich bei den Farben sage, oh mein Gott, niemals vorher gesehen oder so. Aber es ist so eine Oldie-but-Goldie-Palette. Deswegen bleibt die safe. Dann haben wir hier als nächstes die Norwina-Palette. Die habe ich mir relativ spät mal gekauft. Also die habe ich noch gar nicht so Ewigkeiten in meiner Sammlung drin. Man sieht, ich habe jetzt auch noch nicht so super häufig dazu gegriffen. Auch die ist sehr schön. Auch hier haben wir wegen dieser, ja, ich sage mal, Flauschi-Geschichte, die damals bei Anastasia so der Fall war, ne? Halt diese alten Paletten. Da können wir uns ja auch mal den Celestial angucken. Der ist, ah, man muss aufpassen, wenn man da auch mit dem Finger ins Fändchen geht, ne? Man sieht es jetzt auch direkt. Der ist schon so ein bisschen krümeliger unterwegs. Aber wenn man den halt vorsichtig aufträgt und ich sage immer über Kopf schminkt, dann kriegt man da auch echt was Schönes mit hin, ne? Die Frage ist, brauche ich diese Palette noch? Ich glaube nämlich nicht. Nee, das ist tatsächlich nichts, wo mein Herz dran hängt. Ungefähr in dem gleichen Zeitraum hatte ich mir hier diese Palette von Anastasia mit Jackie Aina gekauft. Die habe ich auch verwendet. Da habe ich auch schöne Looks mit geschminkt. Aber irgendwie muss ich gestehen, dass ich da auch gar nicht mehr so super häufig zu gegriffen habe. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob wir noch zusammen unseren Weg fortführen werden. Also, ach, das ist ein wunderschöner Ton, ne? Ja, sie switcht einfach nur Schimmertöne. Ich weiß, ich weiß, ich bin langweilig. Aber ja, es ist eher so ein topper Ton, ne? Trotzdem eigentlich eine wunderschöne Palette. Aber es ist nichts, wofür mein Herz jetzt auch so ultimativ schlägt. Deswegen darf sie mich auch verlassen. Eine relativ neue Palette, die einfach in der Qualität nochmal einen draufgesetzt hat, ist diese hier. Das hier ist die Nouveau-Palette. Und das ist eine von den neueren. Auch hier dieses Packaging mag ich sehr gerne. Das ist so leinenstoffmäßig. Und da drin befinden sich größere Pfändchen. Die Töne krümeln immer noch ein bisschen. Aber nicht mehr so intensiv, wie es damals mal der Fall war, was ich sehr begrüße. Und ja, hier kann man auch sehr schöne Looks mit schminken. Die ist jetzt auch noch nicht so ultimativ oft verwendet worden. Man sieht vor allem, dass ich diesen Wisteria sehr, sehr liebe. Den trage ich eigentlich jedes Mal auf, wenn ich die Palette verwende. Das ist ein wundervoller, hell-lavendel-matter Ton, ne? Ja, für den Mattenton auch echt gut pigmentiert. Aber nicht zu sehr, nicht zu wenig. Ich finde es perfekt. Und das ist eine ganz, 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 ganz tolle Palette, die ich euch mega empfehlen möchte. Auch eine der neueren ist diese Cosmos-Palette, die vom Verpackungsdesign her jetzt nicht so yay, yay, yay schreit. Aber trotzdem eine wundervolle Palette ist. Hier haben wir eine richtig gute Qualität. Und die Farben, ja, die sind, die sind ein bisschen lauter, ne? Also hier haben wir etwas Bunteres am Start und ich liebe es. Ich finde es wundervoll, dass Palettenhersteller sich was trauen. Ich finde es auch immer total praktisch, wenn wir, ich sag mal, etwas farbenfrohere Schimmertöne haben und dazu die Mattentöne etwas dezenter, zurückgesetzter, dass man das halt so super kombinieren kann. Das hier ist eigentlich der Ton aus der Palette, zusammen mit diesem hier halt auch, ne? Aber hier haben wir halt auch so einen Shift mit drin. Das ist fast schon oldschool, ne? Aber sehr schön umgesetzt. Der hat einen wunderschönen Shift auch mit dabei und den kann man auch super relativ alleine tragen mit einem der Mattentöne und hat damit echt einen klasse Look geschaffen. Auch hier haben wir eine Palette, die relativ neu bei Anastasia eingezogen ist. Hier haben wir so auch wieder so eine Flauschi-Palette. Das ist eher eine Herbstpalette, die Fall Roman, sagt der Name ja auch schon, ne? Hier haben wir auch wieder die größeren Pfännchen mit drin. Der Moonlight ist ein bisschen schwieriger. Aber der Crown erinnert mich ja tatsächlich fast schon an den, den ich eben schon geswatcht habe. Da können wir ja mal einfach vergleichen. Die Wine ist übrigens auch total abgefahren, weil der auch so ein bisschen stoffmäßig selber ist irgendwie. Naja, aber wir gucken uns mal Crown an und können den ja mal vergleichen, so ein Stück weit mit dem, den wir ja vorher schon hatten. Der ist auf jeden Fall viel, viel heller und mehr ins Grünliche, ne? Also während wir bei dem vorigen eher einen braunen Unterton hatten, haben wir hier eher einen orange-hellbraun Unterton. Aber auch eine ganz, ganz tolle Palette. Wenn man auf diese dunklen Looks steht, weil hier schreit die Palette eher dazu, dunkle Looks zu schminken, eben durch die Schimmertöne, ist die Palette sehr gut geeignet. Man kann aber auch knalliger werden durch die beiden matten Töne, ne? Also auch eine sehr, sehr, sehr schöne Palette. Das ist so ein richtiger Klassiker. Die Soft Glam von Anastasia ist ja auch zusammen mit der Modern Renaissance damals rausgekommen und so. Das ist so noch vor meiner YouTube-Zeit gewesen. Also es war noch zu der Zeit, wo ich eigentlich nur YouTube-Videos geschaut habe. Eine absolute Basic-Palette mit wunderschönen matten Tönen. Eine richtige Hochzeitspalette, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen, ne? Weil das super einfach auch funktioniert. Natürlich habe ich diese Töne auch mittlerweile in super vielen anderen Paletten, weswegen ich mich echt frage, ob ich diese Palette behalten möchte. Aber eigentlich ja. Eigentlich freue ich mich jedes Mal darüber. Oh Gott, dieser Rose Pink ist einfach ganz losig hier drin gepresst. Jedes Mal, wenn ich sie verwende, wie schön der Look dann auch aussieht. Also ihr seht's, ne? Wie krümmelig das ist. Aber wenn man den halt auch so dann ein bisschen verteilt, das sieht so schön aus. Also, die muss ich behalten. Einfach, weil ich sie so schön finde. Bei der Amreasy-Palette haben die sich irgendwie ein bisschen verhauen, weil da haben die eine falsche Größe genommen, meiner Meinung nach. Die ist ein bisschen länger als die normalen Paletten von Anastasia Beverly Hills. Und ich glaube, dass das den ganzen Monks unter uns Palettenliebhabern etwas auf die Nerven gegangen ist, weswegen sie sich auch gar nicht so gut verkauft hat. Sie ist aber total schön. Also ich mag dieses Glitzernde auch hier drauf. Also es passt sich nicht so schön an. Also wenn man so drüber geht, ist es ein bisschen vom Feeling her, als würde ich mit meinen Fingernägeln über eine Tafel kratzen, ne? Die ist, die ist so schön, Leute. Wirklich so schön. Auch hier wieder die Schimmertöne sehr, sehr leicht und soft hier drin gepresst. Also den Barb verwende ich in jedem Look, ne? Muss ich auch immer eine Freundin von mir denken. Aber dieser Ton ist eine absolute Zicke, weil der auch sehr, sehr krümelig ist, ne? Aber wenn man den aufträgt, da freut sich mein Herz doch einfach, ne? Also mag ich super gerne. Die mattentöne lassen sich schön verblenden. Das ist auch eine super einfache Kiste. Ja, die muss bleiben. Die ist einfach wundervoll. Auch wenn mich hier Gemini und Litty manchmal auf die Palme bringen, weil ich die einfach nicht verwende. Das sind halt so Pressed Glittertöne. Mag ich nicht so gerne auf dem Auge haben, bin ich ehrlich. Hier habe ich nochmal die Sultry in der 9 Variante, nämlich in dieser kleinen 9er Palettengröße. Und ja, Asche auf mein Haupt. Offensichtlich habe ich sie noch nicht wirklich verwendet. Ganz offensichtlich. So schaut sie aus. Die ist ein bisschen zurückhaltender als die ehemalige Sultry Palette. Wenn man die mal auch so nebeneinander hält, ne? Das ist tatsächlich schon interessant, dass die halt vor allem auch auf diesen Blumenton verzichtet haben. Wahrscheinlich, weil viele den auch nicht so verwendet haben. Ich persönlich habe ihn auch, glaube ich, noch nie angetastet. Bin ich nicht so Fan von, weswegen ich mich darüber auch freue, dass es so in diesem 9er Gedönsen ist. Ich wollte das Ganze auch nochmal gegeneinander antesten, weil im Prinzip hast du Cyborg hier, diesen hier ist der Pearl, dann hast du den hier, das müsste der Birch sein, Noir haben wir hier mit am Start. Also eigentlich müssten die Paletten ja die gleichen sein, ne? Das werde ich nochmal gegeneinander antesten, bevor ich dann für mich entscheide, ob ich die dann behalte oder nicht. Ich meine, dass ich diese kleine Novena-Palette mal von Marion geschenkt bekommen habe. Das ist die Mini Pro Pigment Palette Volume 2 und die ist schon sehr bunt, ne? Ich persönlich greife super gerne dazu, weil ich damit halt auch einen super einfachen Look schminken kann. Das Gelb nehme ich mir einfach komplett auf mein Lid, das Grün in die Lidfalte, das Schimmergrün, dann auf das komplette bewegliche Lid, ein Highlighter im Innenwinkel, fertig ist die Laube. Eine richtig, richtig schöne Palette und ich kann euch jetzt ja mal ausnahmsweise das Gelb swatchen, denn das ist eigentlich für so eine Palette relativ gut pigmentiert, ne? Also das sieht man halt auch richtig, was ich sehr schön finde. Hier haben wir dann auch einmal den Swatch, ein sehr schöner Gelbton und ja, mag ich einfach gerne leiden. Das ist so ein Riesending, das habe ich, glaube ich, mal von Emi bekommen. Das ist diese riesige Norvina Palette, Pro Pigment Palette Volume 3, oder habe ich die andere von ihr gekriegt? Das weiß ich gerade gar nicht. Die ist einfach der Regenbogen. Also wenn ich eine bunte Palette haben möchte, kann ich definitiv zu ihr greifen. Ne, die habe ich mir, glaube ich, selber gekauft. Was ich persönlich hier ein bisschen vermisse, sind einfach mehr Schimmertöne. Wir haben hier sehr viele matte Töne drin, aber wie gesagt, sehr, sehr wenige Schimmertöne. Wir gucken uns mal das Orange an, weil das leuchtet halt auch so richtig. Ich glaube, bei dieser Palette muss ich noch überlegen, ob ich sie behalten möchte oder nicht. Aber guckt euch das an, ne? Diese Qualität. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die Farben auch gerne einen Stain hinterlassen. Das heißt, dass die Farbe auf den Augen verbleibt. Man sieht es jetzt hier auch gerade vielleicht beim Finger. Ich habe hier ein Handtuch auf meiner Hose, dass ich das dann abmachen kann. Also sie ist wunderwunderschön, aber ich muss nochmal überlegen. Aber auch mit den Schmetterlingen, Leute, ne? Oh, und die war so teuer. Ja, die hier habe ich von der lieben Emi bekommen. Das ist die Pro Pigment Volume 2. Hier steht auch extra drauf vor Face & Body, eben weil hier Töne mit drin sind, die einen Stain hinterlassen. Eine wunderschöne, super unhandliche Lidschattenpalette. Und ich glaube, ich werde diese hier behalten. Und die andere, die ich euch gerade gezeigt habe, werde ich aussortieren. Hier haben wir auch super viele Blautöne drin. Trotzdem aber dieses wunderschöne Gelb. Dann haben wir dieses Pink mit dabei. Auch hier vermisse ich persönlich einfach für mich die Schimmertöne. Das ist mehr so meins. Wohingegen ich das cool finde, dass wir mit diesem Ton hier auf jeden Fall einen haben, den man gegebenenfalls als Inner Corner Highlight verwenden könnte. Könnte mir manchmal aber auch ein bisschen zu dunkel sein. Aber die Qualität ist schon schön. Also das ist, Entschuldigung, ich habe euch angeditscht. Es ist schon eine schöne Palette, auf jeden Fall. Aber ich würde sie euch jetzt so nicht für den Preis, glaube ich, empfehlen. Als nächstes habe ich hier eine relativ neue Palette in meiner Sammlung. Und zwar die Art Deco Palette aus der aktuellen Eyelights Egyptian Goddess Kollektion. Auch das ist eine schwierige Palette, wie man sehen kann. Sie enthält ausschließlich Schimmertöne. Hier haben wir einen mit grobem Schimmer. Ansonsten sind es vor allem sehr satinierte Töne. Und das hier ist einer, der so Cream to Powder ist. Gucken wir uns mal den hier an. Der ist etwas anders als die Glitter-Geschichten, die man sonst so in Paletten findet. Weil wir hier doch relativ, also ja, einen relativ weichen Ton eigentlich haben dafür, ne? Für das, was es ist. Der auch im Swatch, wie ihr sehen könnt, nicht so... Also ich sag mal so, die Schimmerpartikel legen sich einfach hin, ne? Das ist einfach was anderes als bei den groben Glitzer-Geschichten, die man sonst so in Paletten drin hat. Wenn man hier so außen guckt, sieht man, ja, grober Glitzer, aber ansonsten ist er doch schon sehr foliert. Also das ist schon eine sehr besondere Palette. Und ich finde, auch wenn die für Drogerie jetzt nicht günstig ist, ist das eine super Geschichte als Kombinationspalette, ne? Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf diese Töne steht und auch auf das Grün zum Beispiel. Und wenn ihr Bock habt, so ein bisschen auch so Texturen auszuprobieren, ist die ganz gut geeignet. Abgesehen davon hat die ein wunderschönes Design. Bei Beauty Bay ist eine Marke, Leute, da bin ich sowas von verfallen, offensichtlich. Da habe ich nämlich einen riesigen Stapel jetzt hier für euch. Ich starte mit dieser hier, Metamorphic. Ja, die hatte ich in Anwendung gezeigt, da habe ich euch auch Looks mit geschminkt. Und so viele haben immer wieder auch gefragt, Mensch, was ist das für eine Palette, wo kriegt man die? Ja, bei Beauty Bay, aber leider ist sie nicht mehr verfügbar. Die ist aber extrem schön. Wir haben schon ein paar Duochrome-Töne mit dabei. Wunderschöne metallische Töne. Auch die, die matten Töne sind echt gut. Und da kann man einfach einen tollen Look mit kreieren. Wir gucken uns mal diesen hier an. Ich meine, dass ich den auch komplett auf mein Augenlid gegeben habe. Zieht euch das mal rein, ne? Also bei Beauty Bay macht sehr, sehr gute Paletten in der Eigenmarke. Das für einen wirklich erschwinglichen Preis. Da solltet ihr euch definitiv auch die Limited Editions angucken. Die droppen immer wieder welche, ne? Und wie gesagt, also wunderschön. Wenn man halt wirklich einen blauen Look haben möchte, ist die Palette also dafür perfekt geeignet. Die habe ich hier letztens aus einem Trashy rausgenommen. The Golden Age Nine Color Palette. Das ist einfach, ja, eine, die ich noch gar nicht wirklich benutzt habe. Könnte schon fast an die Sultry rankommen von den Tönen her, um das mal so zu sagen. Ich finde sie wunderschön. Und ich mag auch gerne die Qualität davon. Ich mag gerne diese Konstellation. Denn wenn ich darüber nachdenke, ich möchte irgendwie einen warmen Sommerlook schminken, kann ich definitiv zu dieser Palette greifen. Und ja, hier haben wir dann auch einen wunderschönen Goldton. Und sowas kriegt auch nicht jede Firma gut hin, ne? Dass du einen wirklich schönen, ich sag mal, sauberen Goldton so mit drin hast. Den können wir uns auch mal anschauen. Ey, zieht euch das mal rein, ne? Wie lange der Swatch auch einfach geht. Und das hält einfach auch echt gut auf dem Auge. Ich mag die Palette super, super gerne. Und kann euch immer empfehlen, bei Beauty Bay oder bei Beauty Bay nach bei Beauty Bay zu suchen. Nach der Eigenmarke. Da findet ihr für kleines Geld richtig geile Sachen. Die Tropical Palette hat eine Nachbarin, die sich auch in meiner Sammlung befindet. Vielleicht kommt ihr drauf, wenn ich euch jetzt auch den Inhalt zeige. Die habe ich auch schon mit euch verwendet. Sie ist tatsächlich auch noch ein bisschen heftiger als ihre Nachbarin. Wunder, wunder, wunderschön. Auch hier haben wir einen krassen Goldton drin. Aber auch diese Bärentöne, ne? Also ich persönlich stehe einfach auch tierisch auf diese Konstellation von Gelb, Orange, Gold. Das ist einfach positiv. Und jetzt gucken wir uns mal den Jellyfish an, was der so kann. Das ist halt ein richtiger Pinkerton, ne? Auch mal was ganz Abgefahrenes. Steht mir persönlich mittlerweile, finde ich, ganz gut. Ich smutsche den hier oben mal. Das ist schon schön, ne? Das ist einfach ein simpler, schimmernder Pinkton oder Rosaton, der auch so einen Shift mit drin hat, der so ein bisschen unerwartet kommt, ne? So ein bisschen glasiert. Also ich finde die wunder, wunderschön. Die Mattentöne haben eine krasse Qualität. Sehr empfehlenswert. Hier blutet mir jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Herz. Das ist die Palette von By Beauty Bay in Kooperation mit Niki Tutorials. Das hat mich eigentlich auf den Trichter gebracht, dass ich By Beauty Bay Paletten mal intensiver ausprobieren möchte, weil ich sie damals gekauft habe und ich war schockverliebt, weil ich dachte, oh mein Gott, was ist das für eine krasse Qualität. Ihr seht den Inhalt. Auch wunderschön. Und ich habe sie auch echt gerne verwendet. Aber ich glaube, dass die jetzt ausziehen darf. Einfach, weil ich diese Töne in anderen Paletten in einer höheren Qualität drin habe. Auch von derselben Marke, ne? Dementsprechend ist es zwar eine schöne Palette, aber ich war die letzten Male, als ich die verwendet habe, doch immer wieder enttäuscht. Ist echt wirklich schade, ne? Auch wenn ich mich über diesen Ivy Ton zum Beispiel tierisch gefreut habe, weil hier haben wir einfach einen super hellen, endlich in der Corner würdigen Ton. Der ist richtig weiß, ne? Und sie hat halt auch die Palette konzipiert anhand von persönlichen Geschichten und so. Es war so, so cool. Aber ich glaube, wir müssen uns heute an dieser Stelle trennen. Die Ray True Love Palette war eine Limited Edition, die Ewigkeiten in meinem Probier-mich-unbedingt-Ausschrank lag und einfach nie verwendet wurde, was ich sehr schade finde. Denn sie ist wundervoll. Also sie ist wunder, 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 wunderschön. Gar keine Frage. Hier muss ich noch drüber nachdenken. Auch hier haben wir diesen Perfect Love Train. Ich liebe es ja, ne? Auch die anderen Farben. Das ist eigentlich perfekt. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Eine richtig krasse Qualität von den Schimmertönen auch wieder hier am Start. Also das werde ich hier bei Beauty Bay ausschließlich sagen, weil das ist der Hammer. Das sucht seinesgleichen. Also jeder von euch, der schon mal bei Beauty Bay Paletten ausprobiert hat, wird mich da wahrscheinlich auch bestätigen, sag ich jetzt mal. Guckt euch das mal an. Also das könnte genau so von Adapt Cosmetics ein Ton gewesen sein aus einer Indie-Brand-Palette, oder? Das ist Hammer. Also so lange swatches. Das muss man sich mal reinziehen. Und solche Paletten, die kosten wirklich nicht die Welt. Das ist Drogerie-Preis mit High-End-Qualität. Eigentlich eine geile Palette, ne? Vor allem dieser River Deep. Oh, das ist auch so schön, ne? Ich lege die mal zur Seite. Weiter geht es hier mit der Wilderness-Palette. Da haben wir, ja, Grüntöne offensichtlich mit drin. Erdige Töne. Die finde ich per se total schön. Aber ich habe in letzter Zeit, wenn ich dazu gegriffen und einen Look geschminkt habe, versagt, um es mal so zu sagen. Also da sind die Töne doch sehr schmutzig geworden. Und das hat mich geärgert. Die unterste Reihe verwende ich eher weniger, also eigentlich eher so gar nicht. Klar, die Grüntöne, die sprechen mich total an. Aber da habe ich gleich noch eine andere, die halt auch in die absolut grüne Richtung geht von derselben Marke. Das heißt, diese hier wird jetzt aussortiert. Die New Romantic ist eine Palette, zu der ich super gerne greife, wenn ich halt wirklich so bärige Look schminke. Romantische Look, sagt man ja so freundlich. Auch wenn sie sehr schwierig ist. Also das ist jetzt keine Palette, die absolut mein Beuteschema ist. Ganz im Gegenteil, das ist eine, die absolut außerhalb meiner Komfortzone ist. Aber ich bin jedes Mal überrascht, wie wunderschön der Look ist, den ich dann mit dieser Palette schminke. Wir können uns ja mal diesen Raspberry Ton angucken. Das ist ein Schimmerton, auch der relativ weich gepresst. Man könnte fast schon sagen, das hätte ein bisschen was von der Anastasia Beverly Hills Qualität von den Schimmertönen. Oh Gott, so viele Schimmer. Ich swatch gar keine Mattentöne, Leute. Was hier los? Einfach, weil ich so geflasht bin. Ich meine, zieht euch das rein. Wenn man halt wirklich so einen Himbeer-Look schminken will, ist das die Palette, zu der man greifen sollte. Auf jeden Fall. Und ansonsten auch diese Rosatöne, die wundervoll sind. Auch dieser Chins, da muss man ein bisschen mit arbeiten. Aber es geht einfach ab auf dem Auge. Deswegen, die bleibt. Die Dark Fantasy Palette ist total ausgefallen. Ups, Entschuldigung. Und abgefahren. Ich werde mich noch ein paar Mal öfter entschuldigen. Ich habe noch nie auf diese Art und Weise gefilmt. Deswegen ist es für mich gerade etwas ungewöhnlich. Die ist halt auch sehr schreiend. Finde ich wunderschön. Also diesen Code finde ich großartig. Heck, oh mein Gott. Machine. Ja, also eine ganz, 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 ganz coole Palette. Und wir haben jetzt schon allerhand grün geswatcht. Nehmen wir jetzt mal Silber. Komm, wir nehmen jetzt mal Silber. Auch hier, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Aber der ist foliert, Leute. Das ist unglaublich schön. Das ist der Hammer. Ja, ich stehe halt drauf. Auf abgefahrene Looks, auf abgefahrene Paletten. Auf Möglichkeiten, die einem Paletten auch bieten. Und die bekommst du mit dieser Palette. Deswegen wird die auf jeden Fall bleiben. Dann habe ich hier die New Mood Palette. Die schreit nach Positivität und Spaß. Und das tut sie auch in ihren Farben. Und damit habe ich auch richtig Freude. Die macht einfach Laune, um das mal so zu sagen. Serene ist halt eher so ein topper Ton. Aber trotzdem hat er auch seine eigene Pigmentierung. Wundervolle matte Töne. Ich kann euch ja mal die matte Töne zeigen. Es ist für eine Firma schwerer, matte Töne herzustellen als Schimmertöne. Dann gucken wir uns den Passionate mal an. Der stinkt auch ein bisschen, ne? Der ist richtig, richtig geil pink. Und den setzen wir uns hier mal hin. Den kann man auch super mit der, ähm, ja, sehe ich gerade auch, mit der New Romance Palette kombinieren. Weil der halt auch einfach dieses Pinky Flinky Behrige mitbringt. Wobei du den damit nicht kombinieren könntest. Es sieht nicht ganz so aus. Aber trotzdem heftig für einen mattenton, oder? Und bleibt auf jeden Fall die Love Notes Palette. Wenn ich Bock auf Lila und Flieder habe, greife ich sehr gerne zu ihr. Es ist einfach der Wahnsinn in den Tüten, wie wunderschön diese Palette ist. Die ist etwas helliger unterwegs. Lässt sich dann aber ab und zu auch mit diesen matten, dunkleren Tönen verdunkeln. Ansonsten haben wir hier, was die Schimmertöne angeht, sehr helle Geschichten. Mag ich. Also eine sehr zurückhaltende, aber abgefahrene Palette. Muss ich wirklich sagen. Wir gucken uns jetzt vielleicht mal diesen hier um. Um, genau, wir gucken uns einmal um. Den gucken wir uns mal an. Das ist auch so ein, ja, der hat auch so ein Shift mit drin, ne? So langsam sind die Kapazitäten auf meinem Arm erschöpft. Aber auch wunderschön. Der ist so rosa-gold schimmernd und wunderschön. Wunder, wunderschön. Damit habe ich immer wieder meine Freude, wenn ich sie verwende. Also muss die auf jeden Fall bleiben. Und guckt euch mal an, wie wunderschön das aussieht, ne? Die Reckless Romance ist eine Palette, die so ein bisschen zu der New Romance die Ergänzung ist, aber auf eine etwas härtere Art und Weise. Auch von den Farben her ist die nicht mehr ganz so zurückhaltend, sondern wirklich sehr dunkel. Die muss man mögen. Ich mag sie leider nicht so gerne, auch wenn die Qualität fantastisch ist. Aber ich habe einfach nicht so die Ambitionen, solche smoky, dunklen Looks zu schminken. Wie gesagt, trotzdem, krass geile Qualität. Hat man seine Freude mit, kann ich absolut empfehlen. Ich meine, guckt euch das an, das ist auch wieder ein Spiegel. Und der fühlt sich so cremig an. Also es ist wahnsinnig krass. Also wer, wo findet man so einen krassen Grauton? Ich weiß es noch nicht. Ha, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil eigentlich ist die geil. Eigentlich, wenn ich wirklich so graue Looks schminken will, ist das so eine Palette, zu der man greifen könnte. Aber da habe ich auch noch andere als Alternativen. Ich glaube, die wird mich jetzt verlassen. Die Jade Palette war schon auf diversen Karnevalsschminkgeschichten mit dabei. Denn ich bin ja eine Karnevalista. Und auch das ist eine Kooperationspalette. Hier haben wir ganze 42 Töne drin, Leute. Also da findet man wirklich alles, was das Herz begehrt. Die ist wunder, wunder, wunderschön. Super unhandlich, aber in dem Sinne eigentlich auch super praktisch, weil man halt wirklich alles mit ihr machen kann, was man so machen will. Also ich finde sie großartig. Wir gucken uns mal den Sand Dancer an. Der hat auch schon ein bisschen Hartpen bekommen, dass ich jetzt hier gerade auch so ein bisschen noch rauskriegen kann mit meinem Finger. Auch hier wieder so einen Sonnengelbton, ne? Das ist so schön. Ich setze mal hier so hin. Ich meine, wow, wunderschön, oder? Finde ich echt krass. Und du kannst hier so viele Looks mitschminken. Du hast so viele Kombinationsmöglichkeiten. Das macht einfach Spaß. Die Earthy ist eine absolut monochromatische Palette, weil sie halt wirklich komplett ins Erdige geht. Also da habe ich halt meine krassen Grüntöne drin, die alle, die ich brauche, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe aber auch ein paar erdigere Töne mit dabei. Also etwas, ja, da unten, ne? Die zurückhaltenderen Töne. Das macht halt auch richtig Spaß. Wenn ich einen grünen Look schminken will, weiß ich ganz genau. Ich habe die Earthy-Palette. Ich kann sie verwenden. Dieses matte Mintgrün ist der Hammer. Es fühlt sich an wie Samt, wenn ich da reingehe, ne? Das ist richtig krass. Ja, auch da einfach krass vom Swatch her. Dafür, dass es ein matter Grün-Hellgrünton ist, ne? Geht der einfach ab wie ein Zäpfchen und ihr habt damit eure Freude auch auf dem Auge. Und ihr findet auch noch diese Earthy und so weiter, diese monochromatischen Paletten eigentlich bei Beauty Bay. Hammer. Bei der Bright-Palette habe ich hier auch wieder eine Palette, die bright ist und bunt vor allem. Also da habe ich alle Töne, die man so braucht. So schaut sie aus. Die ist jetzt noch nicht ganz so gerockt, wie die Jade-Palette zum Beispiel. Die sieht aber ein bisschen aufgeräumter aus, weil wir hier das Ganze halt wirklich im Regenbogenschema angeordnet haben. Ich finde sie sehr, 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 sehr schön, muss aber sagen, dass ich sehr, sehr selten zu ihr greife und ich glaube, dass ich die aussortieren werde. Denn die Töne, für die ich die Palette behalten würde, sind Frosted Lime und ich würde sagen Lagoon. Also die beiden, die sind halt schon richtig abgefahren. Wir können uns den Grünton hier mal angucken. Der schreit. Hallo, hier bin ich. Kann man auch super hier mit diesem... Oh, guckt euch die Kombi an. Oh, Baby, komm zu Mama. Richtig, richtig schön. Ich bin mir bei diesen beiden Paletten wirklich nicht sicher. Ich glaube, ich sortiere sie aus. Machen wir weiter mit dieser Palette von Bella Pierre Cosmetics, die Ultimate Nude Palette. Die gab es letztes Jahr, glaube ich, in einem Adventskalender und ich meine auch vorletztes Jahr. Die ist eigentlich soweit solide. Also, ne, das ist eine gute Palette tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt so kauft kann. Keine Ahnung. Ich finde sie sehr schön und wir gucken uns mal diesen Ton hier an. Ich finde es ein bisschen schadend, dass wir hier jetzt keine Farbbezeichnungsnamen, Namengeschichten oder so drin haben. Jo, mein Arm glitzert einfach schon. Das ist ein etwas zurückhaltender Ton. Die Palette ist an und für sich jetzt auch nicht well in your face, ne. Ich weiß nicht, ob sie eine Daseinsberechtigung in meiner Sammlung hat. Eigentlich finde ich sie schön, aber ich greife halt auch echt überhaupt nicht zu ihr, ne, weil sie auch jetzt nicht so krass mega ansprechend ist. Ich lasse sie erst mal drin. Dann habe ich hier noch ein paar Schätze von BH Cosmetics. Das sind auch gar nicht mehr so super viele. Hier habe ich einmal eine alte Formulierung. Das sind alles noch die alten Formulierungen. Die Saint-Tropez-Lidschattenpalette ist das. Die ist wunderschön, bunt und irgendwie halt auch echt cool und fancy und so. Aber ich finde die Looks damit einfach nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen, das, was ich damit geschminkt habe, hat mich persönlich nicht so vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht. Also das ist ein krasser Ton, ne. Ein wunderschöner Türkis-Ton. Ja, also ist echt hübsch. Aber ich glaube, die Zeit dieser Palette ist gekommen, dass ich sie jetzt aussortiere, obwohl ich sie eigentlich wirklich, 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 wirklich gerne mag. Diese Palette, die Zodiac Gemini-Palette, habe ich mal geschenkt bekommen. Und ja, ich bin Zwilling offensichtlich. Ups, vom Sternzeichen her. Aber sie passt halt null zu mir, ne. Wenn ich jetzt an meinen Sternen, also wenn ich an mich denke, denke ich jetzt nicht an diese gedeckten, sanften, erdigen Töne. Und ich finde auch diese Pännchen-Konstellation schwierig, ja. Und ich habe diese Töne in anderen Paletten drin. Also wir swatchen jetzt mal diesen Mittelton. Der ist auch wirklich nice. Der ist richtig intensiv. Und Leute mit etwas dunklerem Hautton können den sicherlich sogar als Highlighter verwenden. Aber ich meine, dass das hier jetzt einfach eine Palette ist, die auch leider gehen muss. Diese Palette wird auf gar keinen Fall gehen. Das ist die 1991 von Alicia Marie. Die hat dort eine Kooperation mit BH Cosmetics gemacht. Und die ist einfach der Wahnsinn. Zu dem Zeitpunkt gab es noch gar nicht so viele Duochromes und krassen Töne auf dem Markt. Sie hat es einfach hier in eine Palette gemacht. Die ist also für damalige Verhältnisse einfach so krass gewesen. Und war lange, lange Zeit auch ein Favorit von mir. Alle Töne sind einfach großartig. Und wir müssen uns jetzt diesen Illusion angucken. Ein krasser Duochrome-Ton, der einfach jedes Mal knallt, wenn ich ihn verwende. Der hat jetzt nicht so dieses Bam-in-your-Face-Strahlen, wie ich das so bei anderen Paletten, bei anderen Tönen so habe. Aber er geht ab wie ein Zäpfchen. Das ist schon echt schön. Und den in Kombination mit den matten Tönen oder auch jeden anderen Ton davon. Da hat die echt was Krasses rausgebracht. Und deswegen muss diese Palette bleiben. Die war lange, lange mein Favorit. Jetzt habe ich hier noch eine große Palette. Und zwar die Naughty Palette. Das ist eine Weihnachtspalette gewesen. Und ich meine, dass es so mit eine der letzten war. Und ich meine, dass quasi Beige Cosmetics, kurz nachdem diese Palette halt dann im Winter rausgekommen ist, Ciao Cacao gesagt hat. Eine wundervolle Palette mit einer super Qualität. Aber ich greife da halt wirklich sehr selten zu. Und man merkt einfach, wenn man so reingeht, wie schön das ist, ne? Hammer, ja, dieser Finger ist wahrscheinlich morg tot. Einfach auch ein ganz, ganz toller, schöner Ton. So ein Gold mit einem grünen Schiff drin, ne? Ich glaube aber, dass diese Palette jetzt meine Sammlung verlassen wird. Weil ich habe halt in anderen Paletten diese Töne auch drin enthalten. Und die ist halt einfach riesig. Das heißt, sie muss eine krasse Daseinsberechtigung haben, um zu bleiben. Und das hat sie nicht. Hier haben wir ein paar Be Perfect Paletten. Da habe ich einmal die Mrs. Glam, die war oder ist in so einer Sonderkollektion drin. Die hatte ich mir bei Purish mal gekauft. Michelle Regazzoli Stone. Ja, Gesundheit. Die ist wirklich hübsch. Ist halt sehr neutral unterwegs. Aber ich finde sie halt so zurückhaltend. Sicherlich eine absolute Banger-Palette, wenn man sich das auch so anguckt von den Tönen her, ne? Die hat definitiv was drauf. Aber ich habe solche Töne in anderen Paletten drin. Und die hat jetzt nicht so die Mega-Daseinsberechtigung, finde ich. Auch wenn das Glitzer schön ist, finde ich, dass es ein bisschen, es ärgert mich, dass es ein bisschen schief aufgeklebt ist. Das ärgert mich auch irgendwie, dass es so billig aussieht, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen wird die auf jeden Fall gehen. Dann haben wir hier die Carnival-Palette, die All Stars. Das ist auch eine sehr schöne Palette, wo ich aber tatsächlich vermisse, mehr Schimmer, ja, drin zu finden. So, ne? Wir haben nur so ein ganz paar Schimmertöne. Könnte für mich einfach mehr sein. Ist leider nicht drin. Starlight ist ein bisschen schwieriger. Den können wir uns ja auch mal angucken. Komm, was soll der Falschgeiz? Der ist nämlich sehr grob. Aber wenn er dann auf dem Auge ist, ist er krass, ne? Also ich denke, auch viele von euch haben die Palette, denn die war ja auch in diversen Sales drin. Also wunderschöner Ton, ne? Aber ich glaube, dass diese Palette mich jetzt verlassen wird. Auch wenn das eine absolute Cloudy-Palette ist, die richtig schön bunt ist und so. Aber ich greife da einfach zu wenig zu. Hier haben wir eine recht neue Palette, die Chapter One von Be Perfect. Die ist richtig cool. Ich mag es super gerne, dass wir diesen grauen Hintergrund haben, weil ich persönlich einfach finde, dass dadurch die Farben viel deutlicher hervorkommen. Die sieht auch sehr wild aus. Am liebsten würde ich mir die so ein bisschen regenbogenmäßig umgestalten. Aber sie ist extrem schön. Mich persönlich flasht es, dass wir hier auch zwei Neontöne quasi mit drin haben. Also sowohl dieses Neon-Grün als auch das Neon-Gelb. Aber trotzdem auch so ein bisschen gedecktere Töne mit diesem leicht blass-orange. Auch so Blautöne und dieses Tranky. Wunderschöne Palette, ne? Auch hier schade Schokolade. Ganz schön wenige Schimmertöne. Aber die Schimmertöne, die drin sind, haben es in sich. Und wir gucken uns jetzt mal diesen Türkis-Ton an. Und der kann was. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Türkis-Ton, der auch echt gut kommt. Wobei der hier war ja noch krasser, ne? Aus der BH-Palette. Hm. Sind schon sehr ähnlich. Aber hier habe ich eine größere Farbauswahl und weiß, dass einfach die meisten Töne davon bänger sind. Weswegen die Palette bleibt. Auch wenn sie riesig und sperrig ist. Apropos riesig und sperrig. Hier habe ich die Carnival The Antidote Palette. Auch von Be Perfect. In Kooperation mit Stacey Marie. Hier haben wir eine absolut warme Palette, die dann aber auch halt diese erdigen Geschichten mit dabei hat. Und diese Grüntöne. Die ist so schön, aber ich greife nicht dazu. Obwohl Be Perfect es hier gemacht hat, dass die hier ein paar mehr Schimmertöne drin haben. Ich weiß nicht, warum ich die so selten verwende. Eigentlich ist die wundervoll. Vielleicht, keine Ahnung, ich mag eigentlich Grüntöne. Vielleicht fehlt mir hier ein Gelb oder so. Aber auch dieser Buttercup, ne? Das ist ein richtig schönes Gelb-Orange. Der ist auch echt nice. Also ich sollte die definitiv öfters verwenden. Weil schön ist die auf jeden Fall, ne? Deswegen, die bleibt jetzt auch erstmal. Die muss dann noch ein bisschen weiter verwendet werden. Oh mein Gott, jetzt kommen wir zu Catrice. Da habe ich so viel von. Diese Metaphase Limited Edition war durchwachsen, um das mal so zu sagen. Wobei ich die Palette hier raus eigentlich ganz schön fand. Wobei, wenn ich mir die halt auch so angucke, das ist halt eine eher pastellige Palette. Die ist jetzt nicht so bam, bam, bam. Die ist halt schon eher öde, ne? Also wunderschöne Töne, aber auch dieses Lila und dieses Peach. Die sind tatsächlich auf dem Auge sehr ähnlich und sehr, sehr zurückhaltend. Wohingegen ich einfach finde, dass die Schimmertöne sehr, sehr dunkel gewählt sind. Das hier ist ein cremiger Ton. Der ist einfach nochmal irgendwie vollkommen out of order. Der wollte vielleicht mal eine Lidschattenbase sein, hat es aber nicht ganz geschafft. Ja, die Qualität der Schimmertöne ist aber wirklich schön, ne? Das kann man nicht anders sagen. Die ist auch ein bisschen krümeliger unterwegs. Das heißt, da muss man auch ganz ein bisschen aufpassen mit Krümelei und Glitterglue und so. Aber ich meine, dass die Palette mich jetzt verlassen muss. Oh ja, hier haben wir jetzt diese ganzen Slim-Paletten. Da habe ich auch gar nicht so super viele von, weil die mich dann auch relativ häufig enttäuscht haben. Das ist, ja, hier einmal die Desert Romance Palette. Die schaut so aus. Hätte sie den gelben Ton nicht, wäre sie extrem öde. Ich finde die auch generell nicht so super ansprechend und greife auch einfach nicht zu ihr. Wir können uns ja mal so ein Sandstorm angucken. Die haben da tatsächlich auch eine gute Qualität. Das kannst du nicht anders sagen, ne? Also ein wunderschöner Kupferton. Hat auf jeden Fall was drauf, ne? Oder hat Catrice von sich selber so ein bisschen auch abgeguckt. Aber sie ist jetzt für mich kein Banger. Deswegen wird sie nicht bleiben. Hier hatte ich mir in der Hind-of-Mint-Palette einfach mehr Mint gewünscht. Ein bisschen Wind ist schon enthalten, ne? Aber es kommt auf dem Auge halt wirklich sehr, sehr dezent rüber. Trotzdem finde ich sie schön und möchte sie eigentlich auch ganz gerne behalten. Dieser Frosty-Ton ist in der Palette so wunderschön ansprechend. Auf dem Auge doch eher zurückhaltend. Aber trotzdem, wenn man den drauf hat, ist der schon eigentlich schön. Ist eher ein Topper. Das heißt, den toppt man dann über diesen Mint-Ton zum Beispiel drüber. Dass man da dann halt einfach diesen, ne? Schiff ein bisschen besser hinbekommt. Die knallt nicht so. Ist aber trotzdem schön. Deswegen bleibt sie. Dann habe ich hier die Natural Spirit-Palette. Das ist diese hier. Die einfach super, super basic ist. Hatte aber eine gute Qualität. Hat auch so ein bisschen was von Anastasia Beverly Hills gehabt, meiner Meinung nach. Hier können wir uns ja mal den Spirit angucken zum Beispiel. Eine echt schöne Geschichte ist die Palette. Ne? Schon, ne? Das ist, ja, so ein schöner Grau-Ton eigentlich. Aber sie ist halt nicht so schreiend. Und schreit mich halt auch nicht an. Ich möchte bleiben. Deswegen wird sie auch aussortiert. Die Safari Fever ist jetzt aus dem neuen Sortiments-Update gewesen. Die hier hat mich halt am meisten angesprochen, weil wir halt auch ein ganz kleines bisschen bunt haben durch das Orange und durch das leichte Grün. Ist jetzt aber auch jetzt nichts, was einen angesprungen hat. So, ne? Wir können uns das Orange gerne mal angucken. Das war schon eine gute Qualität. Und deswegen wird sie auch bleiben. Ist halt eher so eine Warm-Toned-Palette. Und eine zurückhaltende Geschichte, die jetzt nicht mega krass von der Qualität ist. Aber das ist halt Drogerie, ne? Da muss man halt einfach auch sagen, Preis-Leistung stimmt hier einfach. Das heißt, man darf dann auch nicht erwarten, dass es jetzt irgendwie eine Qualität von, keine Ahnung, Anastasia Beverly Hills oder Adapt Cosmetics oder so hat. Hier habe ich die Who I Am Palette. Das ist auch eine eigentlich richtig, richtig schöne Palette. Die war vorletzt oder letztes Jahr eine Limited Edition zum Brighton Month. Und hier haben wir schöne Schimmertöne drin. Wir haben auch solide, matte Töne drin. Ich finde schon, dass man damit gute Looks schminken kann. Aber es ist definitiv eine Palette, die ich mit anderen Paletten kombinieren muss. Weil ich ansonsten einfach keinen vernünftigen Look für mich persönlich hinbekomme. Und das finde ich schade. Die hätten meiner Meinung nach das ganze etwas, ich weiß nicht, so gestalten können, dass du halt auch wirklich mehr die matten Töne mit den Schimmertönen kombinieren kannst. Weil womit soll ich denn diesen rosa Schimmerton kombinieren? Das ist einfach zum Beispiel so total random, ne? Bei dem grünen Ton gut, kannst du das Gold mit dazu nehmen. Das knallt halt auch. Es ist jetzt nicht so mega heftig, aber es ist okay. Es ist eine solide Palette. Und ich mag einfach die Message dahinter. Ja, das ist ein wunderschöner blauer Schimmerton. Auch gar keine Frage hier, ne? Im Swatch nicht so schön wie im Pfändchen. Also nicht so intensiv, nicht so dunkel. Aber trotzdem ist es ein richtig schöner Ton. Eine gute Qualität. Hätten etwas cremiger sein können von den Farben her. Aber trotzdem eine solide Palette. Die Joker Limited Edition war ja nicht ganz so mein Fall. Also da habe ich mich mehr drüber gefreut, dass es die überhaupt gibt, als dass die Produkte mich überzeugt hätten. Hier habe ich die grüne Variante. Und die mochte ich ganz gerne. Ja, die Fändchen sind furchtbar. Auf jeden Fall. Den Look, den ich damit geschminkt habe, mochte ich aber sehr, sehr gerne. Und hier haben wir auch dieses Grün drin, was ich jetzt auch in der aussortierten bei Beauty Bay Palette drin hatte. Das ist schon krass. Das ist schon richtig, richtig schön. Und ich mag halt einfach grün. Ich mag sowas ganz gerne. Und ihr seht jetzt auch anhand der Swatches, die ich jetzt so mache, dass wir natürlich eine ganz, ganz andere Qualität haben, als wir bei Beauty Bay zum Beispiel hatten. Aber trotzdem ist es eine schöne LE gewesen. Ich mag die Palette. Auch wenn ich den Joker, der da drauf ist, nicht so gerne mag wie Heath Ledger zum Beispiel. Aber ja, schöne Palette. Deswegen bleibt sie. Definitiv bleiben auch meine beiden Paletten, die Maxim in Kooperation mit Catrice rausgebracht hat. Nicht nur, weil ich den Kerl einfach richtig großartig finde, sondern auch, weil ich finde, dass diese beiden Paletten sehr, sehr schön sind. Erst hat er ja diese Palette rausgebracht. Und das spiegelt natürlich total auch seinen Vibe wieder. Da war er auch noch etwas bunter unterwegs in seinen Looks und so. Mittlerweile ist er ja erwachsen geworden, um das mal so zu sagen. Wobei erwachsen werden ja gar nicht heißt, dass man nicht weniger bunt trägt. Das ist ja, ne? Ich bin ja auch älter als er und trage trotzdem noch mehr bunt. Einfach, wenn man da Bock drauf hat. Genau. Aber die Palette schreit halt einen so richtig an. Es sind wundervolle Töne drin. Ich mag diese Palette übrigens auch lieber als die neue. Die hätten auch wieder etwas cremiger sein können von der Textur her. Das ist man so, ne? Guckt euch das an, wie wunderschön ist dieser Limettenton. Und ja, auch der Swatch davon gefällt mir. Ich persönlich kann mit der Palette auch sehr schöne Looks kreieren. Hab da richtig meine Freude dran. Kombiniere auch gerne Mare, Mare mit Limon, genau. Sehr schöne Palette, mit der man auch so ein bisschen neutralere Looks schminken kann, wenn man möchte. Und dann hat er ja diese Palette noch rausgebracht. Genau, das ist auch sein Fingerabdruck, was ich richtig persönlich finde und schön. Das ist halt eigentlich eine Palette, die mich anschreien sollte, in Anführungsstrichen, weil sie halt zu meinen grünen, braunen Augen sehr gut passt. Ich finde sie halt sehr zurückhaltend, aber trotzdem sehr schön. Ich finde, er hat damit auf jeden Fall eine Herzenspalette rausgebracht. Und ja, es passt auf jeden Fall. Hier haben wir auch etwas cremigere Töne drin als bei der vorigen Palette. Das heißt, da wurde auch an der Textur etwas gearbeitet, was ich einfach schön finde, ne? Man sieht es auch anhand des Swatches, dass die Qualität doch etwas gestiegen ist. Catrice ist ja auch in den Jahren zwischen den beiden Paletten von der Qualität um Längen weitergegangen. Das sieht man halt auch anhand dieser Palette, ne? Sehr schöne Palette. Ich hätte mir tatsächlich auch gerne gewünscht, dass diese Palette in dieser Qualität dann mal rauskommen könnte, aber Wunschvorstellung. Dann habe ich hier die Belle Eyeshadow Palette. Ich habe mir immer wieder auch diese Limited Editions mit den Disney Prinzessinnen geholt und war immer wieder enttäuscht. Das ist echt schade, weil ich bin schon ein ziemlicher Disney Fan. Ich will sie jetzt nicht nur aus Sammlungsgründen dann immer behalten und habe dann nach und nach immer mehr aussortiert. Die Belle Palette ist geblieben, weil ich sie einfach auch von der Qualität her sehr gerne mochte. Und ich mag auch die Konstellation von dem Gold und dem Blau. Wobei ich da ja auch sagen muss, das finde ich jetzt ja auch mittlerweile in der von Maxim drin. Diese Palette, ich weiß gar nicht, ist die vor oder nach Maxim in Colors rausgekommen? Das weiß ich gar nicht. Wir können ja mal uns vielleicht ein Swatch angucken. So einen ganz klassischen. Ich hätte vielleicht eher den Blau nehmen sollen. Oh, doch, doch, die kann wohl was, ne? Da haben wir auf jeden Fall eine okaye Qualität. Da muss ich noch drüber nachdenken. Eigentlich finde ich sie wundervoll. Eigentlich. Aber eigentlich ist auch so ein großes Wort, ne? Dann habe ich hier aus der Villains Kollektion die Cruella Palette. Die habe ich auch für meinen Cruella Look verwendet, was echt Spaß gemacht hat. Aber auch hier haben wir halt diese Cool Tone Palette. Und ich verwende wenig Cool Tone. Und dementsprechend würde ich nur eine Palette von einer überragenden Qualität behalten. Und die hat diese Palette einfach nicht. Sie ist okay. Sie ist schön. Man kann damit auch vernünftig Look schminken. Aber mein Herz schlägt da nicht ganz so doll für. Wir können uns ja mal diesen Dalmatiner Ton angucken. Das ist halt auch schon total abgefahren. Hier hat auch Catrice so ein bisschen gespielt, ne? Mit verschiedenen Texturen. Auch, dass du hier so einen Liner dir machen kannst. Oder hier so ein bisschen angelehnt. Ein Huda Beauty müsste das, glaube ich, auch sein. Mit diesen Sparkly Viechern da drin und so. Was natürlich aber auch macht, ist eine Palette, die er einfach schneller kippen kann, ne? Das nur als Info. Und ja, wie gesagt, hier haben wir einen wunderschönen Grauton. Das ist eigentlich schön. Eigentlich ist es eine coole Palette im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch allzu sehr zu greifen werde. Ich habe nämlich andere wirklich cool Ton Paletten, die ich einfach geiler finde. Ne, die bleibt nicht. Von diesen Fünfer Paletten, oh, da habe ich ein bisschen rumgesaut, habe ich fünf, vier Stück. Ja, die sind sehr, sehr gut von der Qualität. Also da muss man wirklich sagen, hat Catrice mitunter meiner Meinung nach die beste Qualität, die es so gibt bei denen. Die hier ist, glaube ich, ein paar Mal zu oft in meinem Regal umgefallen, weswegen die hier auch so krümelig geworden ist. Damit kann man einen sehr schönen Look schminken. Und das gibt die Palette halt super schnell vor, ne? Ich mag auch diese Konstellation mit den drei Matten Shades und den zwei Schimmer Shades, weil das halt hier auch sehr, sehr gut passt. Können uns ja mal diesen Ton angucken. Man merkt es halt direkt, wenn man mit dem Finger ins Fändchen geht, wie soft dieser Ton ist. Da kann man halt einen schönen Alltagslook mit schminken. Man muss ein bisschen aufpassen, dass das Ganze vielleicht nicht so schmutzig wird auf dem Auge. Aber mit ein bisschen Übung funktioniert das, ne? Ich habe ja auch mit euch zusammen geübt. So bin ich zum Schminken gekommen. Das hier ist eine Palette, die auch wunderschön ist. Achso, das hier war übrigens die 070 Elegant Kaki Look. Passt auf jeden Fall. Hier habe ich jetzt die 010 Golden Nude Look. Ein absoluter Klassiker. Also ist natürlich inspiriert von, wissen wir alle, aber eine sehr, 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 sehr schöne Palette, mit der man halt einen easy peasy Alltagslook schminken kann und auch eine gute Reisepalette, wenn man halt auch irgendwie mal einen glamouröseren Look mit dabei haben möchte. Hier würde ich sagen, gucken wir uns den Goldton einfach mal an. Genau, und dann hast du halt hier so einen schönen Ton für auf dem Auge drauf. Das ist das Inner Corner Highlight, ein Settington oder Ausblendeton, ein Verdunklungston und ein Linerton oder noch dunkler Machtton. Nenn es wie du willst. Hier sehen wir auch, dass es doch ein ganz gutes, solides Tönchen ist, ne? Wobei der Swatch jetzt gerade nicht so abgehen wollte, aber das passiert. Nun, ja, sehr schöne Palette, mag ich gerne leiden. Das hier ist eine etwas schwierigere Palette, greife ich eher weniger zu. Ähm, da haben wir die Soft Rose Look Palette und ich glaube auch, dass die mich verlassen wird, denn ich würde diesen Ton hier eher weniger komplett auf meinem ganzen Lid tragen, einfach weil er für mich dafür zu dunkel ist. Wenn ich vor allem auch bedenke, dass ich den hier so in meine Lidfalte gebe, den hier dann so außen zum Verdunkeln, den als Liner oder als nochmal ein bisschen mehr verdunkeln, ne? Passt für mich dieser Ton hier einfach nicht so gut zu. Dafür ist er mir einfach zu dunkel. Auch wenn die Konsistenz wieder so fantastisch ist und das einfach ein sehr schöner Ton ist, also auch ein ganz toller altgoldener Ton fast schon, ne? Ja, der ist einfach... Oh, guckt euch das an! Der geht auch richtig lang, ne? Also der ist sehr, 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 sehr gut. Deswegen ist diese Palette auch immer wieder geblieben, weil die Qualität so gut ist. Aber ich greife zu ihr am allerwenigsten. Ja, da haben wir jetzt einmal die Neuauflage davon quasi. Wow, in der Box nennt sich das Schätzlein jetzt mittlerweile Peach Perfect. Auch das ist ein sehr schöner, sehr schöne Farbkonstellation. Offensichtlich habe ich da noch nicht allzu sehr zugegriffen. Ich glaube, ich habe nur diesen Ton einmal verwendet. Und ansonsten diese Töne total vernachlässigt, was sehr, sehr schade ist. Also da muss ich noch ein bisschen mit rumspielen. Das, was hier einfach ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir hier vier Schimmertöne haben und nur einen Mattenton. Ich glaube, das hat mich bislang immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich gucke mir jetzt mal den dunkelsten Ton nochmal an. Ich meine auch, dass es ein Schimmerton ist. Der fühlt sich nämlich auch sehr, sehr cremig an. Ja, die ist eigentlich wunderschön. Ich merke selber, dass ich nicht so wirklich zu ihr greife. Das kann schon was, ne? Das kann schon was. Ich glaube, ich werde sie aussortieren. Ja. Und weiter geht die wilde Reise. Ein bisschen Catrice habe ich hier noch. Da habe ich hier einmal die Blossom Glow Eye & Cheek Palette. Ich persönlich mag die andere Variante davon etwas lieber, weil mir die hier einfach ein bisschen zu kühl ist von den Lidschatten her. Aber mir persönlich passen hier die beiden Base-Töne einfach besser. Genau. Also damit kann man auch einen sehr schönen, romantischen Look schminken. Und ich finde sie einfach praktisch, weswegen diese Palette auch bleiben wird. Der Highlighter ist hammermäßig geil. Ich finde den großartig. Den Blush mag ich auch von der Farbe sehr, sehr gerne. Wir gucken uns jetzt mal den Magnolienton an. Also das kannst du halt easy peasy auch aufs Auge machen. Rose Gold, hallo. Und den setze ich mir hier mal hin. Also der ist auch sehr schön weich und lässt sich also sehr gut verarbeiten. Das ist eine schöne Palette, wobei ich da die andere Variante mehr mag. Die habe ich jetzt aktuell nicht da, weil ich die an eine, also eigentlich an meine Schwester und dann quasi an meine Nichte weitergegeben habe. Diese Palette ist der Wahnsinn. Also Catrice hat hier mit Jenny, findet ihr auf Instagram mittlerweile, Jennifer Shijaro oder so heißt sie, eine richtig tolle Palette rausgebracht. Dieser Offshore war so krass beliebt und das vollkommen zu Recht. Ich hatte die auch sogar mal mit dem Urlaub mit dabei. Kann man so tolle Loks damit schminken. Ich persönlich hätte mir den Selini etwas heller gewünscht, weil so kann ich den hier nicht in meinem Innenwinkel verwenden. Der ist einfach zu dunkel. Aber ist der Hammer. Wenn ich diese Palette verwende und diesen Ton auf meinem Lied trage, fragt ihr mich jedes Mal, was ich verwendet habe. Das ist echt krass. Also das ist einfach hammermäßig, wie dieser Ton alleine schon abgeht. Haben wir eben auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist halt so ähnlich wie viele andere, die man so kennt. Aber hier ist einfach die Konstellation so wunderschön. Auch mit diesem Self-Love. Also das passt so gut hier mit rein. Dieses kühle, wunderschöne Palette. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier eine Limited Edition und zwar eine relativ neue. Diese Gem-Irgendwas-Geschichte. My Jewels, My Rules. Genau. Wunderschön von der Verpackung her. Haben wir wahrscheinlich auch schon alle mal so irgendwie bei Revolution zum Beispiel gesehen. So schaut sie aus. Die ist von der Qualität um Längen besser, als wie sie aussieht. Als wie sagt man nicht. Ich weiß. Aber das ist einfach, ja, die Qualität. Also die sieht so wild aus. Aber als ich die auch verwendet habe, hat sie mir so viel Freude bereitet. Das ist richtig toll. Deswegen bleibt sie auch auf jeden Fall. Und hier haben wir auch wieder so einen wunderschönen Folienton. Richtig schöner Goldton. Also da hat Catrice auch wieder eine krasse Quali rausgehauen. Und das mag ich einfach gerne. Die möchte auf jeden Fall noch öfters verwendet werden. Hätten die da andere Fähnchen reingemacht? Ganz ehrlich. Ich glaube, viel mehr Leute hätten es gefeiert. Bin ich ganz, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich hier eine Palette von Catrice. Die war auch mit einem Sortiments-Update rausgekommen. Ich finde das Verpackungs-Design einfach furchtbar. Ich finde die Töne schön. Auf jeden Fall. Dieses Pacific Coast kannst du als Liner verwenden. Ist aber nicht ganz so mein Vibe. Die Töne, ja. Sind schon eine coole Nummer. Aber wie ihr seht, das ist jetzt auch nicht so der Hammer, wenn man... Also nee. Das können die besser. Das heißt, diese Palette geht. Hier haben wir eine Limited Edition. Und zwar mit dem Nussknacker. Genau. Die ist auch schon ein bisschen älter. Aber die Magic Christmas Story Eyeshadow Palette, die gab es jetzt auch noch eine ganze Zeit zu kaufen. War nicht ganz so beliebt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also die Farbkonstellation ist jetzt auch nicht so der ultimative Burner. Wenn man die auf den Augen hat, ist sie schon knallebunt, ne? Ich glaube, dass ich diese Palette auch sehr gut in anderen Paletten wiederfinde. Weswegen ich die hier jetzt auch aussortieren werde. Wir haben hier eine richtig geile Qualität von den Schimmertönen. Auf jeden Fall. Also ich liebe es auch, dass die Fändchen so schön groß sind, dass man da gut reinkommt. Und ich meine, guck dir dieses Königsblau an. Das ist schon krass. Das haben die schon gut hinbekommen, ne? Ja, nee, sie geht weiter. Sie geht weiter. Die Bronze Away to Panama. Genau, ist das hier. Das war auch eine Limited Edition. Die ist auch wundervoll. Wenn man den Türkiston nicht mit dabei hätte, wäre es eine absolute langweilige Palette. Ich finde sie von der Qualität halt einfach richtig geil. Aber ich glaube, dass ich die jetzt weitergeben werde. Ja, der Türkiston ist auch nicht mehr so cremig, wie er mittlerweile so ist, wenn die halt Gliedschatten raushauen, ne? Aber es war halt echt schön. Es hat schon Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten. Aber ich glaube einfach, dass sie sehr viel Platz wegnimmt und deswegen einfach auch gehen darf. Dafür behalte ich dann aber sowas. My Little Pony. Das ist einfach eine Palette, die ist relativ zeitgleich rausgekommen mit einer von Natascha Denona, die auch sehr in die pastellige Richtung geht. Ich finde es einfach süß. Ich war nie eine von denen, die My Little Ponies hatte. Ich hatte nie eins tatsächlich. Ich habe selber geritten, aber ich habe nie einen My Little Pony besessen. Und deswegen ist es halt so ein bisschen Nostalgie von damals. Es ist eine süße Palette, oder? Sag mal. Die knallt nicht so auf dem Auge. Die ist jetzt nicht so schreiend oder so. Aber das soll sie auch gar nicht sein. Zielgruppentechnisch richtet sie sich nämlich eher so an die jüngere Generation. Und da finde ich, passt es auch vollkommen. Und immer, wenn ich sie verwende, muss ich einfach lächeln. Hier haben wir einen wirklich wunderschönen, hellen Lavendelton. Auch das ist eine gute Qualität. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Die darf auf jeden Fall bleiben. Hat Catrice toll gemacht. Dann habe ich hier eine Rainforest Haze Palette. Die habe ich mir damals, glaube ich, auf der Glow gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Das war nämlich irgendwie Online-Exclusive, wo aber keiner groß drüber geredet hat. Wir haben hier sehr schöne Grüntöne drin. Die Schimmertöne sind wahnsinnig cool. Die Matten Töne nicht so viel vorhanden. Da hätten sie sich auch entscheiden können. Entweder oder und dann vielleicht noch ein hellgrün oder so mit reinpacken. Wir gucken uns mal den Waterfall an. Das ist jetzt keine Palette, die umwerfend ist, aber auch keine, die schlecht ist. Da ich jetzt halt zum Beispiel bei Beauty Bay die Earthy Palette habe, brauche ich diese Palette nicht. Auch wenn ich es großartig finde, dass wir mit Exotic hier auch einen schönen hellen Schimmerton drin haben. Und dass alle Töne für sich auch wunderschön sind und sie mich an die Glow erinnert. Aber nein. Hier haben wir eine relativ neue Limited Edition. Winnie the Pooh ist hier die Palette, die auch bei mir bleiben durfte von Catrice, Ferkel und IA. Das ist auch eine süße lila Palette. Die basht einen jetzt nicht so vom Hocker, aber sie erinnert mich schon so ein bisschen an meine Kindheit. Und ich finde das irgendwie dieses Freundschaftsthema so schön. Eigentlich auch super schade, wenn man drüber nachdenkt, dass ja im Prinzip jedes dieser Tiere eine Krankheit, eine psychische Krankheit ja auch in dem Sinne widerspiegelt. Ja, eigentlich so die Geschichte hinter Winnie the Pooh ist so traurig. Ich muss eigentlich immer so heulen. Trotzdem ist es irgendwie total schön. Die Palette ist einfach eine Herzenspalette, um das mal so zu sagen. Deswegen möchte ich sie jetzt erstmal noch behalten. Ich weiß nicht, ob ich sie für ewig behalten werde. Das ist auch so ein abgefahrener Ton, matter Ton mit so Glitzer mit drin. Ihr seht, es ist eigentlich, wenn man es aufträgt, Glitzer. Es ist kein wirklicher Ton. Also die Qualität ist jetzt nicht so abgefahren oder so, aber ich finde einfach diese Message davon so schön. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen bleibt sie. Und ich habe ja echt viel aussortiert. Bleibt die Belle Palette? Nein, die geht jetzt auch. Hier sind wir jetzt bei einer sündhaft teuren Palette. Und zwar ist es von Chante Kai die Wild Meadows Eye Quartett Palette. Ganze zwei Gramm haben wir hier drin. Ja, ne? Das ist einfach ein sündhaft teures Schätzelein. Eigentlich habe ich diese Töne safe in meiner Sammlung schon drin. Aber irgendwie finde ich sie schön. Irgendwie mag ich dieses Luxusfeeling, wenn ich sie verwende. Ganz ehrlich, die Töne fühlen sich auch fantastisch an. Man kann auch was sehr Schönes mit schminken. Es ist absolut nicht den Preis gerechtfertigt. Seien wir mal ehrlich. Aber trotzdem, es ist schon eine feine Kiste. Auf jeden Fall ist es eine schöne Palette, die auch gerne einen Platz in meiner Sammlung bekommt. Dann habe ich hier allerhand von, allerhand ist gut, vier Paletten von Charlotte Tilbury. Da schauen wir uns zuallererst mal diese an. Die habe ich auch mal in einem Instagram-Lights mit euch verwendet. Und ich finde sie fantastisch. The Beautyverse Palette ist das. Die ist teuer. Keine Frage. Ich finde sie schön. Ich habe sie mir selber gekauft. Und finde auch, dass man damit sehr, sehr schöne Looks schminken kann. Und ich meine auch, ja, das hier war der richtige Bangerton auf jeden Fall. Also da ging die Party richtig ab. Ganz ehrlich, wenn du so eine teure Palette machst, dann lass doch irgendwie hier Namen rein. Hinten stehen Namen drauf, aber wer will sie denn immer umdrehen? Ein wunderschöner, hellblau-silberner Schimmerton. Eieiei. Der ist schon geil, ne? Der ist schon, der kann was. Der kann definitiv was. Konstellation. Joa, kann man so machen. Ist jetzt nicht so der absolute Oberknaller. Auch manche Töne davon finde ich ein bisschen trocken. Aber man kann da schön was mit zaubern. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, rennt los und holt euch die. Aber es ist eine schöne Palette. Huch, wenn man sie hat, auf jeden Fall verwenden. Dann habe ich hier so drei von den Quattros. Einmal habe ich die Xa Agar Eyes Palette. Das sind vier Töne hier drin. Das ist einfach so eine ganz entspannte Nude Palette, mit der man auch einfach schnell so einen Alltagslook schminken kann. Die kann ich mir auch gut einfach vorstellen, dass wenn man sich jeden Tag schminkt, dass man sich das hinstellt, weil es einfach schnell funktioniert. Ja, no brainer mehr oder weniger. Funktioniert ganz gut. Ist aber jetzt nicht so von überragender Qualität. Ich finde ehrlich gesagt sogar die Preise für diese Quattros frech. Ganz ehrlich, für das, was man da bekommt, auf jeden Fall. Trotzdem eine schöne Palette. Dann habe ich hier, äh, Moment. Hä? Zweimal? Ah, die habe ich zweimal. Das ist ja was. Verrückt. Ja, die habe ich auch schon ein paar Mal öfter verwendet. Läuft. Okay, das heißt, die hier wird dann aber auf jeden Fall aussortiert, weil ich brauche sie ja definitiv nur einmal. Hammer. Dann habe ich hier die Pillow Talk Dreams Luxury Palette. Die war in deinem Adventskalender drin. Und, äh, die habe ich auch noch gar nicht verwendet. Die war jetzt bis vor kurzem noch in meinem Teste-mich-Auss-Schränkchen-Adventskalender-Produkte. Und jetzt kann sie so langsam mal, äh, in meine ganz normale Sammlung einfließen. Die Luxury Palette. Uh, mal gucken, wie Luxury du bist. Es ist halt eine ganz normale Quattro-Geschichte, ne? Auch da kannst du genauso wie mit dem anderen Quattro einen schönen Look schminken, wobei du hier halt zwei matte Töne hast. Das ist wundervoll, ne? Können wir uns ja mal die matten Töne angucken oder einen mattenton vor allem. Das ist halt einfach ein braun, ne? Ja, der ist aber schön. Und Charlotte Tilbury hat halt auch eine gute Qualität in den mattentönen. Da kann man wohl mit arbeiten. Aber wie gesagt, wenn man sich halt nur eine Nude-Palette holen wollen würde, wäre das jetzt nicht unbedingt das, wo ich sagen würde, rennt los und holt euch das für das Geld. Ich habe von der lieben Corinne diese Palette mal geschenkt gekriegt. Ich traue mich nicht, sie zu verwenden. Ich bin ganz ehrlich. Das heißt, es wird jetzt auch das erste Mal sein mit euch zusammen, dass ich dann auch mit meinem Fingerchen reingehe. Denn sie hat diese Palette bei der lieben Nicole vom Kanal Schikidas Place gesehen. Wunderschön. Schaut euch das an. Das ist so eine schöne Palette. Und das ist eine neutrale Palette, die ich auch super gerne so behalten wollen würde. Um es mal ganz ehrlich zu sagen. Steht hier irgendwie drauf, wie die heißt. Baroque Angel. Keine Ahnung. Also sie ist auf jeden Fall extrem schön mit diesen Pressings da drin. Hier haben wir auch dieses crazy Ding, dass da quasi diese Glitzerpigmente mit drin sind. Wir schauen uns da jetzt aber einfach mal einen Ton von an. Und ich glaube, es tut am wenigsten weh, wenn ich in einen matten Ton reingehe. Seid freundlich. Also habt Mitleid mit mir. Ich will noch nicht die Schimmertöne so angreifen. Super weich. Super, super weich. Fühlt sich sehr gut an. Das ist so ein bräunlicher, ja, ein Ockerton ist das einfach. Und da kannst du natürlich auch einen wunderschönen Nude-Look mitschminken. Und ich glaube, dass man einfach mit dieser Palette seine Freude haben wird. Einfach weil sie so schön ist und man immer lächeln wird, wenn man sie anschaut. Vielen Dank, liebe Corinne. Ich freue mich da sehr drüber. Auch diese Lidschattenpalette hatten wir mal in einer Adventskalendergeschichte drin. CRT London, I'm a Roman, what's your super power? Und da sind halt die famous ladies der Geschichte aufgeführt. Eine sehr hübsche Palette, die jetzt nicht so schreiend ist, aber sie hat eine echt gute Qualität, muss ich sagen. Genau, welchen gucken wir uns denn an? Also ich weiß, dass dieser Ella Fitzgerald sehr schön ist, aber wir gucken mal Emilia Robinson, was die so kann. Weil solche Bären-Töne ja meistens auch etwas schwieriger unterwegs sind. Viele von euch werden die sicherlich irgendwie bei sich in der Sammlung haben. Verwendet sie. Also es ist eine gute Palette, die jetzt nicht so krass von der Qualität ist, auch nicht krass von den Farben ist. Aber sie ist solide. Es ist eine schöne Alltagspalette. Man kann da tolle Looks mit schminken. Und es macht Spaß. Definitiv. Im Laufe der Zeit haben sich doch allerhand Colourpop-Paletten bei mir angesammelt. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Sie fahren hier einmal kurz durchs Bild. Es sind doch wirklich einige, ne? Hier habe ich zum einen die Limoncello-Palette. Die sieht so aus. Das ist eine hübsche Farbkonstellation, muss man wirklich sagen. Ich mag dieses Gelb und das Grün hatten wir ja schon mal. Auch in Kombination mit dem Blau ist es eine echt hübsche Sache. Vor allem, wenn man sich zum Beispiel diesen Amalfi einfach in die Lidfalte gibt. Außen La Festa. Vielleicht dann unten auch ein bisschen noch von dem La Festa und mit Festa etwas verdunkeln. Aufs Lid gibt man sich Serenade und Capri nach außen. Wunderschöner Sommerlook. Wirklich, wirklich hübsch. Hier hätte auch wieder der Touring etwas dunkler sein können. Für mein persönliches Bedürfnis, ne? Ich finde auch, dass die Qualität von dieser Palette sehr schön ist. Und man sich die definitiv angucken kann. Ich weiß nicht, ob sie noch im Standardsortiment von Colourpop verfügbar ist. Und ich sage es ja auch immer wieder. Colourpop ist auch gar nicht so wild vom Shipping her, wie man so denkt. Man sollte sich im Vorfeld halt so ein bisschen das Ganze umrechnen. Dann kommen auf die Sachen, die man halt dort bestellt, 20% Zollgebühren drauf. Plus 6 Euro, die man an DHL bezahlt. Dann hast du den Preis. Aber ich finde, es ist trotzdem immer noch eine erschwingliche Geschichte. Immer noch eine gute Sache. Und in Amerika ist es, glaube ich, eine ganz normale Drogeriemarke. Dann habe ich die Snowmatch One Palette Hello Kitty. Die habe ich von Marion mal geschenkt gekriegt. Und ich finde sie wunderschön. Also das ist eine ganz, 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 ganz hübsche Palette. Auch hier fehlt mir natürlich mein helles Inner Corner. Ist aber gar kein Problem. Meistens hat man ja eigentlich einen Highlighter zur Hand, ne? Das muss man ja auch wirklich an dieser Stelle mal sagen. Es ist ja auch total in sich ein buntes Inner Corner zu machen. Das kann man ja auch tun. Es ist eher so ein Topper. Man kann den aber auch mit einem Glitterglue etwas mehr aufbauen, sodass man den halt schon intensiv auf dem Auge sieht. Süße Palette, oder? Ich finde sie cool. Dann habe ich hier die Charm School Palette. Diese war, glaube ich, mal irgendwo in der Mystery Box mit drin. Die schaut so aus. Eine eher kühle Palette, die meiner Meinung nach auch ein bisschen an die Sultry Palette angelehnt sein könnte. Hier liebe ich natürlich den Ton, den Triggy. Gar keine Frage, ne? Auch sehr schön ist dieser Ton hier. Ach, die fühlen sich aber so weich an, Leute. Das ist absolut cool. Der ist nämlich so ein bisschen auch kühler, gräulicher abgefahren. Hat auch ein bisschen was Grünliches mit drin. Der ist schon cool, ne? Also nicht so diese Duochrome-Geschichten, die wir ja sonst vielleicht öfters mal gesehen haben. Die Palette sieht von außen wunderschön aus. Die hat wunderschöne Töne von innen. Finde ich klasse. Eine tolle Cool-Tone-Palette. Und hier haben wir die Star Wars Mandalorian Palette The Child. Ich weiß nicht, ob ich mir die selber gekauft habe oder ob Maria mir die geschenkt hat. Sie ist auf jeden Fall wundervoll. Mega nachvollziehbar, dass diese Palette auch ständig ausverkauft ist. War wie auch immer. Aber sie kommt meines Wissens nach auch immer wieder rein. Man muss immer ein bisschen bangen und hoffen, dass die Paletten auch heile ankommen, weil die Farben halt auch, also vor allem die Schimmertöne, sehr soft gepresst sind, ne? Aber nicht so soft wie Anastasia Beverly Hills. Die sind halt hammermäßig von der Qualität, ne? Also wenn die Paletten ankommen und da ein Ton rausgebrochen sein sollte, kann man die easy wieder zurück machen. Das ist kein Problem. Also vor allem mit den Schimmertönen, ne? Eine sehr hübsche Palette. Die ist toll. Dann habe ich hier eine relativ neu bei mir eingezogene On Cloud Blue. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht so intensiv verwendet. Doch, die hatte ich in einem Full-Face Beauty Box mit euch mal verwendet. Die ist abgefahren. Also da habe ich auch einen richtig schönen Look mit geschminkt, wo ich jedes Mal, wenn ich dann auch die Film, ähm, die, die, doch die Filmaufnahmen dazu gesehen habe, ich habe es nämlich nachher noch ein paar andere Videos gedreht. Ich fand den Look so geil. Da habe ich vor allem diesen Play-In verwendet. Ja, den nehme ich jetzt auch. Die Light ist ein bisschen gröber, aber auch wunderschön auf dem Auge. Also die kann man sich auf jeden Fall angucken. Eine richtig schöne blaue Palette. Sehr geiles Blau. Muss ich, also guckt euch das an. Das leuchtet auch so richtig, ne? Das hat einen schönen Weißanteil auch mit dabei. Und damit kommt der Ton auch nicht so super pastellig auf dem Auge zur Geltung, sondern knallt. Das mag ich. Und dann habe ich hier die, ach, die liebe ich ja auch, ne? Die Tinkerbell-Palette. Die habe ich auf jeden Fall von Marion geschenkt gekriegt. Sprinkle a little magic. Ich mag es einfach. Ich finde, Tinkerbell ist eine ganz tolle Figur und die findet man einfach viel zu selten auch auf den Paletten. Schön, ne? Also wieder grün hier, ne? Meine grüne Kombi. Hallo, hier bin ich. Ich mag es ganz gerne. Das ist einfach Hammer. Das ist ein ganz toller Grünton. Richtig satt. Und da hat man doch seine Freude mit. Schade, dass sowas halt nicht ganz normal in Deutschland verfügbar ist, sondern dass man dafür in Amerika bestellen muss. Denn ich finde, Colourpop hat echt eine gute Qualität. Und mittlerweile hauen die auch nicht mehr so exzessiv die neuen Produkte raus. Hier habe ich jetzt die Glowgetter-Palette, die vorne ja so diese Motte, sage ich mal, mit drauf hat. Das ist eine eher kühle Palette, die aber auch sehr schöne Töne hat. Also schon auch sehr, sehr ansprechend für mich. Da können wir uns ja mal diesen hier angucken. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt bei mir bleiben wird. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Also auch wieder eine geile Qualität. Aber es ist jetzt nicht so abgefahren von der Farbkonstellation, dass ich sagen würde, ich brauche sie unbedingt in meiner Sammlung. Also ich muss ja auch zusehen, dass ich das Ganze ein bisschen, ein bisschen wieder runterfahre. Und deswegen die Palette mich jetzt auch verlassen wird, habe ich jetzt gerade entschieden. So schön, wie sie ist. Dann habe ich hier die SoM Elemental Palette. Das ist eine ganz neue Palette, die ist jetzt auch neu bei Colourpop eingezogen. Hatte ich bestellt, habe ich verwendet. Habe mich direkt schockverliebt. Die ist schon vergleichbar mit der So Cloud Blue, aber das ist quasi ihre kühle Schwester. Habe ich letztens in einem Reel abgefilmt. Ich finde tatsächlich die Cloud Blue Palette noch schöner. Aber das hier ist auch eine absolut solide Palette. Da merkt man halt einfach, dass da schon Qualität am Start ist. Auch Krübel, ne? Auch wenn man bei Colourpop mit Krübelparty aufpassen muss. Aber du hast halt wirklich schöne Farben. Es macht Freude, sie zu verwenden. Ich mag diese Konstellation und so. Also das ist schon schön. Die bleibt jetzt erstmal. Dann habe ich hier eine und zwar die Alice in Wonderland Palette. Die hatte ich mir, glaube ich, im selben Zuge gekauft, wie auch die Nevitian Kollektion, wovon ich ja schon ein bisschen enttäuscht war. Hier war ich dann tatsächlich positiv überrascht, dass die doch so gut funktioniert hat. Alice in Wonderland finde ich eigentlich, oder Alice in Wonderland, finde ich jetzt auch ein schöner Film. Hier haben wir einmal die Töne und die sind fantastisch. Also damit kann man so schöne Looks schminken. Das ist eine sehr ansprechende Palette. Das einzige, was mir persönlich hier nochmal gefehlt hätte, wäre halt irgendwie ein Gelb oder ein Gold. Aber hey, das ist ja mal auf sehr hohem Niveau. Mit Down the Rabbit Hole haben wir hier auch wieder einen Ton mit am Start, der einfach so geil ist. Und wenn ich den auch trage, ist es genauso wie mit solchen Tönen. Da sprecht die mich drauf an. Was trägst du auf deinem Auge? Was ist das, ne? Also das ist schon vergleichbar, aber es ist nicht der gleiche. Wundervoll. Wirklich wundervoll, ne? Also das ist halt von der Charlotte Tilbury Palette, das ist schon etwas intensiver. Aber das ist auch... Hier hast du dieses Türkis oder mintgrün ist es, Entschuldigung, mit dem Gold Shift auch mit drin, ne? Also eine wundervolle Palette. Und hier habe ich eigentlich die Umverpackung wegen diesem Rabbit Hole aufbewahrt. Beziehungsweise wegen dem Schlüsselloch. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Nee. Das nimmt alles nur Platz weg. Und ich finde, wenn ich so eine Umverpackung drum habe, greife ich viel weniger zu den Paletten. Dann habe ich hier die So Very Lovey Palette. Die ist auch schön, aber halt nicht so mega abgefahren, ne? Müssen wir mal gucken. Hier können wir uns ja mal diesen Blas-Lila-Ton anschauen. Also wirklich auch eine schöne Palette, die man auch sicherlich gut zum Reisen so mitnehmen kann. Ja, aber da habe ich halt andere Colourpop-Paletten, die ich einfach mehr feiere. Deswegen wird die jetzt weitergegeben. Dann habe ich hier eine, die war in einer meiner ersten Colourpop-Mystery-Boxen drin. Und die hat halt auch eine richtig schwere Qualität. Plush Like Me. Dann haben wir hier auch dieses Geflockte, was ich so schön finde. Also die sieht wunderschön aus. Die Farben sind halt wirklich eher zurückhaltend, ne? Das ist eine sehr zurückhaltende Palette, ja. Aber die Qualität ist halt schon wieder so richtig schön, ne? Aber es ist jetzt nichts mega Abgefahrenes von der Farbkonstellation. Und wenn ich sie halt im Regal sehe, denke ich immer eher so an eine bärige Geschichte. Und die habe ich halt hier eher weniger drin. Ich glaube, ich gebe sie weiter. Hier haben wir auch wieder eine Palette, die ich eingepackt habe. Die habe ich, glaube ich, von... Habe ich die nicht auch von Marion bekommen? Ich meine schon. Oder ich habe sie mir selber bestellt. Da bin ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ja, Malibu-Babi-Palette, ne? Die ist neu. Die ist unbenutzt und möchte gerne verwendet werden. Wunderschöne Farben. Ich glaube auch, dass ich sie behalten werde. Kam halt so diesem ganzen Barbie-Core raus, ne? Und hier schauen wir uns mal das Türkis an. Ja, das fasst sich schön an. Ja, das strahlt. Das ist schon meins, ne? Das ist meins. Definitiv. Die darf bleiben. Und ich glaube, die Kombination von Türkis und Pink mit Gelb ist, glaube ich, der Hammer. Und deswegen bleibt sie. Dann habe ich eine mir selber gekauft. Und das ist eigentlich so schade. Warum machen die das? Ich meine, klar, es ist ganz witzig mit diesen Umverpackungen. Dann nimmst du es raus und dann ist es quasi anders. Aber die Holidays, Holidays, Holidays Limited Edition fand ich auch mega. Ich bin sehr, sehr traurig, dass ich die Rainy Deer Palette nicht bekommen habe letztes Jahr. Da war ich ein bisschen zu spät. Hier haben wir nämlich, wie es dann ohne diesen Vorhang aussieht, was auch schön ist. Man braucht den Vorhang nicht. Nein, Claudi, das musst du eigentlich nicht aufbewahren. Und die ist richtig geil. Meine Güte, ich liebe es, dass sie so bunt ist. Ich liebe die Qualität. Und es macht einfach Spaß. Der Festiv dreht sich im Pfändchen. Ist auch ein bisschen gröber. Das sieht man auch. Da muss man halt wirklich, genauso wie bei vielen anderen Geschichten, mit dem Glitterglue arbeiten. Dann funktioniert das schon. Und hier sehen wir aber auch, dass das wirklich so sehr grob ist. Aber wir haben ja auch etwas feinere Töne mit drin. Und das ist schon eine schöne Palette, die Spaß macht. Und ich mag die Muppets. Ich habe sie als Kind, glaube ich, nicht wirklich geguckt. Klar, Sesamstraße habe ich schon geschaut. Aber die Muppets selber halt nicht wirklich. Ich glaube, meine Eltern waren da einfach nicht so intuit. Habe ich dann durch meinen Freund kennengelernt. Und dann habe ich hier noch die Harry Potter Palette. Auch hier haben die das so cool gemacht, dass man hier dieses Hogwarts-Schloss hat. Und auch mit dem Wappen. Und ja, dann muss man sie halt rausnehmen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Die ist unbenutzt. Ich schäme mich. Und sie ist wunderschön. Ja, ich nehme jetzt auch endlich mal hier den Schuber weg und so, dass ich da auch einfach mehr zugreife. Ich meine, wie wunderschön ist diese Palette. Wie geil sind diese Farben. Das ist einfach so ein richtiger Must-Have für, in Anführungsstrichen, meine Generation. Weil ich bin mit Harry Potter zur Schule gegangen quasi. Und hammermäßig ist die Qualität schön. Da kommt Freude auf. Das macht mir Freude. Auch hier haben wir etwas gröbere Geschichten drin. Wie hier bei Forbidden Forest zum Beispiel. Aber auch so ein bisschen was Abgefahrenes hier. Mit den marmorierten, schöne matte Töne mit dabei. Und hier bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die auch sehr gut auf dem Auge performen wird. Und ja, darüber freue ich mich einfach. Wie ein kleines Kind. Hier habe ich meine wundervollen Schätze von Cosmic Brushes. Und ich kann euch immer wieder nur empfehlen, dort vorbeizuschauen. Weil die haben eine hammermäßige Qualität, ne? Die sind immer relativ schnell ausverkauft. Sind aber immer mal wieder auch im Restock und so. Schaut da einfach auf deren Instagram-Kanal vorbei. Die Winter Wonderland Palette ist, glaube ich, die neueste, die ich jetzt hier habe. Die habe ich auch letztens verwendet. Und oh mein Gott, ich war so verliebt wieder. Die ist on point. Also die, 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 die Mattentöne sind krass. Die Schimmertöne sind teilweise Duo-Chrome. Und einfach so eine großartige Konstellation von Farben, Leute. Das macht einfach Spaß. Und das ist einfach Indie-Brand, ne? Das ist Make-up, was, was ich einfach auch so für mich privat sehr gerne nutze. Das ist so ein richtiger, folierter Duo-Chrome-Ton. Schaut euch den an. Den habe ich dann auch getragen. Und ihr habt ihn sehr gefeiert, tatsächlich. Und ja, das ist auch zum bezahlbaren Preis. Ich glaube, das ist unter 40 Euro kosten die auf jeden Fall, ne? So schaut das aus. Man muss dann vielleicht einfach mal gucken, dass da gerade kein Shipping ist oder so. Oder man tut sich mit ein paar Leuten zusammen, dass man diese Freihausgrenze erreicht. Mega. Also abgefahrene Palette, abgefahrene Marke. Die Serenity Palette finde ich auch so geil. Das ist so eine richtig schreiende Palette. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde sie einfach hammer, 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 hammer schön. Und ich greife da unheimlich gerne zu. Dieser Opal ist eher so ein topper Ton. Ansonsten richtig krass pigmentierte Geschichten. Da gucken wir uns mal den Echo an. Und der strahlt halt auch auf dem Auge. Du hast hier nicht so ein pastelles Gedönsen, sondern das ist schon, das ist schon was, ne? Das ist ein matter Ton. Der ist nicht zum Spaß hier. Damit kann man einfach so geile Looks schminken. Das macht Freude, Leute. Ich kann es nicht anders sagen, schaut dort definitiv mal vorbei. Hatte ich jetzt, glaube ich, auch nicht, nee, hatte ich nicht mit Zoll oder sowas zu tun, ne? Das ist ganz entspannt. Die Delicious Delights habe ich hier auch noch, auch eine relativ neue Geschichte, glaube ich. Schaut so aus. Das sind halt Paletten, die schreien meinen Namen. Also wirklich, wenn ich die nur sehe, dann denke ich mir, ja, das ist, wir kommen zusammen, mein Freund. Das ist überhaupt kein Problem. So ein paar zurückhaltende Farben mit Minty, Milkshake und Sweetie, die aber auf dem Auge definitiv nicht zurückhaltend sind. Und dann kommt sowas wie Sprinkles um die Ecke. Ich merke es einfach, wenn ich reingehe, es fühlt sich an, als würde ich ein Seidenkissen streicheln. Das ist der Hammer. Ich meine, was ist das? Das ist, das ist einfach krass. Diese, dieser Schiff, der da auch mit dabei ist. Oh, das ist wie flüssig hier auf meinem Arm. Guck mal, wie der abgeht. Wie ein Zäpfchen. Das ist Liebe, wirklich. Also Leute, die solche Paletten in solcher Qualität konzipieren, lieben Make-up und machen das halt auch für Make-up-Lover. Dann habe ich hier die Muse-Palette. Ich glaube, das ist die älteste, so, die ich von Cosmic Brushes habe, meine ich. Die ist auch ein bisschen zurückhaltender, aber nicht weniger bunt, um das mal so zu sagen. Hier haben wir aber weniger von diesen Duochromes drin. Trotzdem aber eine richtig geile Palette, zu der ich einfach viel zu selten gegriffen habe. Liegt wahrscheinlich daran, dass es eher eine Herbstpalette ist und, ja, keine Ahnung, ich deswegen halt nicht dazu gegriffen habe. Wir schauen uns mal diesen wundervollen Amethyst-Ton an. Der fühlt sich jetzt nicht so geil an, wie das, was ich gerade auf dem Finger hatte. Cosmic Brushes hat sich jetzt natürlich auch im Laufe der Zeit weiterentwickelt, aber trotzdem ist es eine schöne Palette. Auch das ist ein solider Ton, würde ich mal so sagen. Kann man definitiv machen. Ist sehr stabil, das Ganze. Nein, finde ich wundervoll und es macht mir einfach Freude, wenn ich sie aufmache. Und das Ding ist, dass das hier tatsächlich die Palette von den Cosmic Brushes Paletten ist, wo ich am wenigsten zugreife und die mir auch so am wenigsten in den Sinn kommt. Dann habe ich hier Denisa Myricks. Da schauen wir uns mal die beiden Groundwork-Paletten an, die ich hier habe. Hätte ich sie mir gekauft, wenn ich nicht die Kooperation mit Purish gehabt hätte? Nein, bin ich ehrlich. Das ist halt etwas für ausgefallenere Geschichten. Wenn man halt auch einfach, ja, Paletten miteinander kombiniert und auch ein bisschen mit Farben spielt und so weiter. Da kommt sowas in das Make-up-Game. Weil wir haben hier die Groundwork-Paletten, die wirklich so die Basisarbeit im wahrsten Sinne des Wortes leisten. Und dann haben wir nachher diese beiden Paletten, Denisa Myricks, die Lightwork-Geschichten. Ich finde es sehr, sehr schade, dass sie das aufgeteilt hat und dass sie halt nicht sagt, ich mache eine Kombinationspalette aus so einer Groundwork und einer Lightwork. Das ist wirklich fast schon Geldmache, oder? Wenn du halt das so trennst, also da kannst du doch besser zwei Paletten in so einer Kollektion konzipieren, wo du, ja keine Ahnung, die Hälfte von diesen Tönen mit reinpackst und die Hälfte von den Schimmertönen. Dass man da halt irgendwie, ne, das finde ich einfach cooler. Naja, auf jeden Fall ist das hier die neuere von den beiden. Die kannst du auch als Blush-Palette verwenden. Wir haben hier sowohl cremige Texturen als auch pudrige Texturen drin. Wie gesagt, man kann damit halt schön spielen. Ich verwende dann auch gerne diese cremigen Touren als Base, um sie dann mit der Lightwork zu kombinieren. Funktioniert super. Richtig geil. Da schauen wir uns mal vielleicht den Bliss an. Da habe ich hier nämlich in dem großen Pfändchen die cremige Variante. Und dann swatchen wir einfach direkt daneben dann auch die pudrige Variante. Die haben eine leichte farbliche Unterschiedgeschichte auf dem Finger, aber auch im Pfändchen tatsächlich. Und genau, das kann ich hier mal hinswatchen. Da haben wir hier einmal den cremigen Ton und hier den matten. Die kannst du auch miteinander super krass kombinieren. Ich persönlich kombiniere die halt, wie gesagt, am liebsten mit der Lightwork, weil es am besten funktioniert für mich persönlich. Dann habe ich hier auch noch die Defining Neutrals. Also quasi die Variante, die du als Bronzer, als Augenbrauenpalette, als Linerpalette auch gut verwenden kannst. Und auch da gehe ich jetzt hier mal in diesen Dark rein mit beiden Konstellationen und habe dann hier die Swatches. Genau. Also das ist halt Cream to Powder dann auf dem Auge eher pudrig, beziehungsweise nicht ganz pudrig. Das ist schon eher sticky, sticky base-mäßig, sodass man da halt auch dann super diese Lightwork-Geschichten zu kombinieren kann. Aber wie gesagt, diese Groundwork-Sachen würde ich persönlich nach Freundin nicht unbedingt empfehlen, weil echt teuer. Gar keine Frage. Etwas, was ich aber total feier, sind die Lightwork-Paletten, weswegen ich sie mir damals dann auch so gekauft habe. Das ist sauteuer. Das ist aber auch super abgefahren. Und wenn man sie hat, dann sollte man sie verwenden, verwenden, verwenden. Ansonsten ist es einfach zu schade. Das hier ist einmal die vier. Die ist sehr crazy. Wir haben hier zwei Töne drin, die man mit Wasser aktivieren kann und als Liner verwenden kann. Dann zwei Töne, wo wir quasi ihre Chrome Flakes in gepresster Form drin haben. Und dann haben wir zehn Töne, die man halt quasi als Schimmertöne verwenden kann, die aber auch unterschiedliche Finishes haben. Ich liebe sie alle. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Ultra-Fan von den Linern zum Beispiel. Und ich finde, dass diese beiden mit der Zeit immer trockener werden, leider. Was sehr schade ist tatsächlich. Aber Leute, diese Schimmertöne, die rechtfertigen halt vieles, ne? Wobei, wenn ich mir das angucke und dann den von Cosmic Brushes, dann denke ich mir, hm, ist ja auch ein kleiner Preisunterschied dazwischen. Wobei, das ist halt auch wirklich wieder flüssiges Metall. Das ist einfach Hammer. Und das hält dir so gut auf dem Auge. Für mich persönlich lohnt sich die Palette, aber ich spiele auch sehr viel mit Make-up. Und ich verwende sie auch viel. Ich nehme sie gerne auch immer wieder für Karneval-Looks oder für extravagantere Looks und so weiter. Das ist halt schon mein Vibe. Und hier habe ich dann die Volume 5. Hier habe ich es tatsächlich ein bisschen mehr gefeiert, als sie rausgekommen ist. Eben weil wir hier ausschließlich pudrige Geschichten haben. Also cremig pudrig. Aber halt nichts, wo ich jetzt irgendwie noch was mit Wasser aktivieren muss oder aufpassen muss, dass es im Pfändchen zu trocken wird. Oder, dass ich halt bei der Applikation ein bisschen aufpassen muss. Also hier kann ich tatsächlich ein bisschen mehr mitspielen. Alle Töne sind wundervoll. Manche Töne finde ich fast schon überflüssig, weil ich sie dann doch sehr ähnlich finde, um ehrlich zu sein. Ich finde sie aber trotzdem sehr, sehr geil. Also alle, die hier drin sind. Dieser Evolving ist halt immer so ein Ton, den ich einfach super easy kombiniere, einfach aufs Augenlid mache, mit einem matten Ton kombiniert, bumms völlig aus. Hier sehen wir aber auch definitiv einen Qualitätsunterschied, mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, zu der Vierer-Variante. Da hatten wir halt in den Schimmertönen noch ein bisschen mehr Kabittjes drin. Das ist halt wirklich so. Aber nun, dafür haben wir hier einfach meiner Meinung nach eine Palette, mit der man etwas mehr eskalieren kann, weil sie einem einfach mehr Möglichkeiten bietet. Also wunderschöne Paletten, aber die sind halt extrem pricey. Dann habe ich hier von Dominique Cosmetics auch ein paar Paletten, drei Stück an der Zahl. Da habe ich hier einmal die Transition-Palette. Ist ein bisschen schwierig. Die kannst du ja als alles verwenden. Du hast sie als Base-Palette. Du kannst sie als Blush-Bronzer-Highlight, nee, nicht Highlight, Blush-Bronzer-Augenbrauen-Palette verwenden, als Liner-Palette. Ich muss gestehen, dass ich sie einfach dafür viel zu wenig gerockt habe, um sie dann auch als Base-Palette zu verwenden, wofür ich offensichtlich den Toffee auch sehr intensiv verwendet habe. Hat sie einfach so kleine Pfändchen gehabt, wobei das ja auch kompromisstechnisch eine ganz gute Größe eigentlich ist, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Also ich fahre nicht so tierisch mehr auf diese Palette ab. Ich habe sie, als sie rauskam, hart gefeiert. Aber mittlerweile habe ich einfach Paletten in einer Qualität, die noch besser sind. Wir können uns hier zum Beispiel mal den Ash angucken. Es ist schon eine gute Qualität, ne? Aber es ist halt so, dass ich mittlerweile auch anderes da habe. Da denke ich jetzt auch an meine Luna-Beauty-Paletten, die gleich noch kommen. Wo ich dann eher zugreifen würde. Deswegen, ich glaube, dass ich die aussortiere. Dann habe ich hier von Dominique Cosmetics die Essential Palette. Und das ist halt eine, wo ich sagen würde, das ist so ein Zwischending aus der Transition und dann hast du noch ein bisschen Schimmer mit dabei. Da geht halt einfach ein bisschen mehr. Auch die hat mich jetzt nicht so absolut so im Laufe der Zeit vom Hocker gehauen, weil es ist einfach mal eine Nude-Palette. Und hier auch wieder, Pretty Kid hätte ein bisschen heller sein können, meiner Meinung nach. Dann gucken wir uns einfach mal die Töne an. Die hätten auch ein bisschen cremiger sein können, aber trotzdem ist es eine gute Palette. Wirklich eine schöne Nude-Palette, die man auch gut nehmen kann, wenn man einfach so blind irgendwo greifen möchte, ne? Finde ich persönlich, hat die schon was drauf. Die ist jetzt nicht so abgefahren, mega speziell oder sonst irgendwas. Aber sie ist schön. Genau so ist es halt auch hier bei The Moment, wunderschöne Verpackung. Von innen hätte ich mir irgendwie mehr Blau gewünscht. Ich habe zwar zwei Blautöne bekommen, den Diniero hätte ich mir goldener gewünscht. Der ist nämlich so goldgrün. Einen der beiden Blautöne hätte ich mir gerne in matt gewünscht, so. Und generell hätte ich mir hier gern mehr Blau gewünscht. Aber das ist halt einfach so eine Sache von mir. Muss ja nicht jeder mit Konform gehen. Da schauen wir uns mal den Life of the Party an. Das ist schon ein schöner, schöner, schöner Ton, ne? Richtig toller Tökis-Ton. Und der hat auch schon Kavitiers dahinter. Das ist gar keine Frage. Also das kann auf jeden Fall was. Hat eine absolute Daseinsberechtigung in meiner Sammlung. Dann habe ich hier noch von Douglas mit Ara Lumiere die Eyeshadow-Palette, die per se total schön ist und mich darin erinnert, dass ich einen wunderschönen Shopping-Tag mit meiner Mama hatte, als ich mir die gekauft habe. Ich glaube, in Münster waren wir da. Leider ist die Qualität von dieser Palette nicht so bombastisch. Wobei ich diesen Sparky Pestle großartig finde. Oh, ich feiere ihn. Das ist so eigentlich der Grund, weswegen ich die Palette behalten würde. Das habe ich irgendwie öfters, ne? Dass ich so einen Ton da drin habe und dann ist es meistens auch noch so ein heller Grünton, der mir sagt, behalt mich, behalt mich. Ich werde noch mal ein bisschen mit ihr spielen. Doch. Wir beiden spielen noch miteinander und dann gucken wir mal, ob das noch mit uns ein bisschen länger hält. Dann habe ich hier die Elf-Palette. Das ist halt genau die gleiche Geschichte, ne? Wir haben hier diesen wunderschönen Grünton drin und deswegen möchte ich die Palette eigentlich behalten. Das ist die Sement-Palette. Ich finde die so schön. Jedes Mal, wenn ich die verwende, denke ich mir, oh geil. Bist du schön. Bist du schön. Ja, guckt euch diesen Grünton an. Sie bleibt. Kommen wir zu einem weiteren sehr großen Part. Und zwar habe ich hier meine Essence-Lidschatten-Paletten. Eine, die ich einfach super, super gut finde, ist diese hier. The Rose Edition ist das einmal und das sind neutrale Töne, die vielleicht auch ein bisschen kühl rüberkommen, ne? Diese Lidschatten-Paletten von Essence haben eine mega geile Qualität. Also das muss man wirklich, wirklich sagen. Da können wir uns ja auch mal diesen Rose Gold Ton mal anschauen. Das ist einfach für Druckerie der Hammer, ne? Wirklich, wirklich geil. Und kann ich sehr empfehlen, wenn ihr euch halt auch wirklich solche, ja, neutralen Paletten suchen wollt. Wenn ihr eben genau so eine Palette haben möchtet, auch hier wieder. Dieser Ton hätte etwas heller sein können. Wobei, dafür haben wir diesen Ton. Der ist mir aber ein bisschen zu kühl. Naja, aber an und für sich liebe ich diese Palette. Und deswegen bleibt sie auf jeden Fall. Dann habe ich hier von Essence in Kooperation mit der Lieben Mere die Lidschatten-Palette. Die ist ja ein bisschen anders aufgebaut und schaut einmal so aus. Auch das ist eine sehr, sehr, sehr hübsche Palette, wo ich aber eigentlich viel zu selten zugreife, um ehrlich zu sein. Hier haben wir voll mein Farbschema drin. Also ich weiß wirklich nicht, warum die so wenig verwendet wird von mir. Wunderschön, ne? Ich mag dieses türkis-grünliche, mint, das ist mint, Claudia, das ist nicht türkis. Und ich mag auch dieses neutrale, weil man damit halt einfach sowohl pop-of-color schminken kann, als auch einfach normale Alltags-Looks oder halt auch Day-to-Night-Looks, ne? Ja, wir gucken uns auch hier einfach mal dieses wunderschöne mintgrün an. Das ist halt einfach voll mein Vibe. Das knallt nicht so mega krass, wie man das so bei anderen Paletten heute auch schon gesehen hat, ne? Aber es ist solide, auf jeden Fall. Also das, was ich am liebsten aus der Collection mochte, war definitiv die Lidschatten-Base. Das war der Hammer und, oh mein Gott, ja, das Augenbrauen-Gel, ne? Das war ja voll mein Vibe. Trotzdem, die Palette bleibt, weil ich sie einfach super schön finde. Dann haben wir aus einer relativ neuen Limited Edition hier Timon und Pumba und Simba, die König der Löwen-Lidschatten-Palette. Die finde ich auch eigentlich sehr schön. Ich mag den Film sehr gerne. Die Palette hätte krasser sein können. Das hier ist leider nur ein topper Shade. Das hätte ich mir natürlich intensiver gewünscht. Die schreit nicht so und wenn man halt wirklich, ne, neutraler oder kühler gehen möchte, würde ich definitiv eher zu der greifen. Das hier war aber auch nur eine Limited Edition. Ja, aber wir gucken uns das mal an. Hier habe ich einmal diesen wunderschönen goldenen Ton. Essence macht sich auch immer mehr in Lidschatten. Muss man wirklich auch mal an dieser Stelle erwähnen. Denn das war mal eine ganz, ganz andere Qualität und mittlerweile ist es halt einfach... Es ist wirklich eine gute Qualität, die man sich anschauen kann. Wobei man auch sagen muss, dass die Preise natürlich dementsprechend gestiegen sind. Dann habe ich hier die Welcome to Marrakesch Palette. Ich habe drei von diesen City-Paletten, also von dieser Form. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche... Ja, in anderer Form habe ich auch noch eine. Das ist einmal diese hier hoch. Das ist eine der neueren. Die hat eine erstaunlich gute Qualität gehabt. Das habe ich wirklich cool gefunden. Dementsprechend ist sie dann auch geblieben. Ich greife da aber gar nicht mehr zu, ne? Und dann ist halt echt die Frage, brauche ich die noch? Der Ton ist wunderschön. Auch so ein schönes Schimmer-Rosa-Tönchen. Und guckt euch das mal an, ne? Das ist wirklich eine gute Qualität. Das ist aber eher so eine Vielleicht-Palette, würde ich sagen. Dann habe ich die Welcome to Miami Palette. Auch die sehr, sehr hübsch. Und die ist halt voll in meinem Beuteschema. Ich finde sie aber leider für mich persönlich nicht inspirierend genug. Man kann hier mit verschiedenen Looks schminken, die auch wirklich Freude bereiten. Aber wenn ich halt solche mint- oder grünlichen Looks schminken möchte oder bläulichen Looks, greife ich halt nicht zu ihr. Dann schauen wir uns mal den an. Das ist halt wirklich, die haben bei diesen City-Paletten auch immer eine richtig gute Qualität. Das kann man definitiv so sagen. Das ist auch eine schöne Reihe. Und guckt euch das an, ne? Das ist wirklich schon hammermäßig. Hier würde ich auch sagen, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Dann habe ich die Welcome to Cape Town Palette. Ich meine, dass die auch irgendwo in einem Bundle oder so mit dabei war. Also die Kapstadt Palette finde ich sehr, sehr hübsch. Also das ist halt auch schon meins, ne? Mir persönlich aber tatsächlich ein bisschen zu dunkel. Denn wir haben hier vor allem dunklere Töne. Also wenn man den halt zum Beispiel jetzt so außer Acht lässt, haben wir hier eigentlich nur dunkle Töne drin, ne? Auch die sind buttrig, weich, wunder, 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 wunderschön. Gar keine Frage. Weil wie gesagt, die Qualität ist echt gut. Aber ich glaube, das ist die, die mich am allerwenigsten von diesen Paletten anspricht. Weswegen die auf jeden Fall weiterziehen wird. Dann habe ich diese hier. Die Blooming Wings. Das war eine Online-Exclusive-Palette. Oder ist es immer noch. Die sehr hübsch aussieht. Aber hier ist die Qualität halt leider nicht so schön, wie ich sie mir gewünscht hätte. Dementsprechend wird die auf jeden Fall weiterziehen. Wir können uns hier einfach mal den Orangeton angucken. Also sie ist solide, aber sie ist halt jetzt kein Bam-in-your-Face-Ding, was man auf jeden Fall braucht. Sie ist wunderschön bunt und so. Aber wenn ich halt wirklich bunt haben möchte, würde ich dann wahrscheinlich zu bei Beauty Bay oder so greifen. Dementsprechend wird die mich jetzt verlassen. Auch wenn sie wunderschön aussieht mit dem Schmetterling drauf, ne? Ja. Trust your intuition. Ich finde, dass dieses, weiß ich nicht, das ist, es ist, es ist, upsala. Es ist halt nicht so super krass ansprechend. Mir fehlt hier auch einfach ein heller Ton oder so. Aber die Quali ist halt richtig geil. Also als ich sie auch ein paar Mal verwendet habe, es macht einfach Spaß, weswegen sie halt dann auch immer wieder geblieben ist. Wir schauen uns mal diesen Ton an. Ja, das ist super weich hier auch im Fändchen. Das fühlt sich so, so gut an. Muss ich wirklich sagen. Eine schöne Palette, zu der ich halt viel zu selten greife, ne? Aber ich glaube, die muss bleiben, weil die einfach so gut ist von der Qualität her. Dann habe ich hier eine Limited Edition, die Golden Days Ahead ist das einmal. Das ist ja diese 9er-Geschichte, die hier so magnetisch ist. So schaut sie einmal aus. Auch die hat mich positiv echt überrascht. Man kann hier nicht so super krass viel mit kombinieren und, ne, verschiedene Looks schminken, weil ich persönlich halt super gerne diese beiden mattentöne kombiniere und dann halt einen der Schimmertöne nehme. Die hat aber wirklich eine gute Pigmentierung und eine gute Qualität gehabt, weswegen sie auch gerne bleiben dürfte. Muss noch überlegen. Guckt euch das an. Das ist einfach mal in einer Palette aus der Drogerie für nicht viel Geld. Es ist eher ein Topper Shade, aber es ist eigentlich ein Duochrome, ne? Also wenn man den halt so über dieses Lila drüber macht, das basht halt richtig schön. Also auch das ist eine Vielleicht-Palette. Muss ich gucken. Dann habe ich hier die Love, Luck & Dragons Palette von Essence. Das ist auch eine LE gewesen. So schaut sie aus. Die fand ich okay. Das war jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hat. Ich finde sie hübsch aufgemacht. Ich finde auch die Farbkonstellation sehr schön. Ich meine, dass sie auch irgendwie zum chinesischen Neujahr rausgekommen ist. Und ich glaube auch, dass dieser Ton ein Stain hinterlassen wird. Aber na, ich schmink's ja auch gleich dann relativ schnell von meinem Arm ab. Also ein knalliges Pink. Das ist wirklich gut, ne? Muss man wirklich, wirklich sagen. Aber ich glaube, ich greife da einfach zu selten zu, weswegen die hier mich verlassen wird. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette, die Ho Ho Ho. Die habe ich aus Trashy rausgenommen. Das ist halt so die Palette gewesen, womit Essence gezeigt hat, hey, wir können auch anders. Wir können die Qualität auch erhöhen. Wir haben hier so eine schöne Nine Pan Palette. Die ist halt wirklich toll. Also wir haben hier richtig gute Töne drin, die eine sehr, sehr schöne Qualität haben. Es fühlt sich an wie Seide, wenn ich hier in dieses Pfännchen reingehe. Und wir haben hier wirklich eine krasse Pigmentierung. Offensichtlich habe ich ein bisschen zu viel am Finger. Das ist einfach krass. Ich wollte sie damals gerne haben, habe sie dann aber gar nicht für mich gekauft. Ich glaube, ich hatte sie damals mal verschenkt. Aber jetzt habe ich sie hier und ich finde, das ist einfach, weiß ich nicht, eine schöne Palette. Ich trage sie nicht so häufig, aber für mich ist es so die Palette, die sagt, Essence hat sich halt mit dieser Palette so ein bisschen gewandelt. Deswegen möchte ich das halt auch gerne so behalten. Ich finde die schön. Dann haben wir hier eine, die habe ich auf der Glow gekauft. Das ist die Essence Jurassic World Lidschattenpalette. Ja, genau. Also Jurassic Park kenne ich aus meiner Kindheit. Die ist neu. Die ist unangetastet. Die werden wir jetzt das erste Mal berühren, sage ich mal. Und hier habe ich ihn, einen der Lieblingstöne, die ich einfach überhaupt generell habe. Das ist so mein Schimmermintgrünton. Sarah Isabel sagt auch, dass es keine Palette, die so ultimativ krass toll ist, aber sie ist irgendwie schön. Es ist irgendwie eine Palette, die man in der Sammlung haben möchte. Der ist halt nicht so super heftig oder so, der Grünton hier. Ist auch hier wieder eher so ein topper Shade. Aber der macht schon einen schönen Effekt. Wie gesagt, ich habe den noch nicht auf dem Auge bei mir selber ausgetestet, aber ich habe das schon bei anderen gesehen. Und ich fand es einfach schön. Und deswegen, die muss bleiben. Dann habe ich die Ready for a Ride Palette. Die ist solide. Das ist jetzt keine, wo ich sage, oh mein Gott, du bist wunderschön und du musst unbedingt bleiben. Das war auch, glaube ich, eine Online-Exclusive-Palette. Und ich finde sie ganz hübsch. Sie ist aber sehr pastellig und halt sehr, sehr zurückhaltend dezent. Also sehr zurückhaltend dezent. Solche Töne hier oben finde ich halt in der Merwe-Palette. Solche Lila-Töne, die sind halt auch einfach sehr, sehr schwach unterwegs. Die muss man halt schon derbe aufbauen, um dann auch was zu bekommen. Und wenn ich jetzt hier reingehe, fühlt sich das unfassbar schön und cremig an. Auf dem Auge ist es halt jetzt nicht so ultimativ abgegangen. Aber guckt euch das mal an, ne? Ist schon Spiegelglanz. Schon hübsch. Aber beim Swatchen sieht man halt auch, den hast du halt jetzt nicht so hundertprozentig auf dem Auge. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass da mein Herz irgendwie dranhängt, weswegen die Palette weiterziehen wird. Dann habe ich hier die Hallo Berlin-Palette und die muss auf jeden Fall bleiben. Ich finde das einfach cool, dass halt auch Berlin da als City mit aufgenommen wurde in diesen City-Paletten von Essence. Und dementsprechend, ja, hat das so ein Stückchen Heimat. Auch wenn das jetzt keine Ultimativ-Palette ist oder so, ne? Die ist jetzt nicht mega hammer krass. Die wurde ja auch viel verglichen mit der von Hatice, als die rauskam. Ist nicht vergleichbar. Also wir haben hier solide, urbane Töne drin. Damit kann man schon was schminken. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass es mich vom Hocker haut, wenn ich die jetzt in Anwendung habe, bin ich vollkommen ehrlich, ne? Die, ja, matten Töne krümeln wie Bolle. Die Schimmertöne sind solide, aber halt jetzt nicht so überwältigend. Und das ist noch die alte Form von den City-Paletten, die ja viele von uns auch einfach vermissen, ne? Wobei du hier einfach auch viel Platz verschwendet hast, muss man halt auch dazu sagen. Eben durch die Fändchenanordnung. Make-A-Wish Little Fish ist auch so eine Lidschatten-Palette aus einer Limited Edition, die ich einfach schön fand. Ich finde die von außen, ne, dieses Optische, das ist so hübsch gemacht. Ich mag das auch gerne, dass man dieses Aufklappbare hat. Das hat irgendwie was. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich sie verwende, finde ich sie schon cool. Aber sie ist jetzt keine Palette, wo ich mich einfach drauf freue, um das mal so zu sagen. Weil ich finde die Looks damit halt einfach nicht so mega krass. Aber irgendwie doch, ich weiß es nicht. Da bin ich mir halt wirklich noch unsicher. Die ist super angenehm pigmentiert, sehr weich, ne? Von den Tönen her und so. Ich mache damit eigentlich immer den gleichen Look, bin ich vollkommen ehrlich. Ich nehme dann halt dieses Türkis, mintgrün. Was bist du eigentlich? Türkis oder mintgrün? Man weiß es nicht. Kombiniere das mit dem Wave und mit dem Jellyfish. Und geht mir dann vielleicht ein bisschen was von einem der anderen Töne, zum Beispiel hier dieses Sun, noch weiter in die Lidfalte oder in den unteren Wimpernkranz. Da bin ich halt wirklich sehr basic unterwegs mit dieser Palette. Aber ich habe ein Herz für sie. Die soll bleiben. Und dann habe ich hier die Bambi-Palette. Ah, Bambi ist so schön, ne? Und ich finde das so schade. Die haben ein tolles Verpackungsdesign. Ich finde auch diese Zeichnung hier drauf richtig hübsch gemacht. Aber die Paletten aus diesen Reihen haben leider echt keine gute Qualität. Hier habe ich, wie gesagt, die Bambi-Palette, die ich mir damals auch gekauft habe, eben wegen diesen neutralen und mint Tönen. Das ist natürlich voll mein Vibe. Genau. Und eigentlich, wenn ich mir die Palette angucke und die Make-A-Wish Little Fish. Das ist halt so vergleichbar, ne? Muss man beide davon behalten. Die sind halt sehr, 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 sehr ähnlich vom Farbschema her. Wobei ich bei der Bambi-Palette eine deutlich größere Auswahl habe. Ich habe jetzt nicht diesen Jellyfish, diesen Silberton. Aber ich habe eigentlich bei der Bambi-Palette mehr Kabitjes, ne? Um das mal so zu sagen. Auch wenn sie eigentlich insgesamt etwas heller ist. Ich kann ja mal vielleicht... Ja, das ist ein topper Ton. Das ist nicht so... Der Butterfly ist wirklich mit dem Paradise vergleichbar. Wobei der hier noch ein bisschen leichter pigmentiert ist. Wir gucken uns den, wie Strong an kommt. Das ist so für mich der Ton, der jetzt das entscheiden soll, ob er bleiben darf oder nicht. Ist schon schön. Okay, dann behalte ich die Bambi-Palette und die Make-A-Wish Little Fish geht weiter. Hier habe ich noch zwei Disney-Prinzessinnen. Das ist einmal Mulan und Jasmin. Witzigerweise habe ich beide Filme jetzt letztens erst nochmal gesehen bei Disney+. Das ist genau einmal die Mulan-Palette. Das ist eine ganz, ganz alte Limited Edition eigentlich, ne? Auf jeden Fall ist es eine neutrale Palette, die eher kühler unterwegs ist. Die Qualität ist solide, aber haut mich nicht vom Hocker. Ich finde es schade, dass die halt diese Schimmertöne in den Sternchen drin haben, weil da kommst du mit dem Finger halt einfach nicht rein. Und ich glaube auch, dass die Palette nicht bei mir bleiben wird. Ich habe es ja auch schon gesagt, wenn eine kühle Palette bleibt, die ich ja wirklich sehr selten trage, da muss die halt einfach abgehen, wie ein Zäpfchen, ne? Hier haben wir so einen schönen Silberton. Habe ich halt wirklich auch nicht so super häufig in meiner Sammlung. Einfach, weil das auch nicht so unbedingt mein Vibe ist, ne? Das hier wird einfach weiter wandern. Dann habe ich hier die Jasmin-Palette. Auch hier finde ich, dass die Disney-Prinzessinnen sehr schön bei der Limited Edition abgedruckt wurden. Da haben wir einfach so eine auch wieder kühle Palette mit, Gott sei Dank, hier in den Pfändchen mattentönen. Und das ist eine lila Palette eigentlich hauptsächlich, weil wenn man den Türkis-Ton zuhält, ne? Es ist ausschließlich lila. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir mehr dieses Türkis gehabt hätten, weil das ist ja das Kleid oder das, was auch immer Jasmin da anhat. Jumpsuit ist es auch nicht, der Zweiteiler. Genau, auch hier ist es okay von der Pigmentierung her, aber jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss die Palette auf jeden Fall behalten. Das ist halt echt so eine Sache. Ja, man sieht es auch sehr, sehr schwach unterwegs. Vielleicht, vielleicht habe ich mir auch gerade den falschen Ton ausgesucht, aber hier wird die Palette auch nicht mehr bleiben. Dann habe ich hier die Harley Quinn Limited Edition. Genau, den Joker hatten wir eben schon gesehen. Hier habe ich die Harley Quinn Palette, die habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. So schaut sie aus. Wir haben hier auch wieder die Geschichte, dass wir die Liner mit am Start haben. Also das kannst du halt mit Wasser einfach machen, ne? Und die dann damit einen Liner ziehen. Und ansonsten halt so eine blau-rote Palette, was ich eigentlich ganz schön gemacht finde. Ich fand das einfach spannend und habe mir gedacht, komm, wenn ich vielleicht mal Harley Quinn, schöner Ton, wenn ich mal Harley Quinn technisch auch was schminken möchte, hätte ich hier die passende Palette dazu. Das ist jetzt kein By Beauty Bay, das ist uns allen bewusst, aber es ist ein sehr schöner blau-ton, ne? Mag ich gerne, Leid. Also die Palette bleibt auch erstmal. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette, die habe ich, meine ich mal, geschenkt bekommen. Und zwar ist es die Essence from Santa with Love Palette. Das ist auch diese wunderschöne Briefgeschichte. So schaut sie einmal aus. Die hat zwar noch eine Folie drauf, ist aber schon benutzt. Deswegen kommt die Folie auch weg. Wir haben hier zwei relativ grobe Töne mit dabei. Auch schöne Schimmertöne. Alles ist mehr so in die wärmere Richtung gehalten, ne? Wir gucken uns ja vielleicht mal diesen gepressten Glitzerton an. Das kann man ja mal swatchen. Und das andere ist halt ganz normal matte oder schimmernde Töne. Gar nicht mal so schlecht, muss ich wirklich sagen. Es ist aber keine Palette, die mich fesselt. Also ich möchte sie nicht behalten. Die wird jetzt weiter wandern. So schön, wie ich sie eigentlich finde. Da behalte ich lieber die Hohoho. Diese hier wird dann entsprechend weiter wandern. Und ich habe mich entschieden, dass ich auch diese drei Paletten weitergeben werde. Einfach weil ich Paletten behalten möchte, die ich halt hart feiere. Und das tue ich bei diesen dreien leider nicht. Von Estee Lauder habe ich diese zwei Paletten. Das war immer so aus Holiday Collections, ne? Diese hatte ich mir mal selber gekauft. Das ist diese hier. Die sind super schwach pigmentiert. Da hast du nicht so super heftig was hinter sitzen. Genau, das ist halt immer schwierig, sag ich mal dazu. Sie sind halt nicht für Leute gemacht, die BAM in your face look schminken wollen. Ne? Das sind halt solide Alltagspaletten. Ja, würde ich halt nicht für den Preis empfehlen. Es hat eine schöne Qualität, aber halt keine überragende. Das ist eine hübsche Palette. Und hier habe ich letztens erst in einer Zuschauerpost von der lieben Emi drin gehabt diese Palette. Das ist die Pure Color Instant Intense Eyeshadow Geschichte. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob man die so auch kaufen kann. Die schaut so aus. Die Fändchenanordnung ist furchtbar. Und wir haben hier auch ausschließlich schimmernde Töne, aber ich finde sie wundervoll. Also ich mag halt auch diese Sternchen tatsächlich irgendwie von der Optik her, ne? Cool, hätte ich persönlich gefunden, wenn die hier unten bei beiden auch unterschiedliche Töne noch mit reingemacht hätten. Also du hast ja quasi hier zwei Fändchen und da ist die identische Farbe halt drin. Finde ich ein bisschen schade, ne? Wir können uns ja mal die Töne geswatcht anschauen. Oh, die fühlen sich auf jeden Fall besser an als die Palette, die ich vorher hatte, bin ich ehrlich. Das ist einmal dieser hier. Ist auch schön, ne? Aber würde ich mir auch, wie gesagt, für den Preis nicht kaufen. In dem Bundle hätte ich mir das auch gekauft. Finde ich halt auch vollkommen gerechtfertigt dann, weil du da halt auch noch viel, viel mehr andere Sachen mit dabei hast, ne? Und genau, ich weiß gar nicht, ob ich beide behalten muss. Ich glaube, die werde ich behalten und die werde ich weiterziehen lassen. Und genau, weil hier habe ich die halt auch geschenkt bekommen. Und ich finde auch einfach, dass die Qualität hier etwas besser ist. Dann habe ich diese Paletten hier von Aveline Cosmetics. Die bekommt ihr bei Cosmetic for Less. Die hatte ich mir mal selber gekauft. Und die anderen drei habe ich mal zugeschickt bekommen. An und für sich, mega coole Paletten. Erinnern auch an eine Marke, die uns nachher nochmal über die Füße laufen wird. Hier habe ich so eine richtig schön bunte Palette. Die finde ich großartig. Das ist die Nihon Lime Palette. Und ja, wie gesagt, die habe ich mir selber auch gekauft. Die hätte ich mir gewünscht, dass die vielleicht halb halb, halb schimmer, halb matt gemacht hätten. Haben sie leider nicht. Trotzdem finde ich hier die Konstellation der Farben sehr hübsch. Und da kann man auch schöne Looks mit schminken. Die Qualität ist sehr gut. Und das für einen wirklich bezahlbaren Preis. Aveline ist eine polnische Drogeriemarke. Schaut euch das an. Ein wunderschöner, schimmernder Limettenton. Und auch die mattentöne davon mag ich sehr gerne leiden. Also definitiv eine Palette, die sehr gerne einen Platz in der Sammlung verdient hat. Hier habe ich die Take Me On Palette. Das ist so eine ganz kühle Palette. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal drin war. Ich werde sie jetzt auch mal nicht swatchen, weil ich sie weitergeben werde. Weil, wie gesagt, wenn eine Cool-Tone Palette, dann muss ich bangen. Also die Qualität von Aveline Cosmetics ist sehr, sehr gut. Aber es ist nicht so, dass ich explizit zu ihr greifen würde, wenn ich an einen kühlen Look denke, um das mal so zu sagen. Dann habe ich hier die But Why Not Palette. Also generell, ne? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe die alle zugeschickt bekommen und ich glaube, dass ich die alle nicht so feiere, um ehrlich zu sein. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich habe mich entschieden. Also die But Why Not werde ich auch weitergeben. Die hier finde ich echt hübsch. Die Let's Try. Die werde ich auch, weil es drauf steht, versuchen. Genau. Da schauen wir uns mal diesen Ton an. Weil wir haben ja bei der Nieren Lime schon gesehen, dass wir eine richtig tolle Qualität hier erwarten dürfen. Und dann nehmen wir mal den Ton aus der Mitte, der ja so ein bisschen, ja, gesparket ist. Oh, oh, der ist Duochrome. Das finde ich schön. Mh, das mag ich leiden. Doch, ne? Also definitiv hat die auch jetzt dadurch ihren Platz in meiner Sammlung verdient. Ich glaube, damit kann ich auch einen ganz schönen Look schminken. Und das schreit auch mehr meinen Namen als die anderen beiden. Die sind nämlich eher so zurückhaltend und eher basic. Und das hier hat ein bisschen mehr Kabittjes. Kommen wir zu diesen wunderschönen Paletten von Floreses. Die bekommt man zum Beispiel bei YesStyle. Hier habe ich einmal, das sieht so schön aus mit diesem Pfau drauf, ne? Oh, die habe ich mir damals auch gekauft. Und wobei, ne, die habe ich zugeschickt bekommen. Das ist die Floral Engraving Phoenix Make-Up Palette. Hier kennen wir, glaube ich, alle auch dieses Innenleben der Palette. Das hier kann man, wenn man möchte, als Blush verwenden. Der ist schon ne Rot offensichtlich. Ansonsten sehr, sehr schöne Schimmertöne und zwei Matte. Bist du auch ein matter Ton? Ja, so ein Seidenmatter ist das quasi. Wo man irgendwie gar nicht reingehen möchte, weil die so schön sind. Also, ich finde die mega. Greift aber halt in dem Sinne viel zu selten zu, weil ich die nicht kaputt machen möchte. Und jetzt auch das Swatchen wird mir sehr schwer fallen, Leute. Ich sage es euch. Deswegen gehe ich nur ganz vorsichtig rein. Wobei, der ist auch matt, ne? Und ja, das ist schon ne schöne Qualität, ne? Günstig ist die nicht, aber das Design bezahlt man halt natürlich auch ein Stück weit mit. Ein ganz, ganz toller Rose-Gold-Ton. Und da kannst du schon schöne Looks mit zaubern. Doch, das macht Freude. Und die hier ist der absolute Burner. Die habe ich jetzt relativ neu gekauft. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen, ne? Das ist einfach bombastisch schön mit diesem Schloss auch drauf. Dieser Meerjungfrau. Also, jedes Mal, wenn ich sie in die Hand nehme, entdecke ich irgendwie was Neues auch hier mit drauf. Auch diese Mond-Konstellationsgeschichte und so. Das ist die Flower Nose Moonlight Mermaid Series, genau. Und hier haben wir die Five Color Jewelry Eyeshadow Palette. Und ja, damit habe ich auch einen Look geschminkt. Der war jetzt nicht so super intensiv, aber er war wunderschön. Also, wirklich, wirklich toll. Denn auch wenn das hier eher so pastellig angehauchte Töne sind, die haben echt auf dem Auge was bewirkt. Ich kann das nicht anders sagen. Dann schauen wir uns mal den lila Ton an. Und wirklich, der ist, der ist klasse, ne? Das ist so hübsch. So, so hübsch. Und den kann man auch ein bisschen mehr aufbauen, dass er halt nicht nur wie ein Topper daherkommt. Auch wenn man den natürlich super über das matte Lila kombinieren kann. Mega geil. Also, alle beide. Mega Empfehlung. Seit Neuestem finden wir Gender X Beauty auch in der Drogerie. Die Actually Gorgeous Palette ist dort zu finden. Das ist die erste Palette, die dort in der Marke rausgekommen ist. Das ist nämlich die von Marvin Magnificent. Zusammen mit, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist er quasi das Gesicht der Marke. Und hier haben wir eine Nine Pan Lidschancen Palette. Die ist nicht jedermanns Sache. Einfach dadurch, dass wir hier zwei grobe Glitzer Shades mit drin haben. Aber ich finde sie so hübsch. Und ich finde, dass er einfach damit eine ganz sauberhafte Palette kreiert hat. Ich meine, auch hier so mit dem Spiegel und so. Dieses ganze Storytelling, was auch dahinter war. Als man dann auch den Trailer dazu gesehen hat, fand ich sehr, 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 sehr liebevoll gestaltet. Und deswegen finde ich die Palette einfach auch einfach toll. Also wenn ich halt wirklich auch darüber nachdenke, mir so groben Glitzer aufgeben zu wollen, wüsste ich auch für mich, dass ich zu dieser Palette greifen könnte. Weil das ist der Hammer, ne? Also das sieht so schön aus. Und man hat bei groben Glitzer halt immer so einen gewissen Anteil von, ich glaube, weiß nicht, ob das Gel oder sowas ist. Auf jeden Fall irgendwas Feuchtigkeitsmäßiges, ne? Und das ist ja halt so schön drin, dass du im Prinzip gar keinen Glitterglue dafür brauchst. Ich meine, zieht euch das mal rein. Und das, wie gesagt, kriegt ihr in der Drogerie. Und das ist wirklich zu einem sehr, sehr, sehr bezahlbaren Preis. Also die Palette kann man sich auf jeden Fall anschauen. Die ist total klasse. Mega coole Palette. Was ich ein bisschen schade fand, war dieser ganze Lounge um die Naughty or Nice Palette. Einfach weil das nicht so liebevoll war. In meinen Augen auf jeden Fall, ne? Es kam nicht so rüber. Ja, trotzdem finde ich, ist es eine schöne Palette. Die ist ein bisschen abgefahrener. Auch hier haben wir diesen Schimmer, diesen groben Glitzer mit drin. Es ist eine eher dunkel gehaltene Palette, wie man anhand der Mattentöne sieht. Aber auch hier die Schimmertöne sind wundervoll. Und hier gucken wir uns mal Flirty an. Also der hätte ja genauso gut in der Actually Gorgeous Palette drin sein können, ne? Aber, ja, wow. Richtig, richtig gut gemacht. Also Hut ab, lieber Marvin. Da hast du eine ganz, ganz tolle Qualität in den Paletten rausgehauen. Vor allem, weil du hier auch so eine Art Duochrome Shades auch mit da drin hast. Und wir halt, ne? Ich komm mit Stottern hier. Und das halt wirklich zu einem bezahlbaren Preis. Schaut da gerne mal vorbei. Das gibt es, wie gesagt, in der Drogerie. Ich glaube, bei DM müsste das sein. Oder Rossmann. DM, glaube ich. Und man kriegt es aber auch auf der Jennex-Beauty-Seite. Oh, Leute, Glamlite. Da geht jetzt die Party ab. Ja. Okay, also ich starte jetzt erstmal mit einer relativ zurückhaltenden Palette. Ihr bekommt Glamlite bei Purish. Ihr bekommt Glamlite auch bei Monolith, ne? Das ist die Hershey's Kisses Milk Chocolate Palette. Und die ist wirklich hübsch. Also gar keine Frage. Da hat man seine Freude mit. Das ist halt eine sehr zurückhaltende Palette. Jetzt nicht super aufregendes oder so. Sie ist halt solide. Und damit kann man einfach einen schönen Look schminken. Ich persönlich, nörgel-nörgel, hätte mir gewünscht, hier einen etwas helleren Schimmerton noch mit drin zu haben. Aber wie gesagt, einen Highlighter hat man eigentlich ja auch eh immer mit dabei. Aber wenn man einfach mal die Qualität von Glamlite ausprobieren möchte und nicht bereit ist, halt am Anfang schon relativ viel Geld auszugeben, kann man sich diese Hershey's Kisses mal anschauen. Diese kleineren Paletten. Weil hier kommt man direkt in den Genuss von der unfassbar krassen Qualität. Ja, schon wieder ein Schimmershade, den ich swatche. Aber ganz ehrlich, das muss ich. Auch die mattentöne sind aus dieser Palette fantastisch. Also wirklich gar keine Frage. Und das hier ist ja eine eher, ja teilweise cool-toned, teilweise warm-toned. Also eine Alltagspalette eigentlich, ne? Und die ist wunderschön. Eigentlich überhaupt nicht meine Komfortzone, aber weil es halt von Glamlite in dieser Qualität ist und auch wenn das Packaging so furchtbar ist, bleibt sie. Die Ghost Face Limited Edition, Leute. Das ist eine ganz abgefahrene Palette und die darf aufgrund ihrer abgefahrenen Qualität einfach bleiben. Die ist einfach hammermäßig. Ja, die habe ich schon ganz gut gerockt und mag sie auch sehr, sehr gerne. Die mattentöne sind schön, leicht zu verblenden, sind auch relativ definiert, also auch auseinanderzuhalten auf dem Auge, sage ich jetzt einfach mal dazu. Sonst hat man ganz gerne mal, dass es irgendwann aussieht wie eine Matschepampe. Das ist hier nicht der Fall. Und ja, hier sind wir wieder bei dem Flow der Schimmertöne, Leute. Oh mein Gott. Was mich halt total umgehauen hat, ist dieser Ton. Das ist, wie heißt der eigentlich? Mirror Gleam. Ja, das ist unfassbar. Der ist quasi grün, ne? Und der sah so heftig auf meinem Auge aus. Der hat auch wieder so ein Shift mit dabei, ist ein bisschen Duochrome-mäßig. Ja, das ist jetzt auch ganz leicht geswatcht und trotzdem hat man hier Bam, ne? Das ist so schön. Also definitiv eine Palette, die bleiben muss. Und hier sehen wir halt auch, ne? Das ist eine Palette mit Cool-Tones, mit Grautönen, die überhaupt nicht meine Komfortzone sind. Aber gute Qualität, muss definitiv bleiben. Dafür lasse ich dann auch gerne andere Paletten liegen. Dann haben wir hier, die eigentlich in einer wunderschönen Verpackung ist, die mir dann aber irgendwann doch auf den Sack gegangen ist, die Dirty Martini-Palette. Das ist diese hier. Wow, das ist eine grüne Palette, Leute, die es in sich hat, ne? Also hier finde ich im Prinzip die Töne, die ich bei anderen Paletten immer so als oh, deswegen möchte ich es gerne behalten, drin finde. Also sowohl der Gin, als auch der On The Rocks, als auch eigentlich jeder andere Ton hier raus, sind der Burner. Die sind on point. Wir können uns alle vorstellen, dass ich diese Schimmertöne liebe und deswegen gucken wir uns mal diesen Olivton an. Wobei das nicht Olive ist. Doch, es ist schon Olive. Sehr helle Olive, ne? Ja. Aber da sieht man einfach auch mal die Qualität von den mattentönen. Das ist richtig, richtig satt und angenehm und toll und schön zu verblenden. Du hast Farbe auf dem Auge, aber bist da nicht so, ne, von... Ach, doch, man ist da schon überwältigt von, weil die Palette so schön ist. Ja. Also, mega geile Palette. Ich liebe dieses Grün da drin. Die kann sogar echt ganz gut auch gegen die bei Beauty Bay anstinken, um das mal so zu sagen. Auch eigentlich sehr handlich, ne? Wenn sie nicht in dieser riesen Umverpackung drin ist. Mega Empfehlung von meiner Seite. Ja, hier habe ich eine Lidschattenpalette. Da habe ich, glaube ich, noch nie zugegriffen, aber ich habe sie halt da. Das ist die Chucky Crazy in Love Palette. Das ist Chucky und Chucky's Baby oder Chucky's Frau quasi. Die hat einen Namen, ne? Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Die ist auch sehr, sehr abgefahren. Die habe ich jetzt immer eher weniger verwendet, weil hier auch Töne mit drin sind, wo ich weiß, dass ich sie jetzt so gar nicht verwenden werde, weil die sehr dunkel ist. Also, das ist schon heftig, ne? Werde ich die verwenden? Werde ich die behalten? Bin ich mir noch nicht sicher. Das ist halt schwierig, ne? Ich finde sie unglaublich schön. Wirklich. Aber ich glaube, eigentlich werde ich sie nicht verwenden. Das heißt, eigentlich werde ich sie weitergeben müssen. Das heißt, ich gebe sie weiter. Weil wenn ich mir jetzt angucke, dass ich ja auch die Ghostface Palette habe, die jetzt noch ein bisschen heller ist, also mehr so in meiner Komfortzone, ne? Da habe ich ja auch hier so eine Art Silberschimmerton. Ich habe ja auch diese wärmeren Brauntöne, um das mal so zu sagen, oder kühleren Brauntöne. Weiß ich auch nicht. Das hier ist dann auch in dem Sinne fast schon vergleichbar. Und das ist schon sehr, sehr dunkel und mehr so in die rötliche Richtung. Ich glaube, das ist mehr so mein Vibe, weswegen die Ghostface Palette bleibt und die Chucky Palette dann demnächst einfach auch mal verlost wird oder so, ne? Wie halt auch bei den neuen Paletten, die ich jetzt aussortiert habe, von Aveline Cosmetics. Machen wir weiter mit einer Palette von Glamlite, die ich noch nie verwendet habe, und zwar die Scooby-Doo Creeps and Crawls Ten Shade Palette. Habe ich mir selber gekauft. Fand ich eigentlich so, so cool. Und hier wurde immer wieder auch von der Qualität geschwärmt. Ich persönlich habe Scooby-Doo nie geschaut. Also das ist halt gar nicht mein Film. Es ist halt einfach nur, dass ich mir die aufgrund der Töne geholt habe. Hier einfach noch nicht weiß, ob ich sie, doch werde ich schon, ob ich sie viel verwenden werde. Also allein diese Kombination ist halt der Hammer. Oder diese, oder diese, also eigentlich immer so dieses oben und unten, ne? Das ist schon eine geile Palette. Ja, also wir haben keine Farbnamen dafür, was ich immer schade finde, aber das ist halt so eine persönliche Geschichte von mir. Ja, die wird bleiben. Ich muss halt einfach dazu greifen, weil wenn ich mir das hier so angucke, wir haben hier wunderschön große Töne. Und oi, 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 oi. Das ist schon schön, ne? Also ja, mhm, das ist schon krass. Das wird Freude machen. Ist jetzt eher eine Palette, die ich eher so Richtung Herbst-Winter-Palette ziehen würde, weil ich einfach gerne im Frühling oder Sommer zu krasseren, helleren Farben für mich persönlich greife. Du kannst aber ganzjährig alles tragen, was du tragen willst. Das ist gar kein Problem. Genau. Oh mein Gott. Hier habe ich jetzt eine. Das ist die Berrylicious-Palette. Strawberry Shortcake. Also die haben auch immer so Namen und Themen. Das ist alles, was mit Essen zu tun hat, ist immer frech, weil das macht alles natürlich ein bisschen schmackhafter, ne? So schaut sie aus. Das ist eine grün-rot-pinke Palette quasi. Also diese mittlere Zeile davon liebe ich einfach tierisch, ne? Ganz offensichtlich. Die anderen sind halt ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, aber trotzdem mag ich die sehr, 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 sehr gerne. Und sie stehen mir eigentlich auch. Den Erdbeerton werde ich jetzt, glaube ich, so für mich ungefähr nie verwenden, weil ich nicht so gerne Rot in meinen Looks verwende. Sieht bei mir ein bisschen verheult aus. Versuche jetzt irgendeinen Ton zu nehmen, der vielleicht auch ein bisschen duochrome-mäßig ist. Weiß ich nicht. Ich will nehmen mal den hier. Der ist schon etwas anders, ne? Also wir haben hier so einen rosa Ton. Wunderschön. Also so einen richtig schönen hellen Himbeerton, würde ich ihn nennen, ne? Mag ich auch gerne, 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 gerne leiden. Doch, das ist eine tolle Palette. Braucht man die unbedingt in seiner Sammlung? Muss man für sich selber entscheiden. Ich bin froh, dass ich sie habe. Eine Palette, die ich aber als wirkliches Must-Have bezeichne, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Fan von der Lady bin, ist diese Mikaela-Palette. Und das ist ja eine relativ große TikTokerin, die aber auch irgendwie so ein Problem mit irgendeinem, keine Ahnung, Mascara-Gate hieß es, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, ihre erste Palette. Denn die habe ich mitgenommen nach Kreta, einfach weil man damit jeden Look schminken kann. Oh nein, mein Spiegel ist kaputt. Das muss auf dem Rücktransport passiert sein. Ich hoffe, dass da nichts reingesplittert ist. Seht ihr das? Das ist ja schade. Also die Palette an sich ist heile geblieben. Da muss ich halt nochmal gucken. Aber ja, das mit dem Spiegel ist natürlich super schade jetzt, ne? Sehr dumm. Egal, trotzdem geile Palette. Ich habe damit auch sehr schöne, sehr simple Looks, aber auch sehr aufregenden Looks geschminkt. Man kann sich immer entweder in den Reihen aufhalten oder in den Spalten, wie man möchte, ne? Das ist so schön und du kannst alles miteinander. Es macht einfach Freude. Dieser Stunnen ist wirklich erstaunlich schön. Der ist so krass. Auf dem Auge wirkt der halt auch hammermäßig. Das ist so ein Grüngold. Weiß ich nicht. Geiler Ton. Macht Freude. Habe ich Spaß dran. Feiere ich tierisch. Ja, halt schade, dass sie jetzt gebrochen ist. Ich denke, einen Spiegel kriegst du jetzt nämlich nicht einfach so raus. Da muss ich nochmal gucken. Vielleicht klebe ich da einfach ein bisschen Tesafilm oder so drüber. Nicht, dass da irgendwelche Splitter raussplittern. Das wäre nicht so geil fürs Auge, ne? Machen wir weiter mit H&M. Da habe ich die Space Chase Palette. Das ist eine Palette, die man absolut nur kombinieren kann, meiner Meinung nach. Wir haben hier sehr viele grobe Geschichten drin. Ich meine, in dem Look, den ich dazu geschminkt habe, habe ich da schon einiges rausgeholt. Aber es ist halt schwierig, ne? Es ist eher so eine Karnevalspalette in meinen Augen. Und wenn ich an groben Glitzer denke, denke ich nicht an diese Palette. Weil, ne, das lässt sich halt auch ein bisschen schwerer aufbauen. Also da sehen wir halt echt einen krassen Unterschied zu der von Gender X Beauty, ne? Das heißt, haut mich nicht so von den Socken. Ich glaube, die zieht weiter. Hatice Schmidt Labs. Da hatte ich ja auch die andere von. Die mochte ich ja gar nicht gerne. Diese hier finde ich ganz schön. Da kann man auch tolle Looks mitschminken. Ist halt eher eine Alltagspalette. Hier war der Mondays Ton ja der Ton der Palette. Auch die mattentöne sind solide, ne? Ja, wenn man möchte, kann man das als Flush-Bronzer-Highlighter verwenden, sofern es einem passt. Und den Mondays Ton gucken wir uns mal zusammen an. Ich bin gespannt, wann hatice Schmidt Labs den Rebranding-Prozess beendet hat und da auch vielleicht mal neue Produkte raushaut. Ich glaube, da warten viele gespannt drauf. Das ist ein wunderschöner Ton, ne? Der hat es wirklich in sich. Das ist auch so ein, ja, schöner grün-braun-Schiffton. Kann man super auch solo auf dem Auge verwenden oder in Kombination mit Nebula ein bisschen mit Sandstorm ausblenden. Fertig ist die Laube. Also wirklich eine sehr schöne Palette. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt oder ob es nur noch die andere gibt. Weiß ich nicht. Aber die hier ist auf jeden Fall total super. Machen wir jetzt mal weiter mit Huda Beauty. Da habe ich einmal hier die Glowish-Palette. Puh, ja, ganz schön teuer, ne? Die Amethyst Micro Mini habe ich mir gekauft. Nee, einfach nee. Also das ist halt irgendwie, wenn ich es in die Hand nehme, ist es für mich so uninspirierend. Muss ich auf jeden Fall immer mit einem Highlighter kombinieren, um da halt auch wirklich einen wirklich tollen Look hinzubekommen. Es ist eine schöne Qualität, keine Frage. Aber das Quattro an und für sich kann ich halt überhaupt gar nicht alleine verwenden. Und irgendwie finde ich es halt auch ein Stück weit öde. Deswegen geht das jetzt weiter. Dann haben wir hier aus dieser, ja, Edelstein-Kollektion die Emerald Obsessions Palette. Das ist diese hier. Und die muss bleiben, gar keine Frage. Auch wenn die mir ein bisschen zu dunkel tatsächlich ist. Ich finde sie großartig. Hier können wir uns mal den Ton hier oben angucken. Ist klar, ne? Wundervoll, wunderschön. Der ist im Swatch eher gelb-gold und weniger in diesem grün. Aber man kann ihn halt auch mit diesen anderen grünen Tönen zusammen mehr zum Poppen bringen. Und ich finde es schön tatsächlich, was sie so macht. Was mich enttäuscht hat, ist diese Creamy Palette von Huda Beauty. Das ist halt eine Palette, die rein aus Creme-Lidschatten besteht. Die musst du kombinieren mit irgendwas. Oder du nimmst halt diese cremigen Töne und nimmst halt die Schimmertöne damit rein. Ich persönlich fand es einfach nicht schön auf meinem Auge. Hat einfach nicht gut funktioniert. Wir können uns ja mal irgendeinen hier diesen gräulichen Ton. Das ist halt Cream to Powder, ne? Bevor die mir jetzt hier in der Sammlung irgendwie schlecht wird oder sonst irgendwas, werde ich die weitergeben. Das ist halt ein schöner, kühler Ton. Das ist, es ist halt auch eine solide Palette. Aber ich weiß nicht, was das soll. Ne, also für mich einfach nicht die passende Palette. Also, ne, weil Schlupflied und so und dann funktioniert diese Palette einfach leider bei mir persönlich nicht ganz so gut. Dann habe ich hier die Lovefest Palette. Die war in dem Adventskalender drin. Und, ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist. Ich meine, Nicole Schickitas Place hatte die angewendet und fand die jetzt nicht so überwältigend. Ich finde sie jetzt im ersten Blick ganz schön. Werde sie dann auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde es relativ schade, dass hier zum Beispiel zwei sehr ähnliche Orangetöne drin sind. Denn wir haben hier nur neun Pfändchen. Da könnte man doch ein bisschen mehr Varietät reinbringen. Hm, das wäre doch nett gewesen. Aber na, man kann ja hoffen und beten. Genau, hier ist der Orangeton. Der sieht im Swatch auch solide aus. Muss ich mal auf dem Auge sehen. Das wird wahrscheinlich auch eine relativ dunkle Palette dann sein. Aber die muss auf jeden Fall noch ausprobiert werden. Dann habe ich hier die Pastels Lilac Palette. Ich meine auch, dass ich die mal von Marion bekommen habe. Habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich persönlich mag sie schon ganz gerne. Ich finde auch, dass ich damit sehr schöne Looks geschminkt habe. Dementsprechend ist es schon eine Palette, die einen schönen Platz in meiner Sammlung verdient hat. Und hier schauen wir uns einmal einen Ton an, der eigentlich eher so ein topper Ton ist. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, dieser Spiegelglanz, ne? Dass man da kein Hardpen oder so reinbekommt. Genau. Den kann man, wenn man halt wirklich einen Glitterglue verwendet oder diesen NYX Glitter Primer, kann man den auch wirklich solo ganz gut tragen. Also solo ist gut. Also mit einem matten Ton halt zusammen, ne? Genau. Und braucht da halt nicht unbedingt eine Basis drunter. Schöne Palette. Auch hier vielleicht einen dieser beiden Töne, dass die etwas kräftiger oder dezenter gewesen wäre. Keine Ahnung. Es ist nämlich hier drei Töne, die schon sehr ähnlich sind. Aber naja. Schöne Palette auf jeden Fall. Weiter geht es jetzt hier mit der Naughty Palette von Huda Beauty. Also die Naughty Nude Palette. Ist auch eine schöne Nude Palette. Da muss man wirklich sagen, die funktioniert ganz gut auf dem Auge. Ich persönlich mag nicht so gerne dieses Slipperly, ne? Das ist halt der Grund, weswegen die Palette halt irgendwann kippen könnte. Das heißt, ich kann euch empfehlen, dass wenn ihr die Palette langfristig bei euch habt, diesen Ton halt irgendwann einfach zu entfernen. Das ist halt wirklich so ein Gelton, ne? Das kann i werden. So schaut es aus. Ist eher eine warme Nude Palette. Huda Beauty hat in diesen Paletten eigentlich immer eine sehr gute Qualität. Und da würde ich sagen, gucken wir uns mal den Shameless Ton an. Das ist so ein Rosé Gold Schiffton. Wunder, wunderschön. Auf jeden Fall, ne? Da sieht man halt auch, wir haben eine schöne Qualität. Auch wenn es manchmal ein bisschen krümeliger ist. Da auch wieder mein NYX Glitter Primer Empfehlungsgedünsen, ne? Schaut so aus. Kann man definitiv machen, wenn man auf der Suche nach einer schönen Nude Palette ist. Die Töne lassen sich immer ganz gut verblenden. Man hat verschiedene Texturen hier mit dabei. Hier ist eigentlich auch kein Ton, wo ich sage, Mensch, der ist jetzt aber überflüssig. Der hätte vielleicht irgendwie oder ist irgendwie gefühlt viel zu doppelt drin, ne? Also die sind immer schon auch irgendwie anders. Dann habe ich hier einmal die Pretty Grunge Palette. Und hier kommen wir auch wieder zu dem, ich hole mir halt nur solche oder ich habe solche Paletten dann nur gerne in meiner Sammlung, die dann auch wirklich von guter Qualität sind. Denn sowas bräuchte ich mir jetzt nicht von Alverde oder so holen, ne? Weil ich einfach dafür nicht, also, ne, wird bei mir nicht funktionieren. Eine kühle Palette hole ich mir dann wirklich nur von einer sehr hohen Qualität. Wie gesagt, das ist Huda Beauty. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht verwendet. Hatte ich mir letztes Jahr gekauft. Genau. So schaut sie aus. Das ist schon sehr abgefahren, ne? Aber auch sehr, 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 sehr schön. Wie gesagt, da habe ich jetzt hier einmal eine etwas wärmere Nude Palette. Hier habe ich eine kühle Nude Palette. Gucken wir uns mal den Maverick an. Und hier haben wir auch einen Ton mit dabei. Der ist ganz abgefahren. Hier hinten dieser Grunge. Das ist ein kompletter schwarzer Gelton. Und damit kann man sich einen Liner ziehen. Aber auch da. Das ist der Grund, weswegen die Palette euch irgendwann dann weggammeln könnte. Ne? Also hier auch ein wunderschöner Schimmerton. Sehr, sehr hübsch. Also, tolle Palette. Mag ich gerne leiden. Da kann ich mir auch echt gut vorstellen, schöne Looks mitzuspinken. Ne? Genau. Da werde ich meine Freude mit haben. Und hier freut sich mein Monkherz auch wieder, weil die beiden Paletten sind vom Format identisch. Yay! Dann habe ich hier noch die Iconic London Palette. Die hatten wir diverse Male schon in Adventskalendern drin. Hier habe ich jetzt die, ich glaube, ältere Version. Die ist ein bisschen klobiger. Aber wir haben hier eine wundervolle, wundervolle Qualität. Und die finde ich sogar auch ein bisschen besser als die Bella Pierre Cosmetics Palette. Wenn man die irgendwie bei sich zu Hause rumliegen hat. Leute, verwendet die. Das ist eine echt schöne Nude Palette. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass man sich die unbedingt nachkaufen muss. Es sei denn, man kriegt die irgendwie günstig. Aber das ist schon eine gute Qualität. Also die ist total klasse. Es ist schade, dass so wenig die Palette verwendet wird, glaube ich. Also ich habe sie jetzt öfters auch schon mal in Trash-Paketen und so gesehen. Und frage mich einfach so, warum, Leute? Verwendet sie sehr, sehr gerne. Die ist so gut von der Qualität. Ihr habt da einfach echt eine gute Palette. Ja, es ist die x-te Nude Palette, die ich habe. Aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Und sie hat eine absolute Daseinsberechtigung bei mir. Deswegen bleibt sie safe. Hier habe ich jetzt drei Kiko Paletten. Die beiden habe ich mir, glaube ich, selber gekauft. Und die hatte ich in einem Adventskalender drin. Ich finde es einfach unverschämt, was Kiko da gemacht hat. Also bei diesen Paletten haben wir einen so exorbitant krass viel zu hohen Preis. Ich weiß nicht. Die machen in letzter Zeit auch viele Kollaborationen mit Disney oder mit irgendwelchen Filmen und so weiter. Und dadurch sind die Produkte einfach so, so teuer geworden. Die LEs waren mal echt erschwinglich. Und jetzt mittlerweile ist es echt crazy geworden. Hier habe ich nämlich die Little Mermaid Eyeshadow Palette, die wirklich hübsch ist. Also erinnert natürlich optisch an etwas, was wir auch schon gesehen haben. Dafür ist hier halt der Platz auch ein bisschen mehr genutzt. Die ist wundervoll. Da kann man auch schön was mit schminken. Aber sie ist jetzt wirklich nicht, keine Ahnung was, die kosten sollte 20 Euro oder mehr wert. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Ich habe die auch damals im Sale dann geschossen und habe mich drüber gefreut. Aber zum vollen Preis sich das Ding holen auf gar keinen Fall. Qualität ist gut. Also Kiko, die Jutten sind immer Hit or Miss. Entweder hast du Glück oder eben nicht. Da muss man dann halt immer hoffen und bangen. Die war schon eine gute Qualität. Aber ich würde die maximal im Laden für 10 Euro sehen. Weil Kiko ist für mich und bleibt für mich auch irgendwie so ein bisschen Drogerie plus Marke. So ein bisschen wie L'Oreal oder wie Nix oder so. Also das ist wirklich krass gewesen. Dann habe ich jetzt diese hier auch noch. Das ist die Deutsche Diva Sleek Mauve. Damit hat nämlich das Ganze angefangen, dass die auch diese Quattros in dieser Formation rausgebracht haben. Ja, das ist schon sehr hübsch. Das haben wir heute, glaube ich, auch schon mal so ähnlich gesehen. Damit kann ich auch sehr, sehr schöne Alltagslooks schminken. Das macht auch tatsächlich sehr viel Spaß, das zu verwenden, weil die Töne so, so, so schön pigmentiert sind. Also sowohl die Schimmertöne mag ich einfach gerne leiden, als auch die matten Töne. Das hat schon was. Das ist das, da hast du schon was hinter. Keine Frage, du bekommst auch was für dein Geld. Aber die sollen mal echt die Kirche im Dorf lassen. Bin ich vollkommen ehrlich. Ja, und diese Palette ist an etwas angelehnt, was wir dann auch wahrscheinlich gleich nochmal sehen werden. Also Kiko ist da wirklich sehr, die lassen sich gerne inspirieren, um das mal so zu sagen. Die Holiday Premiere Color Symphony Palette habe ich hier. Die war in dem Adventskalender drin. Die konnte man oder kann man auch so kaufen. Das ist einfach ein Quattro und da haben wir ausschließlich Schimmertöne drin. Die kann man dann super kombinieren oder als Topper verwenden. Das ist soweit so schön, ne. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann doch eher bei einer anderen Firma, wo ich da auch einfach ein bisschen mehr Qualität für das bekomme. Da ich ja auch hier nicht nur die Sachen privat verwende, sondern sie dann ja auch euch empfehle, möchte ich dann auch lieber euch Qualität empfehlen. Nicht nur das Inspirierte, weswegen diese Palette jetzt auch weiter wandern wird. Und jetzt schauen wir uns nochmal von Lavera Naturkosmetik die Glorious Minerals Eyeshadows an in der Farbe Lovely Nude 01. Auch das, das, also ganz ehrlich, da bezahlt man ganz schön viel Geld für. Und das finde ich nicht in Ordnung. Für diese wirklich schlecht pigmentierten an und für sich, ne, vier Töne, die jetzt nichts Besonderes sind, muss man für sich selber entscheiden. Ich bin dann doch eher bei Catrice oder Essence, wenn ich mich halt für solche Töne entscheiden wollen würde aus der Drogerie. Naja, wir gucken uns vielleicht mal hier diesen Grauton an. Das ist schön. Du kannst damit auch schöne Looks schminken, gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so krass besonders und gut, dass es den Preis, also, also, ich stotter schon wieder, dass es das rechtfertigen würde, oder? Weiß ich nicht. Ja, ist halt hübsch, aber das war es dann auch. Ne, das wird auch nicht bei mir bleiben. Liesel Cosmetics, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat sich im Laufe der Zeit zu einer Marke gemacht, die ich sehr schön finde. Ne, ich habe sie damals schon bestellt, bevor sie überhaupt zu Purish kam und fand sie einfach sehr interessant. Das ist eine deutsche Firma tatsächlich. Ich glaube, die sitzen sogar in Berlin. Hier habe ich einmal eine kleine Sechser und zwar ist es die Destiny Pressed Powder Palette. Da lasse ich den Schuber auch hinten dran, weil man kann sich die ja auch selber zusammenstellen. Das hier war jetzt eine, die jetzt schon so vorkonzipiert war, ne. So schaut sie aus. Ich finde sie sehr, sehr, sehr hübsch. Das ist eine eher kühlere Palette. Wir haben hier auch diesen lila Ton mit dabei. Man kann damit auch wirklich einen sehr schönen Look machen. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass man da sehr, sehr viel Variation hat, einfach dadurch, dass es nur sechs Töne sind. Hier muss ich aber wirklich mal überlegen, ob ich die behalten möchte, einfach weil ich jetzt mittlerweile auch neuere von Liesel habe, die ich sehr, sehr, sehr viel besser in der Qualität finde. Ne, da muss ich jetzt nochmal überlegen. Die kommt schon mal auf mein Vielleicht. Als nächstes habe ich hier die Dream Sign Palette. Auch hier, ne, da hatten die das noch nicht hinten drauf gedruckt, haben die quasi die normalen, befüllbaren Paletten genommen und dort halt ja eine Konstellation reingemacht. Die ist sehr hübsch, aber auch hier wieder eine Palette, wo ich sage, hm, vielleicht habe ich sie in anderen Liesel Paletten auch so ähnlich mit drin. Das müssen wir gleich mal schauen, denn hier haben wir auch noch die in Anführungsstrichen alte Qualität. Die sind halt sehr, sehr bröckelig. Die halten nicht so gut auf dem Auge. Trotz Glitterglow muss man da wirklich aufpassen. Ja, also die sind halt noch nicht so bam in your face wie die neueren Varianten davon, auch wenn sie sehr hübsch ist, ne. Das ist eine kühle Palette, die auch ein bisschen abgefahren ist, auch durch dieses gelb-orange, was mit dabei ist und das matte Grau, was man jetzt auch nicht so häufig in Paletten findet. Und auch hier haben wir eine sehr abgefahrene und zwar die Liesel Estate Palette. Das gehört ja aus dieser Theresa Palette. Also Theresa Estate ist die Creatorin, die das mitgemacht hat. Und genau, hier haben wir auch keine Töne hinten drauf, sondern hier stehen die schon mit drunter, was ich sehr, sehr gut finde. Und hier haben wir auch wieder eine etwas kühlere Palette, aber hier werden wir schon mal ein bisschen bunter. Das mag ich ja sehr gerne. Da haben wir jetzt auch mal etwas bessere Quali von der ganzen Geschichte, wobei man auch hier ein bisschen aufpassen muss, dass das Ganze einem etwas krümelig werden kann. Und die ist jetzt auch noch nicht so mega optimal. Da müssen wir mal gucken, ne. Also da sind jetzt so die älteren Paletten eher so auf der Vielleicht-Seite für mich. Dann habe ich hier eine Palette. Das ist die, die ich mir mal selber zusammengestellt habe. Oh mein Gott, die war so teuer. Oh mein Gott, Leute. Ich sag's euch. Denn, ähm, ja, da habe ich mir halt einfach so eine 12er Palette zusammengestellt mit diesen neun krassen Tönen, die die hatten. Also da haben wir hier ein anderes Finish als bei denen hier. Die sind ein bisschen gröber, die sind feiner. Und einfach, weil die so teuer war, will ich sie behalten. Diesen Ton liebe ich abgöttisch. Das ist uns allen, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr bewusst, ne. Und, ja, den kannst du halt auch super mit anderen Sachen kombinieren. Und der ist einfach hammermäßig schön. Die Palette muss bleiben. Einfach, weil sie so teuer war. Und es mir sehr wehtun würde, wenn ich sie aussortieren würde. Das hier war, glaube ich, mit einer der ersten. War das After Glow, After Dark oder sonst irgendwas? Weiß ich jetzt gar nicht. Steht das hier irgendwo drauf? Ne, ist auf jeden Fall diese hier. Da fing Lidl mal so langsam an, halt auch wirklich Paletten zu konstellieren, konzipieren, die mich halt auch echt gecatcht haben. Wir haben hier fantastische matte Töne mit dabei, die auch sehr satt auf dem Auge rüberkommen. Und so ein paar Schimmertöne, die auch ihre eigene Besonderheit immer mit sich bringen. Ich glaube, das hier ist sogar ein Duo-Chrome-Ton. Hier schauen wir uns aber mal dieses extrem schöne, helle Blau an. Dieses Königsblautönchen. Weil da sieht man, dass Lidl einfach ein bisschen rausgehauen hat und da ein bisschen mehr Qualität angeschraubt hat, hochgeschraubt hat. Finde ich auch sehr hübsch, die Palette. Und deswegen bleibt die auf jeden Fall. Die Frage ist, wenn ich jetzt diese Palette behalte, muss ich dann noch diese hier behalten? Weil doch manche Sachen sich hier etwas widerspiegeln und die Besonderheit dieser Palette dann nicht mehr gegeben ist. Nein, die hier wird jetzt weiter wandern. Die Lidl-is-dead-Palette. Hier kommen wir mal zu den wirklich etwas neueren Formulierungen. Das dürfte jetzt die Evergreen sein. Genau, die ist auch wirklich fantastisch. Die habe ich auch so, so, so viel empfohlen und gerockt. Und meine Güte, ist die hübsch. Ist die hübsch, oder? Das ist auch eine schöne, ja, grüne Palette, aber halt auch mit Gelb mit dabei. Und dann auch diese Kontrastfarbe mit diesem dunklen Beere-Ton oder Weinrot, wie auch immer man es nennen mag. Ich bin so schlecht in Farben beschreiben. Da haben wir eine total super tolle Qualität. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die bei diesen beiden Tönen etwas mehr Variation drin gehabt hätten. Die sind zwar unterschiedlich, aber jetzt nicht so intensiv unterschiedlich, dass man sie beide mit in die Palette hätte packen müssen. Aber trotzdem ist die sehr hübsch. Da können wir uns auch mal diesen Ton angucken. Das ist, das ist schon, ne, eine krass gute Qualität. Und da hat man auch seine Freude mit. Wenn man die in der Sammlung hat, ist es halt eine Palette, zu der man sicherlich gerne greift. Und deswegen eine schöne Palette, die ich auch immer wieder empfehle. Ich glaube, die wird auch immer wieder neu produziert. Also das ist jetzt mehr oder weniger eine Limited Edition, die aber irgendwie dann doch im Standardsortiment mit drin ist. Und ich glaube, auch dieses Sechser-Palettchen wird weiter wandern, weil ich behalte ja auf jeden Fall diese hier. Und da sind dann doch einige Töne drin, wiederzufinden, ne. Und dementsprechend wird die auch weiter wandern. Denn ich habe ja auch diese fantastische Wildflower-Palette. Leute von heute, die ist so richtig Sommer, Frühling. Lasst die Sau raus. Das Leben ist wunderschön, Palette. Oh mein Gott, die strahlt, ne. Ich finde die so hübsch. Habt ihr auch schon so viel verwendet und kann sie euch wärmstens empfehlen. Jo, Mr. Spuck. Die Stubenfliege ist hier auch mit am Start. Wir haben hier auch so zwei Töne, drei Töne, vier Töne, fünf Töne. Eigentlich alle Schimmertöne, die hier drin sind, die so einen Shift auch mit dabei haben. Aber auch die matten Töne sind fantastisch. Bei manchen, also zum Beispiel bei den pinken, muss man ein bisschen aufpassen. Die könnte ein Stain hinterlassen, weil die sehr, sehr heftig pigmentiert ist. Aber, Leute, es macht einfach Spaß. Und hier gucken wir uns natürlich diesen wundervollen Grünton an. Genau, hier behalte ich auch den Schuber, weil hinten drauf dann die Namen auch draufstehen von den Tönen. Der ist schon sehr flockig. Das heißt, Glitterglow ist am Start. Und auch mit dem Finger trage ich den ganz gerne auf. Aber das lohnt sich. Das lohnt sich einfach. Die Palette ist wundervoll. Da lassen sich ganz, ganz tolle Looks mit schminken. Und das macht mir einfach jedes Mal eine Freude, wenn ich sie aufklappe. Die Metamorphosis Palette ist auch eine sehr hübsche Palette. Haut mich aber nicht so von den Socken wie jetzt die Wildflower zum Beispiel. Ist aber eine sehr hübsche. Hier haben wir auch zum Beispiel schon die Motte mit am Start. Die jetzt auch sehr, sehr prägnant immer mehr auch in den ganz neuen Paletten zu finden ist. Das ist eine eher erdige Palette. Eine für mich persönlich eher herbstlich angelehnte Palette. Aber auch da haben wir sehr, sehr strahlende Töne mit dem Orange zum Beispiel mit dabei. Oder auch dieses krasse Gelb und auch das Gold und sehr, sehr schöne Töne. Also das ist jetzt nicht eine, die ich super häufig verwende. Einfach weil das nicht unbedingt mein Farbschema immer so ist. Sie ist trotzdem sehr hübsch. Und da können wir uns auch mal hier zum Beispiel diesen Ton angucken. Wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die etwas krümmeliger ist. Aber dafür hast du halt auch richtig krass pigmentierte Farben. Genau, kann ich hier ganz gut swatchen. Das ist halt eher eine bräunliche Palette, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne. Mit der Velvet Dusk Palette sind wir auch wieder bei einer etwas älteren Geschichte von Liesel. Da weiß ich halt noch nicht, da muss ich mal überlegen. Weil die ist halt wirklich eher, in Anführungsstrichen, schmutziger und rauchiger von den Tönen her. Und das ist nicht unbedingt das Farbschema, was ich super häufig trage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese hier behalte, dann, also die hier, ne, dann brauche ich die hier jetzt nicht unbedingt. Also das ist halt auch noch so eine Sache, obwohl ich hier dieses fantastische Grün drin habe, was ich wunderschön finde. Aber das habe ich ja auch in anderen Paletten dann noch mit drin enthalten. Dementsprechend kommen wir auf jeden Fall klar. Schöne Palette, aber ich glaube, die wird nicht bei mir bleiben. Wir swatchen auch mal dieses wunderschöne Grün, was hier mit dabei ist. Man kann sich diese Paletten auch immer noch nachbauen, weil meistens haben die auch noch die Farben, die in den Paletten drin sind, in dem Standardsortiment. Ach, der ist schon geil, der Grünton, ne? Das ist, glaube ich, so eine Palette, die ich auch erstmal offen vielleicht für mich lege. Nein, Claudi, das tust du nicht. Die wird weiter wandern. Die Nightflower ist extrem schön und genauso wie die Wildflower hat die einen riesigen Platz in meinem Herzen, weil ich die fantastisch finde. Also hier haben wir noch die Blume mit drauf und noch nicht die Motte, ne? Und das ist halt so eine richtig schöne blau-lila-farbene Palette, wo ich ganz offensichtlich diesen hellblauen Ton am meisten liebe. Ja, also wundervolle, wundervolle Farben. Das macht einfach Freude. Ich sehe halt so viele Ähnlichkeiten, weil ich jetzt die anderen Paletten ja auch gerade vor mir liegen habe. Da muss man echt aufpassen, ne? Weil manche Sachen wiederholen sich dann auch immer mal wieder. Komm, wir swatchen mal diesen hier. Das ist auch einer, der so ein bisschen Shift mit drin hat. Ja, nicht so der Ton ist, den ich jetzt vielleicht unbedingt verwende, aber trotzdem ein wunderschöner Ton ist, ne? Also ich habe immer bei diesen rötlichen Tönen bei mir einfach das Empfinden, dass es halt schnell danach aussieht, als hätte ich eine Augenentzündung oder so. Kann aber sehr schön sein. Hier haben wir halt auch dieses wunderschöne Grau mit dabei. Ich glaube, ich werde die hier aussortieren. Glaube schon, weil diese Töne finde ich in vielen anderen Paletten wieder, die ich halt von Liesel behalten möchte. Auch wenn ich... Ah, ich finde sie so schön von den matten Tönen her, ne? Ich muss noch überlegen. Es fällt mir noch sehr schwer. Hier haben wir jetzt eine etwas neuere Palette von Liesel und zwar ist das die Mellow Grove Palette und die sieht von außen auch sehr mystisch aus mit diesem Schmetterling-Motten-Ding. Ne, das ist ein Schmetterling, ne? Genau. Die ist so hübsch. Ich persönlich mag es jetzt wirklich gerne, dass die jetzt auch fest die Töne in den Paletten drin haben. Ja, du kannst es jetzt nicht mehr so schön austauschen, dass wenn ein Ton leer sein sollte, dass du dann auf die Homepage gehst und die dir nachbestellst. Aber seien wir mal ehrlich, es ist super schwer, solche Paletten halt auch wirklich zu leeren. Hier stimmt für mich einfach so vieles, weil wir auch die Farbnamen hier draufstehen haben. Hier stimmt für mich auch die Farbkonstellation. Damit habe ich auch gerne was geschminkt. Die ist jetzt wirklich sehr, sehr neu auf dem Markt, stimmt. Ich erinnere mich. Da habe ich aber vor allem die Hellen-Looks verwendet oder Hellen-Looks geschminkt. Hier haben wir auch so ein richtig schönes Alt-Gold mit drin, ne? Das ist schon eine schöne Palette. Die kann man sich auf jeden Fall angucken. Da merkt man auch, dass die Qualität jetzt immer weiter sich gesteigert hat und die einfach mit so einer Palette auch wirklich einen rausgehauen haben. Die gefällt mir sehr gut. Wenn die jetzt noch anfangen würden, dass die halt dieses hier hier hinten draufdrucken würden, wäre ich sehr happy, weil da müsste ich die ganzen Schuhe nicht alle aufbewahren. So, dann haben wir hier eine, die quasi vor der Mellow Growth kam. Das ist die Midnight Serenade Palette. Da haben wir auf jeden Fall die Motte vorne drauf. Die kam, ich glaube, zum Herbst raus. Und das merkt man auch, ne? Das ist wirklich eine eher herbstliche Palette. Nicht ganz so mein Beuteschema, aber die Farben sind heftig geil. Und es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Da gucken wir uns mal diesen Ton an. Also allein, wenn ich jetzt schon reingehe, das ist so weich. Man muss schon aufpassen, dass man nicht das ganze Pfändchen damit rausnimmt, ne? Das ist so ein Klassiker-Ton, den wir jetzt ja auch heute schon ein paar Mal gesehen haben. Und ihr seht, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man den Spotsteckern krümeln. Also bei solchen Paletten dann vielleicht erst den Augenlook schminken und dann die Base machen. Das muss man einfach für sich selber entscheiden, wie da halt die Schminkroutine ist. Aber eine sehr schöne, sehr düstere Herbstpalette, die einfach Freude macht. Dann habe ich hier eine, die mir Freude machen sollte, sage ich jetzt mal. Weil ich ja auch ein Kind der 90er, 80er, wie auch immer bin. Die Two-Up-Palette ist das. Das ist ja so ein bisschen aufgebaut wie ein Gameboy. Und wenn man die auch aufmacht, ist das ja auch irgendwie wie so ein Spiel und so. Aber ich finde zum einen die Qualität nicht so ultimativ. Und zum anderen finde ich es einfach furchtbar, wie die Pfändchen hier angeordnet sind, dass hier so viel freigelassen wurde und so. Das ärgert mich. Das heißt, die Palette wird auch nicht bei mir bleiben. Auch wenn die Töne wirklich hübsch sind, wie hier zum Beispiel der Console. Aber den finde ich auch in anderen Paletten von Liesel, die ich habe. Hier auch wieder so ein schöner Shift-Ton, der aber eher als Topper-Ton zu sehen ist. Wenn du den, wie gesagt, auch wieder auf deinen Glitter-Primer aufbaust, kannst du da auch ordentlich was von rausholen. Aber die wird jetzt weiter wandern. Und das ist die Palette von Liesel, die überhaupt erst meine Liebe zu Liesel Cosmetics entfacht hat. Und zwar hat Jolina Mennen damals eine Palette in Kooperation mit denen rausgebracht. Die ist jetzt nicht der Banger schlechthin. Auf gar keinen Fall. Damals war sie das. Damals war sie einfach so heftig und so neuartig. Und auch für die Marke selber, glaube ich, ein ganz krasser Boost. Und deswegen behalte ich die auf jeden Fall. Das hat die so, so schön gemacht. Und ja, es hat immer wieder Spaß gemacht, mit ihr was zu schminken. Jetzt mittlerweile ist sie mir tatsächlich echt ein großes Stück zu dunkel und auch ein bisschen zu trocken in Relation zu den anderen, die ich so von Liesel habe. Aber es macht trotzdem immer noch Spaß, mit ihr zu arbeiten, vor allem mit ihr zu schminken. Und deswegen wird sie auf jeden Fall bleiben. Guckt euch das an. Das ist schon eine gute Qualität, ne? Genau. Die gibt es jetzt, glaube ich, so auch gar nicht mehr wirklich zu kaufen. Die gab es eine ganze Beine noch auf der Liesel Homepage. Auch bei Parfümerie Pipa und so weiter konnte man die noch kaufen, ne? Aber sehr, sehr schönes Schätzelein. Diese Palette ist die einzige Lidschattenpalette, die ich von L'Oreal habe. Und ich habe sie eigentlich immer aufgehoben, um damit Heidelux zu schminken. Ganz ehrlich, ich finde einfach, dass sie fürchterlich riecht. Das ist in Kooperation mit Eli Saab gewesen. Damit kann man was Schönes zaubern. Aber ich komme auf den Duft einfach mittlerweile gar nicht mehr klar. Und auch wenn die Töne wirklich nicht von schlechten Eltern sind und man damit auch wirklich was Schönes zaubern konnte, wird die jetzt gehen. Einfach, weil ich kein positives Empfinden zu dieser Palette mehr habe und sie mir einfach zu sehr müffelt. Ja, Love. Wir trauern dem Ganzen alle, glaube ich, hinterher. Und das sind die einzigen Paletten, die ich von Love behalten habe bislang. Das ist einmal die mit Hatice Schmidt gewesen. Das war auch absolut Kracher. Absoluter Kracher. Ich finde es einfach so, so schade, dass es die Marke nicht mehr gibt. Denn die haben hier mit Hattie auch eine richtig tolle Palette rausgebracht. Das war halt für damalige Verhältnisse der Burner schlechthin. Es hat einfach so viel Freude gemacht, sie zu verwenden. Und das war halt auch noch zu der Hochzeit von Love, von Hatice und so. Und das war einfach großartig. Und mit dieser Palette habe ich auch so ein bisschen angefangen, meine Liebe zu Farben zu entdecken. Denn sie hat sich hier getraut und hat halt wirklich in so einer Drogerie-Palette solche Farben mit reingebracht. Dieses Blau, dieses Türkis, dann auch so andere Texturen wie in diesem Berlin. Das ist schon einfach geil, dass sie das gemacht hat. Deswegen ist es halt auch eine Palette, die bleiben wird. Hatties Shade war ja quasi auch so eine umstrittene Farbe, aber trotzdem die Farbe der Palette, weil das einfach ein Topper war. Den konnte man über alles Mögliche drüber machen. Das hat die Leute, glaube ich, auch mich auch damals ein bisschen verwirrt. So, hä, warum ist der jetzt auf dem Auge so nur? Das ist ja voll öde. Aber letztendlich, wenn du den halt über irgendeine andere Farbe drüber gemacht hast, ist der halt abgegangen. Und das fand ich richtig schön. Jetzt mittlerweile ist die Qualität natürlich von Lidschatten besser geworden. Aber trotzdem hat diese Palette nach wie vor einen großen Platz in meinem Herzen. Ja, Love mit Oskar Atem. Die Atem Eye finde ich persönlich als Palette für den Alltag super schwer. Weil, ich meine, Oskar Atem ist ja auch ein Künstler. Mittlerweile ist er ja nicht mehr so YouTube-mäßig unterwegs. Das ist eine Palette, die ich jetzt zum Beispiel super gerne mitnehmen werde auf eine 90er-Party oder so, wo wir dann auch sehr neonmäßige Looks schminken, wo wir uns sehr bunt schminken werden, wo wir in das Blau gehen werden, wo wir die Töne auch wahrscheinlich sehr gerne verwenden werden. Ja, das macht schon Spaß. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man hier nicht so wirklich viel Schimmer mit drin hat. Dafür hat er halt diesen Kundalini und High Society mit reingebracht. Die kannst du nämlich über alle Töne drüber toppen, um dem Ganzen einfach etwas mehr Glitter und Glamour zu verleihen. Das ist halt so richtig, richtig, richtig abgefahren, was mit dieser Palette so passiert ist. Dass man da einfach für die Drogerie eine Palette gehabt hat, die so speziell ist. Also das hat man einfach vorher noch nicht so gesehen. Ja, das wirkt jetzt nicht so geil auf meinem Arm. Das ist halt super artistisch. Und ich mag gerne mit artistischen Sachen zu arbeiten, artistische Looks zu schminken. Und das bietet diese Palette. Also da hat man wirklich viele Möglichkeiten. Deswegen wird sie auf jeden Fall bleiben. Lancome ist eigentlich eher so eine Marke, die so eine, ja weiß ich nicht, man fühlt sich gut, wenn man die verwendet ist vielleicht. Weil das halt einfach ein bisschen hochwertiger ist. So wie Estée Lauder zum Beispiel auch. Hier habe ich einmal die Hypnose Palette French Nude 01. Das ist einfach so eine ganz kleine Kiste, die ja auch in dem Adventskalender, glaube ich, mal mit drin war. Vier matte Töne, ein Schimmerton. Damit machst du halt einen ganz simplen Alltagslook. Das ist jetzt nichts super krass Besonderes. Das ist halt einfach eine Nude Palette, die einfach immer funktioniert, um das mal so zu sagen, die nicht so super auffällig ist. Aber, ne, da kriegst du halt einen schönen Look mit hin. Definitiv eine süße Sache. Was ich immer noch furchtbar finde, ist, dass Lancome hier solche Applikatoren reinmacht. Ganz ehrlich, das muss doch echt nicht sein. Meckern kann man immer. Dann habe ich hier auch aus einer Christmas Limited Edition diese Palette. Das ist die Holiday 2023 Eye & Face Palette. Die sieht einfach so aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon benutzt habe. Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, ja, dann kann ich die vielleicht einfach mal weitergeben. Da wird sich jemand anderes drüber freuen, wenn ich die da mal verlose oder so, ne. Die muss jetzt nicht unbedingt mehr hier in meiner Sammlung bleiben. Dann kommen wir jetzt mal zu einer abgefahrenen Marke und zwar LH Cosmetics. Die liebe Schwedin ist es, glaube ich, ne. Die Linda Horberg hat da so einiges in den letzten Jahren rausgebracht, wo ich dann über Peerish auch ganz gut rangekommen bin, um das man sozusagen teilweise in Adventskalendern, teilweise selber gekauft, teilweise zugeschickt bekommen. Da starte ich doch einfach mal hier mit der Daybreak Palette. Das ist halt eine sehr kühle Palette. Hier auch wieder die Sache, wenn gute Qualität und irgendwie besonders, dann darf sie bleiben. Und das ist sie tatsächlich. Denn ich finde, die Schimmertöne machen das Ganze wirklich sehr besonders. Und auch die Farbkonstellation. Ich finde es toll, dass wir auch diesen hellblau Air Ton hier mit drin haben. Und auch die Schimmertöne sind nicht von schlechten Eltern. Wobei man da halt wirklich, wenn man richtig Kabittes haben möchte, bei LH Cosmetics zu denen hier greifen sollte, ne. Ja, also einfach ein wunderschöner Schimmerton, mit dem man einfach alles nochmal ein bisschen glowiger gestalten kann. Haut einen das vom Hocker? Ich weiß es nicht. Jetzt nicht unbedingt. Aber die Qualität ist schon sehr schön. Wenn man halt wirklich nur auf Cool Toned und Grau und so weiter gehen möchte, ist wahrscheinlich Glam Light ein bisschen weiter vorne für mich persönlich. Aber trotzdem ist das eine schöne Palette. Dann habe ich hier die Blomma Palette. Und da habe ich einfach irgendwie ein Herzensverhältnis zu. Ich weiß nicht warum. Ich habe da auch irgendwie damals ein Short zugetreten, ein Real zugetreten. Das hat einfach Freude gemacht. Das hat mich lächeln lassen und zum Strahlen gebracht. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren kamen die raus. Vor einem Jahr müsste das eigentlich ziemlich genau gewesen sein, ne. Eigentlich nicht unbedingt so die Art und Weise, wie ich ja gerne Look schminke. Aber dadurch, dass wir halt diesen wunderschönen Ton mit dabei haben, ja, auch diese wunderschönen Schimmertöne, die sowohl basic sind, ne, wie dieser, Entschuldigung, der Marigold, der eigentlich so ein bisschen oldschool-mäßig unterwegs ist. Aber auch dieses Lilac, das ist, ich finde die Palette einfach schön, ne. Wenn man halt wirklich so einen, ja, blumig, frischen Look haben möchte, ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert. Der sieht jetzt tatsächlich etwas schmutziger aus, als er so sonst in der Palette wirkt, würde ich fast schon sagen. Egal, so schaut er geswatcht aus, das ist auch wieder, ne. Eine gute Qualität, kann man schön mitarbeiten, schöne Looks mit zaubern, das macht Freude. Letztens erst in dem Video habe ich euch die Reload-Palette gezeigt. Das ist diese hier. Die ist nicht jedermanns Sache, weil sie doch sehr dunkel unterwegs ist. Man kann aber auch sehr schöne Looks damit schminken. Ist jetzt nicht unbedingt meine favorisierte Palette von LH Cosmetics, da bin ich vollkommen ehrlich, aber sie ist trotzdem sehr schön. Wenn man halt einfach mal ein bisschen dunkler werden möchte, ein bisschen abgefahrener werden möchte, kann man damit ganz gut arbeiten. Hier habe ich so ein dunkles Petroltönchen, der ist schon schön, ne. Also, ja, und das sind halt auch einfach Paletten, da braucht, also ich nehme da schon einen Glitterglut runter, brauchst du aber eigentlich nicht, weil die ja schon Kapitiers mit dabei haben, ne. Und die krümeln halt nicht. Also, das muss ich wirklich sagen, das wurde sehr, sehr schön gemacht von den Tönen her. Die halten recht gut auf dem Auge bei mir. Und dann habe ich hier noch die Creator Palette als 9er Palette. Die schaut so aus, das ist letztes Jahr im Herbst rausgekommen. Ich glaube sogar mit die neueste von denen, die ich hier habe. Finde ich persönlich richtig, richtig hübsch. Also, ich mag ja gerne solche Orange-Geschichten. Und hier finde ich einfach auch für mich, dass ich auch zu diesen Orangetönen und zu diesen Rosentönen greifen würde und auch greifen werde. Einfach, weil sie so in der Kombination so toll sind, ne. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe, dass ich mir den hier so als ersten Ton aufgebe in die Lidfalte. Mit dem hier noch ein bisschen außen verdunkel und den hier vielleicht auch noch irgendwie mit einbinde in unterer Wimpernkranz und nach außen ausblenden oder so vielleicht. Und dann jetzt hier einfach so diesen Altea drüber mache als Schimmerton. Kann, glaube ich, richtig geil aussehen, ne. Diese Kombination von Rot, Orange und halt dem Grünlichen, das ist schon sehr, sehr nice, ne. Wir schauen uns aber mal den Ani-Ton an, denn der ist auch noch mit so einem Shift mit dabei. Der ist etwas besonders. Den finde ich auch sehr individuell, nein, nicht individuell, universell einsetzbar, ne. Das ist so ein, ich weiß nicht, der hat was rosa-orangenes, aber halt dann diesen Goldschimmer auch noch mit am Start. Eine echt hübsche Palette, so, ne. Und jetzt habe ich dann die Schimmerquattros hier. Das ist einmal die, heißen die alle? Ne, die heißt einfach nur Schimmersager. Hier haben wir halt richtig krass Duochromes und die kannst du auch Mono auf dem Auge verwenden. Ich weiß, Sarah Isabel macht das super gerne. Ich würde die aber auf jeden Fall dann kombiniert verwenden. Da habe ich hier einmal den Passion, das ist auch ein ganz, ganz toller Ton, Leute. Da muss man ein bisschen aufpassen, der krümmt nämlich mehr, weil die sind natürlich etwas intensiver pigmentiert, ne. Weil da steckt einiges dahinter. Ja, wow. Einfach wow. Das ist, das ist doch wunderschön. Grün, gleichzeitig rosa, silber. Oh mein Gott, das ist ein abgefahrener Ton, ne. Und da ist halt vier Stück von in einer echt geilen Qualität. Dann haben wir hier die Basic Elements Palette. Das ist diese hier. Das war, glaube ich, die erste, die in dieser Quattro-Geschichte rausgekommen ist. Das ist wirklich eher Basic unterwegs, aber die sind halt so intensiv. Ich vergesse halt immer wieder, dass ich sie habe. Und das sind halt so Paletten, die kannst du super kombinieren mit anderen, die vielleicht nicht ganz so knallig unterwegs sind. Damit kann man halt alles nochmal auf eine etwas andere Stufe heben, ne. Einfach eine solide Kiste. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt unbedingt brauche. Bin ich ganz ehrlich, weil die hier sind ja zum Beispiel nicht so besonders wie die Schimmersager. Weil bei der Schimmersager haben wir halt diese Shifts mit drin, was ich irgendwie ein bisschen geiler finde. Das heißt, ich lege mir die tatsächlich auf meinen vielleicht Haufen Hilfe. Und dann habe ich die Siren Song. Und ja, die geht halt richtig ab, ne. Da haben wir halt auch wirklich diese Shifts wieder mit dabei. Und sehr metallisch das Ganze. Also da ist alles halt wirklich so ein bisschen weiterentwickelt. Die Basic Elements war wirklich dann so die erste, wo dann erstmal geschaut wurde, wie man das so konzipieren könnte. Und dann ging halt mehr und mehr ab. Das ist schon schön, ne. Das ist schon richtig schön. Das mag ich gerne leiden. Oh, ja. Eine ganz tolle Palette. Sehr empfehlenswert. Und ja, die Basic Elements wird mein Lager, meine Sammlung verlassen. Hier habe ich noch eine Palette, die habe ich letztens erst im Tauschpaket von der lieben Caro bekommen. Von Look by Beeper. Die I am Glamorous Palette. Ja, es ist eine süße Palette. Haut mich jetzt nicht so ganz vom Hocker. Ich muss sie halt nochmal intensiv auf dem Auge testen, ne. Das ist jetzt wirklich eine sehr, ja, kühle Basic Palette. Aber es ist halt eine Drogeriemarke. Und das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie Look by Beeper so ist. Das ist ja die österreichische Drogeriemarke, die es so gibt. Und hier habe ich einmal einen Ton, der auch so ein bisschen Shift mit drin hat. Den finde ich ganz interessant. Der schaut geswatcht so aus. Da muss man sich natürlich ein bisschen mehr Mühe geben. Aber der hat auch so einen schönen silber-rosa Shift. Ganz interessant. Den kann ich mir auch ganz gut vorstellen, damit schön zu arbeiten. Kommen wir zu Luna Beauty. Da habe ich auch allerhand Paletten. Luna Beauty macht sehr schöne Paletten, wobei da auch ein paar bei sind, die jetzt nicht so unbedingt mega krass sind. Schauen wir uns mal die Lives at Drag, die Facelift Palette an. Das heißt, es gab vorher die Lives at Drag Palette. Und dann ist die Facelift rausgekommen, die alles halt nochmal ein bisschen mehr toller machen wollte. Weiß ich nicht. Manny MUA, genau, der hat ja die Marke gegründet. Und der, also das ist das Gesicht der Marke. Hier haben wir auch das Gesicht von ihm. Genau. Und so schaut einmal die Palette aus. Ich mag es nicht ganz so gerne, wenn man halt wirklich diese realistischen Gesichter da drauf hat. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist die Palette. Wir haben hier vor allem matte Töne drin und drei Schimmertöne, die man dann als Topper verwenden kann. Hat ein bisschen was von der Love X Oscar Atem, weil der das ja genau so gemacht hat. Hier habe ich noch gar nicht so super viel mit rumgespielt. Bin ich vollkommen ehrlich. Wir gucken uns mal den Fischi an. Den finde ich nämlich gerade einfach ansprechend. Und ich glaube, ich müsste mal mehr mit ihr spielen. Ist halt echt schade, dass vorne, dass es nicht so ansprechend für mich persönlich einfach aussieht. Sonst würde ich da sicherlich mehr zugreifen. Und hier haben wir dann einmal den Fischi-Ton. Und der sieht hübsch aus. Also ein schöner, satter Blauton. Mag ich gerne. Und jetzt kann ich auch mal endlich diese Umverpackung wegmachen. Weil das muss ja nicht bleiben, ne? So, das ist jetzt eine der neuesten Paletten. Also die neue von ihm. Die Moonsroom-Palette. Die ist jetzt gerade erst rausgekommen. Ich finde das Design dieser ganzen Limited Edition von ihm so schön. Ich mag es generell, dass er halt diesen Mond hier immer so auch mittlerweile drauf macht. Dieses Comic-Design. Das spricht mich halt absolut an. Hier haben wir dann einmal die Palette von innen. Ich finde sie schön. Das ist eigentlich eine Herbstpalette. Auch wenn sie jetzt im Frühling rausgekommen ist. So von den Tönen her so ein bisschen, ne? Aber ich finde, dass man damit auch schöne Looks schminken kann. Man kann damit auch sehr, sehr hell werden. Wenn man sich halt zum Beispiel hier auf diesen Elfenton stürzt. Und einfach so einen gelb-orangenen Look sich macht. Und das Ganze dann halt einfach mit zum Beispiel Fairy Wings auftoppt. Vielleicht ein bisschen von diesem Pixie Pop außen verwendet, um das abzudunkeln. Den mag ich sehr, sehr gerne. Aber auch die ganzen anderen Schimmertöne. Luna Beauty hat es einfach drauf, Schimmertöne zu machen. Die haben das eigentlich immer so, dass du quasi zwei Reihen matte Töne hast und eine Reihe dann halt diese Schimmertöne. Und das mag ich, weil das auch einfach ein ausgewogenes Verhältnis ist und man die Töne auch echt toll miteinander kombinieren kann. Hier gucken wir uns mal den Magic Mushroom an. Der ist echt schon ziemlich nice, ne? Ja. Hat auch so einen schönen Shift wieder mit drin. Das ist einfach schön, das ist angenehm und das macht Freude. Das ist halt dieses mit dem braunen Unterton, da hast du so bläulichen Schimmer mit drauf. Also wunderschön, lässt sich alles auch toll miteinander kombinieren. Eine empfehlenswerte Palette, um das mal so zu sagen, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich die Facelift behalten möchte. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich mit euch. Muss ich noch drüber nachdenken. Dann habe ich hier die Nude Prism Palette. Das ist eine sehr zurückhaltende Palette. Die aber so unscheinbar, wie sie erstmal so rüberkommt, gar nicht ist. Denn die geht wirklich krass ab. Wir haben hier auch diese zwei Reihen Matte Töne, eine Reihe mit den Schimmertönen. Und die Schimmertöne sind Folie. Das macht so viel Spaß. Man kann einfach so einfach damit Look schminken, weil die Töne sich total einfach ineinander verblenden lassen. Und irgendwie alles damit gut aussieht, was ich so damit bastel, ne? Man kann auch, wenn man möchte, manche Töne so umfunktionieren als, keine Ahnung, Bronzer, als Blush, wie auch immer man möchte, ne? Ich finde sie einfach wundervoll und kann sie immer wieder wärmstens empfehlen. Und hier gucken wir uns vielleicht mal, ach, wir gucken uns mal einen matten Ton an. Hier mag ich auch, dass wir nicht allzu dunkel gehen. Also das ist, ne, so für mich persönlich, wenn ich auch so Nude Paletten empfehle, ist das die Nude Palette, die ich auch meinen Freunden so empfehlen werde und würde und mache. Ja, hier haben wir einfach so einen wunderschönen Peach Ton. Sowas ist natürlich jetzt auch total angesagt, ne? Und diese Palette ist halt, die ist halt angesagt, immer, weil die ist zeitlos. Die kannst du immer verwenden, ganz egal, welcher Trend gerade abgeht, die wirst du immer verwenden können. Also du kannst immer alles verwenden, aber das passt zu jedem Trend. Jetzt gerade zum Beispiel mit dem Peachy, dann vielleicht ist irgendwann mal so Rosy Posy angesagt, vielleicht ist manchmal eher grungy, ne? Keine Ahnung. Aber das ist einfach eine geile Palette und ich finde sie so, so toll. Also die muss man halt irgendwie auch haben, finde ich. Dann habe ich hier die Full Fantasy, das ist mit Laura Lee in der Kooperation gewesen. Die ist schön, aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt ein Mega-Must-Have. Hier haben wir es nämlich ein bisschen wilder, dass wir halt nicht diese klassische zwei Reihen Matte, eine Reihe Schimmer haben. Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Gut, dadurch haben wir mehr Schimmertöne hier mit dabei. Aber ja, da hätten sie der Linie doch eigentlich meiner Meinung nach auch ein bisschen treu bleiben können. Trotzdem ist es eine schöne Palette, mit der man tolle Looks schminken kann und die auch wirklich Freude gemacht hat, als ich sie verwendet habe. Ich gehe wirklich intuitiv immer in diese grünen Töne rein, ne? Das ist so ein grün-gelber Ton. Genau, also schöne Palette. Auf jeden Fall, die war super schnell auch ausverkauft. Aber es ist jetzt keine Palette, wo ich sage, man braucht die jetzt un-un-unbedingt. Dafür ist sie halt nicht besonders genug, finde ich. Also da kann man sich besser die Nude Prism holen und dann halt eine zusätzliche Geschichte, wo dann halt die Party ein bisschen mehr abgeht. Wie jetzt zum Beispiel bei der Moonshroom oder eine Siren Sunset hier, die jetzt auch wunderschön aussieht. Wir haben hier auch den Mond etwas anders dargestellt. Der ist jetzt nicht mittig, sondern seitlich, weil wir hier die Meerjungfrau haben. Kam halt auch total passend raus, weil da auch gerade diese ganze Little Mermaid Geschichte am Start war, ne? Hier haben wir dann auch mal die Geschichte von innen. Auch hier wurde das einfach ein bisschen anders gestaltet, dass man halt nicht diese klassische Zwei-Reihen-Eine-Reihe hatte. Aber trotzdem. Also eine wundervolle Palette, die aber etwas zickiger manchmal ist. Also ich persönlich komme mit ihr nicht so super gut klar wie jetzt mit der Full Fantasy oder mit den gerade anderen gezeigten. Mit der Moonshroom, mit der Full Fantasy und mit der Nude Prism komme ich einfach deutlich einfacher klar. Wobei die hier einfach ein bisschen ausgefallener ist, ne? Klar hast du hier auch eine Reihe mit etwas kühleren Nude-Tönen, aber hier unten geht die Party halt schon ziemlich ab. Und dann hast du auch wirklich so ein bisschen was anderes hier drin, dieses folierte Siren zum Beispiel. Oder es fühlt sich so an wie Seide. Es ist einfach traumhaft schön. Also wenn man die Palette hat, dann kann und darf man die auch ordentlich rocken, ne? Da haben wir auch diesen Shift mit drin. Ja, moin, ich bin hier oben. Genau. Und ja, das ist schon schön, ne? Und das ist zum Beispiel kein Ton, der jetzt irgendwie super krass krümeln würde oder so, weil der halt wirklich sehr, sehr fein gemahlen ist, ne? Es ist schon schön. Also etwas schwieriger die Palette an und für sich, aber ausgefallener, ne? Dann haben wir, oder habe ich hier noch zu guter Letzt, die Moonspell Volume 2 Palette. Das ist, ich glaube, die erste Luna Beauty Palette gewesen, die ich überhaupt in meine Sammlung habe einziehen lassen. Ja, das ist halt so ein schönes Buch. Es ist wunderschön, aber es sind halt eigentlich nicht so ganz meine Farben. Es sieht schon, upsala, sehr wild hier drin aus, ne? Und ich bin mir gerade auch hier nicht so sicher, ob ich sie behalten möchte. Bin ich gerade vollkommen ehrlich? Das kann passieren, dass hier auch Paletten aussortiert werden, wo andere sich denken, oh mein Gott, wie kannst du nur? Das denke ich mir bei anderen auch bei ihnen, die klattern. So ist das manchmal. Das ein oder andere Herz wird hier heute gebrochen. Also das ist ein sehr schöner Ton, den ich natürlich auch in anderen Paletten drin habe. Der ist richtig schön. Oh, ist der schön. Krümmelei muss man dann weiter blenden, sage ich mal, ne? Aber ich greife halt echt sehr, sehr selten zu dieser Palette. So wunderschön, wie sie ist, und das ist halt schade, ne? Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass hier die Töne, die ich verwende, zu wenig vorhanden sind. Also dieses Rot verwende ich gar nicht. Ne, die wird weiter wandern. Die wird jetzt weiter wandern. Dann habe ich mich jetzt gerade entschieden, so weh, wie es mir tut. Genauso wie auch die Luxe Drag. Facelift Palette. Hier habe ich zwei Paletten von MAC. Die Connect & Color habe ich mir jetzt relativ neu geholt. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und dann habe ich hier noch so eine kunterbunte Palette. Die habe ich schon etwas länger bei mir. Die habe ich mal relativ günstig im Sale bekommen. Die Botanic Panic Palette. Jedes Mal, wenn ich sie verwende, ist es ein Kampf. Bin ich ehrlich. Da muss man halt wirklich mit arbeiten, dass man die auch ans Laufen bekommt. Und sie ärgert mich halt immer wieder, ne? Sodass ich jetzt einfach auch mal sage, die darf jetzt gehen. Das muss nicht sein. Ich brauche halt auch nicht so ein super buntes Ding, was einfach nicht bei mir funktioniert. Ich liebe super bunt, aber das ist halt irgendwie qualitativ nicht das, was ich mir von MAC wünschen würde, weil die halt auch einfach nicht günstig ist. Bin ich ehrlich, ne? Und da ist man dann enttäuscht von, ja, die mattentöne sind okay, weitestgehend. Aber halt auch nicht mega umwerfend. Also das war jetzt auf dem Finger mega krass. Und auf dem Swatch ist es halt mega wenig. Klar, Swatches sagen nicht so viel wie das, was nachher auf dem Auge ist. Aber wie gesagt, es ist jedes Mal ein Kampf, wenn ich sie verwende. Und so sehr ich halt auch auf diese Palette abfahre, weil ich das so hübsch finde, die muss jetzt einfach gehen. Ne. Dann habe ich hier die Connect in Color. Die ist ganz neu. Und da hatte jetzt auch, ich glaube, Jenny von Jennys Highlights eine Review zu gemacht. Oder ich weiß nicht, irgendeine habe ich gesehen, die halt relativ positiv war. Und da habe ich mir gedacht, gut, MAC, wir beide können hier zusammenkommen. Das Design ist wunderschön. Und bei MAC darf es auch gerne so sein, dass es dann halt ein bisschen zurückhaltender ist, dass wir halt eben eine cool-toned Palette haben, die sehr neutral unterwegs ist, wo ich dann aber wenigstens mal einen vernünftigen Look mit hinkriege, ne? Das ist halt auch irgendwie traurig, das so zu sagen. Nein, aber ich merke es hier gerade, ich habe sie auch noch nicht geswatcht oder so. Ich habe bisher, wie gesagt, nur Looks mit ihr gesehen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Das ist schön. Das ist basic. Braucht man dafür MAC? Ich glaube nicht. Aber trotzdem ist es eine schöne Palette jetzt im ersten Moment. Dann habe ich hier von, ja, Mad Beauty die Winnie the Pooh Palette. Dream Among the Flowers. Das ist schon süß. Hier muss man aufpassen. Bei vielen ist das hier kaputt gegangen, ne? Die finde ich halt einfach wegen dem Winnie the Pooh Thema so schön. Ich finde die Palette an und für sich jetzt nicht so überwältigend, aber das ist halt einfach ein Schätzchen. Da haben wir Tigger. Wir haben IA, wir haben Ferkel und wir haben natürlich Winnie the Pooh hier drauf. Dieser Ton triggert mich natürlich total, weil das muss einfach nicht sein. Die anderen Töne sind halt super, super ähnlich. Das hätte alles so nicht sein müssen. Nun, egal. Dann schauen wir uns mal einfach diesen Ton an. Der fast schon besonderste Ton der ganzen Palette. Und der ist halt auch schön, ne? Also da kann man solide Looks mit dem Schminken und das ist halt auch wie bei der anderen Palette, die ich habe, die ja so ins Lila-Stichel geht aus der Catrice-Geschichte, ne? Es ist solide. Also der Swatch ist ja auch schön und satt und so weiter, ne? Und das sieht auch auf dem Auge schön aus. Aber ich finde, wenn man sie sich so anguckt, denkt man sich, oh ja, öde. Aber trotzdem, es funktioniert und ich finde einfach das Thema hiervon sehr nice. Made by Mitchell habe ich hier drei Paletten tatsächlich. Da habe ich einmal diese hier, relativ neu. Die, mhm, hat die übrigens überhaupt einen Namen? Where the Man goes. Genau, das ist die Where the Man goes Palette. Und die ist richtig geil. Also wir haben hier eine kunterbunte Palette mit leuchtenden Farben. Und natürlich, wieder ich hier, ne? Zu wenig Schimmertöne. Aber die Mattentöne sind fantastisch und die lassen sich richtig toll mit dem, mit Highlighter und so weiter kombinieren. Also eine sehr abgefahrene Palette, die halt richtig schön leuchtend ist. Ich mag das einfach. Und hier gucken wir uns auch mal diesen wunderschönen Grünton an. Und ich, ja, mag sowas und ich, äh, finde diese Palette auch richtig geil. Also da greife ich gerne zu und da kann man auch wirklich schöne Looks mitschminken, ne? So sieht die aus, der, die, der, die da swatch. Und, ähm, ja, arbeite ich gerne mit, verwende ich gerne. Schöne Grußepfändchen mag ich gerne leiden. Zu wenig Schimmertöne, aber trotzdem sehr empfehlenswert. Ähm, diese beiden hier waren, ähm, ja, somit, ja nicht die erste, aber eine der ersten Peerish-Kooperationen, die ich hatte tatsächlich damals. Habe ich einmal diese hier. Das ist die Feed on the Ground Palette, glaube ich. Ähm, genau. Und, äh, die sieht einmal so aus. Wir können uns alle vorstellen, warum ich diese Palette so abgefahren finde. Ne? Die ist schon sehr hübsch mit ihren Grüntönen. Wobei ich da halt jetzt mittlerweile sagen muss, dass die, ähm, Qualität von, bei Beauty Bay, was ich da habe, einfach besser ist. So, dass ich zu dieser hier wirklich sehr, 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 sehr selten greife. Was schade ist eigentlich, ne? Ähm, wir haben hier eine schöne Geschichte drin, eine schöne Farbgeschichte. Natürlich muss ich diesen Ton jetzt watchen. Ich glaube, das wussten wir alle. Warum wir jetzt diese Violettöne und Weinrottöne auch mit dabei haben, dieses Rot, wahrscheinlich um einfach einen Kontrast zu geben. Genau, und, äh, ja. Das ist natürlich, äh, schon meine Welt, ne? Muss ich diese Palette behalten, weiß ich noch nicht. Weil ich habe ja jetzt auch die, die andere, die Where the Mangos, die einfach handlicher ist, wo ich viel mehr Töne drin habe, muss ich nochmal überlegen. Und dann habe ich diese hier, die Milk oder Gott Milk Palette. Ähm, auch die sehr hübsch, aber sehr schwierig, um ehrlich zu sein. Ähm, denn ich finde, hiermit bekomme ich jetzt sehr viele matschige Looks hin. Und ich finde sie auch ein bisschen wild von der Farbkonstellation. Also wir haben hier sowohl diese Nude-Töne, dann wird es irgendwie grün, dann haben wir auf einmal Boom, Pop of Color hier mittendrin. Dann wird es hier auf der Seite ein bisschen dunkel. Keine Ahnung. Also diese Palette macht mich einfach, wenn ich sie anschaue, fertig. Ich finde es einfach nicht so inspirierend für mich, ne? Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Auch wenn ich jetzt hier in diesen Ton reingehe, das ist mega geil, weil der ist richtig schön cremig und der hat auch wirklich was drauf, ne? Guckt euch das an. Das ist, das ist richtig geil. Das ist ein richtig schöner Duo-Chrome. Aber das macht mich die Farbkonstellation, wisst ihr? Das ist halt etwas, was mich triggert. Und deswegen wird diese Palette mich auf jeden Fall verlassen. Die beiden werde ich aber behalten. Hier habe ich zwei M.A. Sam Paletten, die Magic Finish Galaxy Vibes und die Glamorous Nudes Eyeshadow Palette. Die Galaxy Vibes ist, glaube ich, eine relativ neue Variante. Die schaut so aus. Habe ich schon verwendet, fand ich wirklich schön. Also das hat mich echt gefreut, um es mal so zu sagen. Wir haben hier die Quattros, die man so einzeln verwenden kann, theoretischen Highlighter. Man kann aber auch alles untereinander mischen, wenn man möchte. Und ich finde, dass die von der Qualität her richtig schön ist. Also mir hat sie sehr gut gefallen. Deswegen ist es auch definitiv ein Schätzchen in meiner Sammlung. Wirklich für M.A. Sam, ne? Die ja eigentlich eher so auf perfekt aussehen in einer Minute, dezentes Make-up und so weiter aus sind. Ist das einfach ein Banger. Also für mich richtig geil. Ich finde die Palette super. Und die Glamorous Nudes ist halt so eine, ja, 8-Pen-Palette, wo wir halt auch schöne Schimmertöne mit drin haben. Und die man halt auch einfach für simple Looks ganz gut verwenden kann. Da kannst du auch Day-to-Night-Looks mitschminken. Und das macht Freude. Also die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ist auch eine gute Ergänzung dann zu der anderen, die ich habe, zu der Galaxy Vibes, ne? Da schminke ich mich auch ganz gerne mit. Und ja, guckt euch das an, ne? Das ist schon richtig geil. Und die kriegt ihr, glaube ich, in der Drogerie. Also bei Rossmann auf jeden Fall online. Ich weiß nicht, ob es die auch im Laden gibt. Müsst ihr mal schauen. Genau. Ja, nur im Laden bekommt man Max & Moor, weil das ist bei Action zu finden. Das ist eine Lidschattenpalette, die war im Adventskalender. Und ich glaube nicht, dass die bei mir bleiben wird. Bin ich ehrlich. Ich glaube, die werde ich weitergeben. Die flasht mich nicht so sehr. Ich finde es schön, dass wir dieses Petroltönchen dabei haben. Ansonsten haben wir halt eine komplette Nude-Palette. Aber ich habe offensichtlich relativ viele Nude-Paletten, sodass es jetzt nicht unbedingt sein muss. Hier habe ich die Papillon-Palette. Das ist, ich weiß nicht, das französische Wort für Schmetterling, glaube ich, ne? Und so schaut sie von innen aus. Ich habe sie ganz offensichtlich noch gar nicht verwendet. Asche auf mein Haupt. Ich wollte nämlich mit euch zusammen auch mal so ein bisschen, ja, Full-Face-Action oder so schminken. Aber ich glaube, dass es aktuell auch gar nicht so ultimativ gefragt ist. Ich muss mal gucken. Und ja, bleiben wir jetzt hier auf jeden Fall, weil da habe ich auch sehr viel Positives schon drüber gehört, dass die echt gut sein soll. Und das ist halt einfach mein Farbschema. Bis auf diesen einen Ton. Aber damit kann ich leben. Sie hätte natürlich ein bisschen heller sein können für mein Bedürfnis. Aber hey, was soll's, ne? Und die fühlt sich wirklich gut an. Also jetzt dieser... Oh, Leute. Dieser... Richtig geil. Die muss ich unbedingt mal verwenden. Maybelline hat gar nicht so viele Lidschattenpaletten. Und die Nudes of New York ist eigentlich so eine Klassiker-Palette, die es auch irgendwie seit Jahren schon gibt, ne? Also, keine Ahnung. Die hauen auch jetzt nicht irgendwie neue Paletten raus. Finde ich ein bisschen schade. Die könnten da auch mal ein bisschen kreativer werden. Weil das ist halt wirklich eine absolute Basic-Palette, die aber trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Also gar keine Frage, ne? Das ist eine sehr schöne Lidschattenpalette, wovon ich diesen Ton übrigens sehr, sehr gerne mag. Das ist ein, ja, äh, rauchiger, lila Ton. Blass-lila Ton. Und damit arbeite ich wirklich sehr gerne, weil der sich halt auch echt schön auf meinen grünen-braunen Augen macht, ne? Das in Kombination mit einem dunkleren Ton und mit einem Schimmerton dabei. 1A. Macht Freude. Habe ich seit Jahren in meiner Sammlung. Max Faktor hat hier auch so ein Oldie but Goldie. Das ist auch eine der ersten Lidschattenpaletten, die ich überhaupt so in meiner Lidschattenkollektion so drin hatte. Ähm, das hier ist die Rose Nudes. Ich glaube, die habe ich sogar mal geschenkt gekriegt. Von, äh, von, von, äh, M, so, so, von Suna habe ich die mal gekriegt. Jo. Und, ähm, die ist wirklich auch total schön. Erinnert farbtechnisch teilweise an die Nudes of New York, wobei die hier wirklich mehr dieses lila Schema aufgegriffen hat, ne? Dieses kühlere Farbschema. Und man kann damit einfach so schön schminken. Ich schminke damit im Prinzip fast immer den gleichen Look. Und die Töne sind nach Jahren immer noch cremig, immer noch schön, immer noch mega geil und super empfehlenswert. Und das ist auch eine Palette, die gibt es seit Jahren im Standardsortiment. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Melt Cosmetics ist jetzt ganz neu bei Purish eingezogen. Da habe ich hier die Bedside Zodiac Water Palette. Die, äh, Air Palette habe ich mir letztens auch erst noch bestellt. Genau, die richtet sich nämlich an den Krebs, an den Skorpion und an die Fische. Das ist ganz witzig, dass ich die damals gekauft habe. Denn Julius ist vom Sternzeichen Skorpion. Also passt es schon. Und die hat mich farbtechnisch am meisten angesprochen. Ich habe die damals noch bei Beauty Bay bestellt. Ja, hier haben wir die Palette. Extrem schön. Und natürlich ist es mein Farbschema. Gar keine Frage, oder? Das müssen wir gar nicht irgendwie hier auseinanderklamüsern. Ähm, ja. Das muss ich, glaube ich, oder? Ne, das muss ich nicht aufbewahren. Und genau, da werde ich euch auch noch sehr bald einen Look mit schminken, dass ihr dann auch schon mal in den Genuss kommt, zu sehen, was für eine Qualität die Paletten haben. Denn, wie gesagt, die sind jetzt neu bei Purish. Und, ähm, dann kann man sich das mal anschauen. Intuitiv, Leute, ne? Muss ich hier reingehen. Melt hat eine wunderbare Qualität. Und, äh, ja, das ist schön, ne? Das ist so ein richtig schöner... Ist das Türkis oder ist das Mint? Ich weiß es nicht. Es ist ein schöner Ton, den ich gerne leiden mache, so. Und, äh, den setze ich hier mal hin. Der ist halt schon schön, ne? Ne eher dunklere Palette, aber auch eine, die mich sehr, sehr anspricht. Und, äh, da freue ich mich schon drauf, die mal ein bisschen intensiver auszutesten. Und, ähm, ja. Die habe ich gestern erst nämlich wieder hier in meiner Sammlung gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich sie habe. Ich wollte sie mir nämlich neu bestellen. Gut, dass ich vorher geguckt habe. Dann habe ich hier noch die Amor y Mariposas Palette. Ich weiß gar nicht, wer mich da angefixt hat. Ob das die liebe Jenny von Jennys Highlights war oder ob das damals Herr Tietje Schmidt war. Auf jeden Fall wurde die Palette dort gezeigt und ich war schockverliebt. Also, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie schön kann eine Palette sein. Du hast hier das Herz. Du hast hier diese Rosen mit dabei. Du hast hier diese wunderschönen Schmetterlinge mit dabei. Und das schimmert. Und das sieht einfach toll aus. Ähm, die Qualität der Palette ist leider nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe hier diese wundervolle Grünreihe. Mit der kann ich auch schön was schminken. Ich vermisse ein paar helles Schimmertöne hier drin. Ja, wenn da nicht so viele Schmetterlinge drauf wären und ich die nicht so, ne, optisch so feiern würde, würde ich sie aussortieren. Bin ich vollkommen ehrlich mit euch. Ähm, aber die ist schon abgefahren. Also, wenn man auch diesen Mariposa Ton sich anguckt. Das ist so hammermäßig. Das ist ein Orangeton, der einfach feurig schreit. Ne, der ist richtig, richtig geil. Und, äh, der macht einfach Laune. Das ist halt auch so richtig schön cremig hier. Oh mein Gott, das ist, das ist hammermäßig. Also, das war eine Limited Edition. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber, ne, ich greife da viel zu selten zu. Wirklich, wirklich schwierig. Und dann habe ich hier noch von Misauda die Bare Harmony Palette. Das ist eine Cool Tone Palette, wo wir mal wieder beim Thema sind, ne. Ich bin einfach gespannt gewesen, wieso die Qualität ist. Deswegen hatte ich die behalten. Die war in einem Adventskalender drin. Ich glaube von Douglas. Und, ähm, ja, das ist halt wirklich Cool Tone seine Mutter, ne. Das ist ja richtig krass. Das ist ein schwarz, ein kühles, grau, braun, weiß ich noch nicht genau, wie ich den Ton nennen soll. Ein Eierschalenton und dann halt diese Grauabstufung als Schimmertöne. Da muss er halt Bock auf so einen smoky, oaky Look haben, ne. Habe ich da Bock drauf? Also viele schwärmen von der Qualität tatsächlich, ne. Und deswegen glaube ich auch, dass ich die mal ausprobieren möchte. Deep Smoky ist da übrigens die Farbbezeichnung, genau. Dann kann ich ja auch die Umverpackung mal wegtun. Und dann schauen wir uns auch mal so einen Misty-Ton hier an. Ja, der fühlt sich schon ziemlich geil an, Leute, ne. Das ist ja schon mal krass. Macht ihr mal hier oben noch hin? Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also wenn man da so einen schönen folierten Silberton haben möchte, wird man in der Palette definitiv fündig. Wow! Machen wir weiter mit meinen Schätzen von Nabla. Da wurde, ich glaube, letztes Jahr ja diese Geschichte gelauncht mit diesen Quattros. Ich meine, dass die auch gar nicht mal so super gut ankamen. Denn man ist halt einfach dadurch natürlich so ein Stück weit beschränkt. Und ich persönlich finde auch so unterm Strich, dass die Farbauswahl jetzt nicht so ultimativ war, ne. Hier habe ich, ich glaube, das Hot Gaze Kit. Oh Gott, das habe ich hier alles durcheinander gebracht, ne. Das ist natürlich super. Was ist denn jetzt was? Ne, ich glaube, das ist das Posh Gaze Kit. Genau, so schaut das aus. Und es sind wirklich schöne Töne, keine Frage. Und man kann da auch sehr, sehr schön was mit schminken, habe ich auch gemacht. Also ich habe, glaube ich, zu jedem Quad auch einen entsprechenden Look mit euch gezaubert. Ich finde auch, dass die Qualität hier von den Lidschatten richtig gut ist, ne. Also sehr angenehm, sehr schön, sehr tragbar, so, ne. Aber es ist halt den Preis letztendlich unterm Strich nicht wert. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich alle diese Quads, hier habe ich zum Beispiel auch das Hot Gaze, aussortieren. Selbst wenn die Qualität wirklich klasse ist und man da eigentlich auch echt toll was mit zaubern konnte. Sie waren halt einfach auch nicht so, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis komplett gerechtfertigt wäre. Ich meine, gut, wenn man sich jetzt hier mal diesen Schimmerton anguckt, das geht so dermaßen ab, ne. Das ist schon heftig. Aber da bin ich halt eher bei klassischen Lidschattenpaletten. Und, äh, genau. Also ich glaube, dass man die sich sogar, hier haben wir das Gentle Gaze, ähm, dass man die sich sogar individuell zusammenstellen konnte, ne. Also als ich die auch geliefert bekommen habe, habe ich mir die selber zusammengebaut, dass ich da auch alles einzeln so reingesetzt habe. Aber ich glaube, das hat einfach nicht so gut funktioniert, ne. Dass quasi die Kunden das jetzt groß angenommen haben. Ja, also nicht unbedingt, was Nabla gut gemacht hat, in Anführungsstrichen. So jetzt mal so unterm Strich gesagt. Auch wenn hier die Qualität wirklich klasse ist. Und wie gesagt, die, ähm, Looks damit auch mir echt sehr, sehr gut gefallen haben. Irgendwie, die schreien einen nicht so an, oder? Von den Cutie-Paletten habe ich tatsächlich nur noch diese Analog-Palette. Und hier bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob sie noch bei mir bleiben wird. Sie schaut wunderschön aus. Und wir haben hier auch ganz, ganz tolle, aufregende Texturen. Aber ich greife einfach nie dazu. Super aufregend ist der Ton Darkroom und auch Overexposed. Hier bei Darkroom haben wir, den kann ich jetzt ja mal swatchen, so eine Art Cream to Powder. Das ist ganz, ganz speziell. Also der ist, ähm, ja auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ja, man sieht es, glaube ich, im Swatch auch ganz gut, ne? Der ist so, so ein bisschen hat der was Cremiges wirklich mit dabei. Und der ist super intensiv. Das ist richtig, richtig schön. Und auch dieser Overexposed und so, das ist schon eine schöne Kiste. Ähm, hier bin ich wieder in meiner Nörgel-Party unterwegs, dass ich mir gewünscht hätte, dass der 35mm vielleicht ein bisschen heller gewesen wäre, um halt da wirklich auch einen Look komplett für mich zu schminken. Und was cool gewesen wäre, wenn Camera, Roll und Contact Sheet noch so ein bisschen mehr Unterschied gehabt hätten. Also, dass die noch intensiv krasser, unterschiedlich gewesen wären, ne? Also so hat man zwar eine leichte Nuance, Unterschied, ne? Aber gerade, nö, nö, nö. Aber gerade, wenn es halt nur sechs Töne in der Palette sind, wünscht man sich halt schon auch eine gewisse Vielfalt. Hier bin ich mir einfach noch nicht sicher, auch wenn die Qualität von diesen Cutie-Paletten so großartig war. Eine sehr, sehr alte Palette eigentlich ist die Nabla Dreamy. Das ist diese hier, die ich einfach von der Verpackung her richtig schön finde. Die Qualität, naja, eher so lala unterwegs. Aber man kann halt sehr schöne Alltagslooks damit schminken. Jetzt hier, Delirium ist jetzt mal ein bisschen abgefahrener. Der ist auch ein bisschen krümmelig, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie zu viel Fallout generiert. Und das sieht man auch, uiuiui, da ist nicht so viel zu holen, ne? Mhm. Also, wow, das muss man mal kurz mal... Oh, das ist ja echt schade. Was ist denn da los? Das ist wirklich schade. Ansonsten halt eine schöne Palette. Aber, da ich tatsächlich auch die anderen Nude-Paletten habe, ist das jetzt eine Palette, die ich nicht unbedingt in meiner Sammlung brauche. Diese Palette ist meiner Meinung nach die Nabla-Palette. Wenn man Nabla kennenlernen möchte, sollte man sich definitiv die Side-by-Side-Nude-Palette mal anschauen. Und das ist auch so eine krass empfehlenswerte Nude-Palette, genauso wie bei Luna Beauty, ne? Die ich auch meinen Freunden empfehlen würde, wenn sie sagen, ich möchte irgendwie eine Nude-Palette haben. Da ist man hier sehr gut aufgehoben, weil die so schöne Variationen hat. Die hat kühle Töne mit dabei. Also, die ist vor allem auch kühl. Die hat auch minimal was Warmes am Start mit diesem Burnt Sienna und auch mit dieser Reihe im Prinzip, ne? Und auch mit dem Paradiso, mit dem Gold. Man kann damit halt wirklich ganz tolle, klassische Nude-Looks schminken. Und was ich halt auch sehr besonders finde, ist, dass dieser Cubish, dieser Grauton richtig abgeht. Und auch das Love Ritual, also die beiden, die sind halt super besonders. Das findet man so nicht recht, also wirklich nicht häufig in Paletten. Und wir gucken uns jetzt auch mal zusammen diesen matten Grauton an. Das ist ein richtig schönes, sattes Grau-Grau. Ein richtiges Staubgrau. Und, ja, sowas kann man halt wirklich gut verwenden, wenn man da entsprechend ein... Das hat jetzt echt nicht gut funktioniert. Was habe ich denn an meinem Finger, dass die Swatches gerade nicht mehr wollen? Der will jetzt auf jeden Fall gerade nicht geswatcht werden. Ist aber wirklich ein cooler Ton im Masten des Wortes. Und sehr besonders, ne? Und generell, die ganze Palette ist so schön. Und deswegen muss die definitiv bleiben. Und, ja, hier haben wir jetzt die Read My Mind Palette. Die ist solide. Die fand ich auch von den Looks her sehr schön. Ich finde die jetzt von außen ganz hübsch. Das kann man machen. Ist jetzt nicht exorbitant krass. Also mag ich lieber das von der Dreamy Palette, das Design, ne? Und hier drin haben wir vor allem relativ helle Töne. Es ist eine Palette, die auch sehr in die warme Richtung geht. Eben durch die ersten beiden Reihen. Dass wir da etwas rötlicher unterwegs sind. Ich liebe die unterste Reihe. Das ist halt so am meisten meine Welt. Wobei ich auch Sage, die vorletzte Reihe, richtig klasse finde. Wobei mir hier tatsächlich auch irgendwie so ein grünlicher Schimmerton gefehlt hat. Also den hätte ich mir hier wirklich hart gewünscht. Ich finde es auch ganz cool, wie die aufgebaut ist. Ich meine, du kannst eigentlich bei jeder die Schattenpalette gucken. Ob du halt die zusammenhängenden Töne sowohl als Quattro als auch als Reihe oder als Spalte zusammen kombinieren kannst. Gut, hier ist es dann extra auch so nochmal dargestellt, dass es so konzipiert wurde, dass man das halt in einem Look kombinieren kann. Ja, ein Ton, den ich glaube jeder immer irgendwie in den Looks verwendet hat, war jetzt hier die Nummer 7 von dem Rosé Ton. Weil das halt auch so ein ganz klassischer Ton ist. Übrigens, auch hier fehlt mir so ein richtig schön heller Ton. Denn dieser Ton ist halt auch wirklich sehr hübsch. Das kann man definitiv so sagen. Und der schaut einmal so aus. Eigentlich eher so ein topper Ton. Kann man sehr gut kombinieren mit diesem Ton, diesem Ton, diesem Ton. Das ist dann eine ganz gute Geschichte. Ist es eine Palette, die mich vom Hocke haut? Nein, tatsächlich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzt wirklich auch bei mir bleiben möchte. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wenn ich halt mit Nabla was schminke, gehe ich tatsächlich dann eher Richtung Side-by-Side-Nude. Oder tatsächlich würde ich dann auch die Cutie-Palette behalten. Also die beiden behalte ich. Und die Read My Mind wird jetzt weiter wandern. Von Nars habe ich diese Palette. Ja, ich hatte auch mal Größe von Nars. Aber ich finde tatsächlich, dass die einfach von der Qualität her nicht das widerspiegeln, was sie vom Preis her versprechen, sage ich mal. Es ist einfach die Orgasm-Palette. Und die schaut so aus. Da haben wir einen mattenton und drei Schimmertöne drin. Das ist solide. Das kann man schön kombinieren. Das kann man auch schön tragen bei einem Adventskalender drin. Und da haben wir auch wirklich sehr schöne Töne drin enthalten. Da macht man sich halt einen wirklich simplen Look mit. Auf jeden Fall eine ganz leichte Kiste. Wobei die Schimmertöne halt wirklich abgehen. Das muss man wirklich sagen. Die ist echt schön. Und ja, das ist auch auf jeden Fall für mich persönlich wert. Würde ich mir die so kaufen. Ich glaube eher weniger. Da freut man sich halt tatsächlich, wenn man sowas in einem Adventskalender oder in einer Box oder so drin findet. Und deswegen ist es einfach schön, dass sie in meiner Sammlung ist. Kommen wir zu Natascha Denona. Da habe ich so einiges. Ich glaube, ich arbeite mich von klein zu groß vor. Das sind die, die ich in dem Format besitze. Und ja, ich glaube, sie werden auch alle bleiben. Ich weiß noch nicht. Die hier habe ich letztens erst verwendet und finde sie fantastisch schön. Also wieder wirklich eine krass gute Qualität. Das ist auch eine recht neue. Die My Mini Dream Palette. Und ich mag es auch, diese kleinen handlichen Geschichten. Das ist eine ganz praktische Sache, um sie halt zu einer Reise mitzunehmen. Auch hier ist es immer so eine Sache. Der hellste Schimmerton ist für mich meistens eher weniger als Inner Corner Highlight geeignet. Weswegen ich dann immer irgendwie einfach einen Highlighter mit zur Hand nehme. Aber an und für sich wundervoll. Du kannst damit so schnell einen einfachen Look machen. Und diesen Ton hier habe ich auch ganz gerne als Liner in Anwendung. Weil der richtig schön satt ist. Und tatsächlich auch sehr gut dafür funktioniert. Weil wir eine schöne Figmentierung haben. Und das einfach geht. Und die anderen Töne sich halt wirklich auf dem Auge ganz gut machen. Und da halt entsprechend performen. Genau. Also eine sehr, sehr empfehlenswerte Nude Palette. Dann haben wir hier noch diese hier. Wow, ja. Also die ist jetzt mal so ein bisschen bunter in Anführungsstrichen. Das ist die Mini Metropolis Palette. Und ja, die Metropolis Lidschatten Palette. Die große war ja auch eine super beliebte Geschichte. So schaut sie aus. Und da können wir uns mal hier auch den Ton der Palette angucken. Das ist der grüne. Ansonsten ist es halt wirklich eine Nude Palette. Und auch da, ne. Natascha Denona hat es einfach drauf. Gerade diese Fünfer sind eigentlich immer gut. Also wirklich. Dass man da auch immer zugreifen kann. Ich kann euch immer nur empfehlen, die dann auch entsprechend rabattiert zu kaufen. Sowohl bei Look Fantastic als auch bei Sephora. Dass man da einfach die, ja, zum günstigsten Preis halt schießt. Ne. Da bekommt man auf jeden Fall eine richtig gute Qualität. Das hier ist eine Palette. Die finde ich schön. Aber ich greife super selten zu ihr. Einfach wegen der Farbkonstellation. Dennoch habe ich hier ein wundervolles Inner Corner Highlight mit diesem Ton. Und, ähm, die anderen. Das ist halt eher so eine romantische Palette. Das ist auch die Mini Love Palette. Genau. Und, ähm, ja. Ist eine solide Kiste. Ist jetzt nichts, wo ich sage, ist ein absolutes Must-Have. Da können wir uns ja mal diesen Ton auch anschauen. Und, ähm, also, ne. Ihr seht's ja. Diese, ah, diese, diese, ja. Töne aus diesen Paletten sind einfach der Knaller. Wir haben hier schöne Swatches dann natürlich auch am Start. Das sieht sehr satt aus, ne. Die sind auch schön lang. Das heißt, du hast auch eine gute Farbintensität. Wenn du das dann aufs Auge gibst. Und, ähm, ja. Eine schöne Palette ist aber, wie gesagt, kein absolutes Must-Have. Auch das muss nicht sein. Ist aber ein schönes Nice-Duell-Fall, ne. Genau. Das ist eine, die ich von Emi geschenkt gekriegt habe. Die Mini-Pestel-Palette. Ich habe auch noch die Pestel selber. Und, ähm, genau. Hier sehen wir dann vier Schimmertöne und einen matten Ton. Daraus einen kompletten Look zu kreieren, ist unheimlich schwierig. Also, die kombiniere ich immer irgendwie mit einem Bronzer und mit einem Highlighter. Und, ähm, ja. Mir fehlen da halt einfach ein paar Töne. Also, das ist nicht so schlau gewesen, die so zu konzipieren, meiner Meinung nach. Aber gut. Sie ist nun mal da. Und, äh, sie ist halt auch einfach richtig gut von der Qualität. Gar keine Frage. Und, äh, sie macht auch Laune, wenn ich die halt so anwende. Und dieser Hellblau-Ton ist natürlich wunderschön, ne? Och, das ist schon, schon eine schöne Sache. Und, ähm, ja, genau. Ist halt eher pastellig unterwegs. Ist so ein Eisblau dann auf dem Arm. Beziehungsweise auf dem Auge. Und, ja. Süß. Hätte ich mir aber wahrscheinlich. Wobei, habe ich mir die nicht sogar gekauft? Doch, ich habe mir die gekauft. Und dann habe ich die auch nochmal von Emi bekommen. Und habe dann meine aber zugelassen, weil sie mir die relativ zeitgleich auch geschenkt hatte. Hier habe ich jetzt so eine blaue Lidschatten-Palette. Das ist die Mini-Trio-Chrome-Palette. Es wäre so cool gewesen, wenn sie hier auch wirklich Trio-Chrome-Töne reingepackt hätte, ne? Ich glaube, der einzige Trio-Chrome-Tone ist dieser hier. Wenn überhaupt. Also, weiß ich nicht. Also, die hätte ich auch einfach Mini-Blue nennen können. Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht irgendwie passend gewesen, meiner Meinung nach. Also, ne? Das ist schon, ja. Der ist Trio-Chrome. Der hat so einen Shift mit drin. Oder ist der nur Duochrome? Ich sehe auf jeden Fall rosa und blau drin. Ähm, genau. Also, das ist ein bisschen schade gewesen, dass sie das dann halt so gemacht hat, dass sie uns nur einen Spezialton, in Anführungsstrichen, gegönnt hat, ne? Hm. Naja. Ist aber eine süße Palette. Kann man definitiv machen. Und für blaue Loks ist sie dann halt auch eine ganz schöne Sache. Weil auch diese, also generell die drei matten Blautöne sind sehr, sehr nice. Also, mag ich einfach. Dann habe ich hier so einen Klassiker. Das ist einmal diese kleine Geschichte, die Mini-Starlet. Ähm, ja. Die ist wunderschön. Auch die kombiniere ich dann super gerne mit einem Highlighter. Aber ich liebe die Töne. Ich würde schon fast sagen, dass es nach der Mini-Dream oder mit der Mini-Dream meine liebste Fünferpalette von Natascha ist, ne? Das sind schöne, kühle Töne, die dann halt mit diesem Kupferton ergänzt werden. Oder Bronzton ist es viel mehr. Ja, und ja, das hier ist auch ein wunder, wunder, wunderschöner Ton. Der ist auch sehr speziell, finde ich, ne? Weil der auch noch so einen Orange-Shift mit drin hat. Ganz abgefahren. Finde ich einfach hübsch. Und, äh, trage ich gerne auf dem Auge. Ist halt wieder eher so ein Alltagsding. Aber ich glaube, dass viele die Palette halt auch sehr feiern. Und, ähm, sie gerne verwenden. Genau. Ja, das hier ist die Palette, die ich, glaube ich, am wenigsten mitunter von meinen, ähm, Fünferpaletten so verwende. Der ist ein bisschen gebrochen, leider. Die Mini-Sunset-Palette, genau. Da hatte ich, glaube ich, auch mal die große Sunset. Oder habe ich sie noch? Muss ich gleich mal gucken. Und, ähm, ich finde die jetzt nicht so super krass abgefahren, muss ich gestehen. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen, weil dieser Ton hier so ein bisschen die Ecke verloren hat. Ist ja unglaublich. Der ist auch super weich. Der ist auch super weich. Oh mein Gott, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, ein schöner Champagner-Ton, ne? Der ist halt auch sehr, sehr intensiv in der Pigmentierung. Und, ähm, ja, also das würde ich auch definitiv dann kombinieren noch mit einem, mit einem hellen Schimmerton, um da halt einen perfekten Look zu schaffen. Aber sie ist solide, ne? Ich glaube, diese ganz großen Fünferpaletten wurden jetzt auch nach und nach aus dem Sortiment genommen, ne? Weil die halt auch einfach ziemlich teuer waren. Das ist einfach die Eyeshadow-Palette 5. Und, ähm, ja, sie hatten zum einen keinen wirklichen Namen und zum anderen hatten sie auch kein wirkliches Thema. Und ich glaube, dass die einfach zu teuer waren. Ja, ich glaube, die haben 40 Euro gekostet. Die kosten 25, so den Dreh. Und dann macht das, das lohnt sich einfach mehr, so eine kleine Fünferpalette sich zu holen, als so eine große Fünferpalette. Ähm, die habe ich, glaube ich, auch mal geschenkt bekommen. Und wenn man sich die so anguckt, ist das hier auf jeden Fall ein wunderschöner Look, den ich immer so schminke. Ich habe keine Ahnung, was dieses Violett quasi hier drin zu suchen hat, auch wenn es schön ist, ne? Aber es passt irgendwie meiner Meinung nach nicht ganz so zu den anderen Farben. Es ist vorhanden, es ist einfach da, es ist super krass pigmentiert und, äh, ne? Aber irgendwie passt es nicht so ganz für mich persönlich in die Palette rein. Und ich glaube, dass ich, wenn ich halt so einen Nude-Look mit so einer Fünferpalette schminke, eher zu diesen beiden greife, sodass ich die hier jetzt einfach mal aussortieren werde. Kommen wir zu der Retro-Glam-Palette. Die ist unfassbar schön. Ich mag sie sehr, sehr, sehr gerne. Und, äh, ja, warum mag ich sie gerne? Weil sie auch sehr viel Grün enthält, ist klar, ne? Ähm, sie hat aber auch eine total tolle Farbkonstellation. Ich mag es halt auch, dass wir diese bräunlichen Töne so mit dabei haben. Das kannst du super damit kombinieren. Ich mag dieses Rosa auch mit da drin. Das ist halt, ne, finde ich persönlich eine sehr gelungene, sehr, sehr schöne Palette. Und selbstverständlich mag ich diesen Palladian mitunter am liebsten. Auch wenn der jetzt nicht so super krass rauskommt und man ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht allzu sehr ein Hard Pen oder sowas bekommt. Aber ich finde, wenn ich den halt vernünftig aufbaue und mit einem Glitterglue und so weiter kombiniere, dann ist es einfach wunderschön. Der sieht nicht so grün aus, wenn ich den auf dem Auge trage, wie es im Pfändchen aussieht, ne? Aber ich finde, das ist schon eine geile Kiste und ich mag diese Palette. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn jetzt bei Marlin und bei Oz ein bisschen mehr Kontrast gewesen wäre. Dann hätte man da auch ein bisschen mehr, ne, Variation noch mit drin gehabt. Genauso bei Jazzy und Maxi, dass man da einfach ein bisschen mehr Auswahl bekommen hätte. Aber gut, schöne Palette finde ich einfach wundervoll. Dann habe ich hier die Pestel-Palette. Die habe ich, ich glaube, als ich mit Julio schwanger war, gekauft. Und die habe ich auch relativ gerockt. Da habe ich gerne mit gearbeitet. Und ja, da hatten wir auch schon eben eine gesehen, die dem Ganzen vielleicht etwas ähnlich sein könnte und zum ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen ist. Kommt aber von der Qualität, der hier nicht mal ansatzweise nah, um ehrlich zu sein. Hier hätte ich mir auch ein bisschen mehr Kontrast zwischen Mint Frost und Adray Tate, kann ich aussprechen, gewünscht. Aber was ich hier sehr, sehr cool finde, wir haben hier zwar Pastelltöne, aber sie sind trotzdem auf dem Auge sichtbar. Das ist immer eine ganz coole Sache. Und wir haben hier auch ein bisschen andere Texturen teilweise drin. Zum Beispiel Bubble ist so ein bisschen besonders. Also da gibt es auch Bezeichnungen für die. Ich glaube, ich bin halt jetzt nicht so die Natascha Denona Pro. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Aber es ist halt einfach ein bisschen anders. Und ja, das sind so besondere Texturen, die wir halt immer wieder von ihr dann auch bekommen, was ich sehr schön finde und einem als Liebhaber-Sammler dann immer ganz gut passt. Der Ton kommt jetzt leider nicht so gut raus. Das war ein ganz schlechter Vorführeffekt. Ja, trotzdem eine wunderschöne Palette, die ich sehr gerne mag. Duet hat auch so ein Shift mit dabei, was ich ganz gerne mag. Genauso wie Dainty. Also ganz, ganz tolle Palette. Dann habe ich hier noch die Sunrise Palette. Also nicht die Sunset. Die hatte ich, glaube ich, mal und habe ich aussortiert. Ich bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, auch die haben wir ja so ähnlich heute schon erleben dürfen. Und auch hier haben wir eine wundervolle Qualität, wobei ich hier finde, dass das, wie soll ich das sagen, dass der freundliche Nachbar dazu sogar noch ein bisschen besser pigmentiert ist. Nö. Genau, aber wir haben hier auch eine sehr gute Qualität und wenn ich halt auch wirklich so einen Sonnenaufgangslook schminken möchte, komme ich mit dieser Palette sehr gut zurecht. Also das ist eine tolle Qualität mit auch schönen Texturen und unterschiedlichen Finishes und so weiter. Und das mag ich einfach ganz gerne. Deswegen darf die Palette auch ganz gerne bleiben. Hier haben wir jetzt einfach mal so ein schönes Orange und das ist auch ein ganz... Huch, jetzt habe ich meine Leggings angemalt. Toll. Das ist auch so ein ganz klassischer Orange-Orange-Ton, den man halt mit Morning oder mit Citrine einfach noch ein bisschen verbinden könnte, zum Beispiel, um das Ganze noch etwas gelbstichiger hinzubekommen. Dann ein Goldschimmer-Ton dazu. Ah, es ist schon eine schöne Palette, Leute. Das mag ich schon. Dann haben wir die My Dream Palette auch nochmal hier in der normalen Variante. Und genau, die habe ich von Look Fantastic, glaube ich, zugeschickt bekommen. Habe ich offensichtlich noch gar nicht verwendet, wenn ich mir das so angucke. Das ist natürlich krass. Sollte ich definitiv mal machen. Wahrscheinlich habe ich bislang noch nicht dazu gegriffen, wegen der etwas dunkleren Töne. Aber egal, wem man darüber sprechen hört, alle schwärmen davon. Muss ich definitiv dann auch mal auf dem Auge verwenden. Ich finde es ganz cool, dass wir hier auch so neutrale Töne mit dabei haben und aber auch so ein paar wärmere Sachen. Und ja, dann gucken wir uns mal Invention an, inwiefern das hier eine Entdeckung ist quasi. Erfindung, ne? Das heißt das genau. Und ja, das ist ein sehr schöner Ton mit relativ grobem Schimmer drin. Aber mag ich gerne leiden. Kann man sicherlich auch ganz toll kombinieren mit dem Carpe Diem. Dann hätte ich hierzu wahrscheinlich aber auch irgendwie einen Orangeton in der Palette gepasst. Nun ja, mal gucken, wie traumhaft ich so die Palette finde, wenn ich sie dann wirklich mal auf dem Auge trage. Dann habe ich hier einen Klassiker. Das ist die Bronze Palette. Und die haben, glaube ich, auch viele von euch in der Sammlung drin. Das ist so eine ganz klassische mit sehr viel Schimmer, weil Bronze ist ja auch eher schimmernd, ne? Und ja, wundervoll, ne? Eine schöne Nude Palette, wo man aber hier auch noch ein bisschen was Dunkleres mit dabei hat. Natürlich wäre es perfekt gewesen, wenn man hier auch noch so ein paar mehr Farbabstufungen gehabt hätte, um das Ganze noch ein bisschen, ja, nicht bunter, sondern, ja, mehr abwechslungsreich zu gestalten, sage ich jetzt mal. Trotzdem eine wundervolle Palette, die ich sehr, sehr gerne leiden mag und auch viel zu selten verwende. Und hier sehen wir einmal den Gloaming. Der hat auch irgendwie so was Rötliches als Unterton mit dabei. Das ist schon ziemlich abgefahren. Und dann diesen Goldschimmer mit drauf, ne? Das ist schon schön. Also die kann man auf jeden Fall jeden Tag echt super verwenden, wenn man möchte. Hat da jetzt bei den Mattentönen nicht so super viel Auswahl, aber sie ist schön. Hier habe ich jetzt einfach mal die Sendopalette. Die habe ich mir auch mal selber gekauft, glaube ich. Bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Finde ich sehr, sehr schön mit diesen grünen Tönen mit dabei. Dann den Flow mit dem Blau, ne? Hier haben wir dann die etwas wärmere Seite mit dabei, dass das Ganze etwas kontrastreicher auf dem Auge wirkt. Also eine sehr hübsche Palette. Und da schauen wir uns auch gerne mal den Flow an. Und ja, ne? Es ist eine wunderschöne Palette, die einfach auch eine schöne Farbvielfalt gibt. Und ich glaube, dass die damals auch echt, als sie rauskam, sehr beliebt war, ne? Und das vollkommen zu Recht. Also ich mag sie sehr gerne leiden. Ich finde, das ist eine Palette, die man auf jeden Fall gut verwenden kann. Und die auch eine Empfehlung ist, wenn man so ein bisschen Atasha Delona kennenlernen möchte. Dann habe ich hier etwas, oh ja, die Yoka Palette. Die ist schön, Leute. Wenn man halt Bock auf richtige Sommerlooks hat und so. Ich glaube, die kam letztes Jahr raus. Dann ist man hier auf jeden Fall sehr gut beraten. Man hat dieses, ja, eigentlich ist es so kühl, aber dann auch irgendwie gelb-warm. Mit dem Orange auch mit dabei und dann dieses Grün, was das Ganze halt irgendwie auch noch ein bisschen, ja, bunter gestalten könnte oder so, ne? Finde ich extrem schön. Natürlich gucken wir uns diesen Makiaton an. Der erfordert etwas mehr Liebe. Genauso wie auch dieser Plantasia, okay. Genau, weil die halt, die sind richtig krass. Die haben halt etwas mehr Feuchtigkeit dann, glaube ich, drin. Und die sind halt ein bisschen flockiger. Da muss man etwas mehr aufpassen. Aber sie geben einem im Resultat auf dem Auge halt einfach ein wunderschönes Bild. Und das ist einfach so hübsch. Oh, vielleicht sollte mein Arm mehr ins Bild, das wäre mal ganz sinnvoll, ne? Abgefahren. Also eine ganz tolle Palette, die auch zurecht echt gehypt wurde mit verschiedenen Finishes und so. Ich komme damit sehr gut zurecht und ich mag sie auch einfach echt gerne. Widmen wir uns der Glam Palette. Das ist auch so ein absoluter Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob es die so noch zu kaufen gibt. Wenn ja, wie alles andere in der Infobox verlinkt, ne? Das ist halt eine absolute Cool-Tone-Palette, die so ein paar warme Töne auch noch mit dabei hat als Schimmerton, um das Ganze noch so ein bisschen zu unterstützen und die Variation etwas mehr reinzubringen. Es ist eine richtig, richtig, richtig schöne... Ja, moin, ich bin übrigens hier hinten. Eine richtig, richtig schöne Palette. Und das ist halt eine krass geile Qualität und deswegen, also ich habe die und brauche deswegen halt zum Beispiel die von Nabla nicht unbedingt, weil hier habe ich alles, was ich brauche eigentlich, ne? Klar, was hier so ein bisschen fehlt und da habe ich ja die andere von Nabla dann behalten, ist so ein richtiger Grau-Grau-Ton. Der, ne, findet sich hier so nicht wirklich wieder. Den hätte ich ja auch zum Beispiel in der Liesel-Palette. Egal. Und da gucken wir einfach mal an, was das Center Eyelid hier so zeigen möchte. Also die Töne sind benannt nach, wo man sie so platzieren könnte, aber du kannst sie platzieren, wo immer du willst, ne? Gar keine Frage. Und, ja, hier schauen wir uns den Ton mal an. Und er sieht fantastisch aus. Oh mein Gott, ne? Also eine richtige kühle Palette, wo ich einfach super gerne zugreife, wenn ich halt einen kühlen Look schminken möchte, was nicht super häufig vorkommt, aber wenn, habe ich sie da. Dann habe ich hier die eine, die Nude-Palette, auch das ist eine relativ neue Palette, die Natascha Dinona rausgebracht hat. Da ist übrigens jetzt gerade auch eine andere, ne? Irgendwie eine Gold-Palette in aller Munde, mehr oder weniger. Genau. Und hier haben wir eine richtige Cool-Tone-Palette, aber nicht so in diese gräuliche Richtung. Das ist halt quasi wie so eine Ergänzung zu der Glam-Palette, würde ich persönlich jetzt einfach mal sagen, ne? Also hier sind dann eher so die dunkleren Töne und hier sind die helleren Töne. Die ist so ein bisschen freundlicher und die ist eher so abendlicher. Kann man vielleicht so sehen. Und die fand ich auch richtig, richtig schön. Und hier finde ich den Ton Mia auch total fantastisch. Der hat auch so eine seidige Geschichte, wenn man mit dem Finger reingeht, ne? Das ist richtig schön. So schaut der aus, ne? Und genau, auch das wären Paletten, die ich meinen Freunden empfehlen würde, wenn sie so kühle Paletten haben möchten. Ja, das ist halt eher so ein Topper-Ton, aber wunderschön, Leute. Ich sag's euch, das ist ein Traum, damit auch zu arbeiten. Die Töne lassen sich super einfach miteinander verbinden, verblenden und es macht einfach Freude, damit zu arbeiten. Auch hier wäre natürlich eine etwas größere Abstufung der Farben ganz nett gewesen, aber du kannst halt nicht alles im Leben haben, ne? Oh ja, dann gucken wir uns mal die Xenon-Palette an. Die habe ich mir gekauft und finde sie unfassbar schwierig. Ja, die ist nämlich halt wirklich schwarz-weiß. Das ist richtig, also nicht ganz schwarz-weiß. Du hast ja auch noch so ein paar andere Sachen wie Snowbow und so, ne? Aber die ist halt wirklich abgefahren. Hier haben wir halt unsere Geschichten mit dem super krassen Grau und so weiter. Ich finde aber, dass man mit dieser Palette echt nicht so schöne Looks hinbekommt. Ich habe damit ein bisschen auch gespielt und ein bisschen was hinversucht zu bekommen. Es hat leider nicht so hingehauen, wie ich es immer hätte haben wollen. Und deswegen bin ich von dieser Palette eigentlich total enttäuscht, ne? Ja, komm, wir gucken uns Snöd an. Genau, das ist jetzt so ein schöner Grauton. Ja, wie gesagt, also da haben wir teilweise richtig schöne Töne drin, aber von den Looks her hat es bei mir leider nicht ganz so hingehauen. Die ist sehr, sehr zickig. Ich weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich meine, dass ich die mal bei Instagram oder bei YouTube bei einem Live verwendet habe und da habe ich echt gestruggelt. Ne, das war bei Instagram, genau. Und das fand ich echt schwierig, damit was Schönes hinzubekommen. Einfach, weil die Texturen hier schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Und auch hier Spash und so, das ist halt auch wieder so ein Cream to Powder, glaube ich, ne? Und war schwierig, damit was Vernünftiges hinzukriegen. Also, wir haben nicht so ganz harmoniert. Und deswegen überlege ich halt wirklich, die weiterzugeben. Und ich glaube, ich gebe die auch weiter. Hier haben wir diese, ja, Eye & Face Paletten sind das ja quasi. Das heißt, wir haben hier immer so fünf Lidschatten und zwei Base-Pfändchen drin. Das hier ist eine neue Variante davon. Da haben wir ausschließlich Pudertöne drin enthalten. Und die hatte ich letztens auch in einem Schminkie verwendet. Und die vier hier habe ich noch nicht verwendet. Den Dreamy habe ich verwendet und fand den sehr, sehr schön. Diese Töne habe ich auch als Bronzer und Blush verwendet. Und das hat gut bei mir funktioniert. Auch wenn es etwas aufgebaut werden musste, um das mal so zu sagen. Und ich einfach auch diese Pfändchengröße etwas schwierig finde. Aber dafür hast du halt diese Variation. Ne, das ist halt schon mal das Positive davon. Es ist aber eine schöne Palette. Auf jeden Fall muss man die unbedingt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe sie. Ich finde sie schön. Ich werde sie auch behalten. Aber es ist jetzt kein absolutes Must-Have-Schätzelein. Auch wenn jetzt hier die Schimmertöne natürlich sehr, sehr schön pigmentiert sind. Oh, guck mal. Da geht der Swatch. Das ist immer die Sache. Wenn der Swatch so schön lang geht, dann hast du eigentlich eine ganz gute Quali bei sowas. Weil du das dann auch entsprechend aufs Auge bekommst. Da muss man nicht so viel immer reingehen, tupfen, reingehen, tupfen. Das macht einen ja irgendwann wahnsinnig. Ja, eine schöne Palette. Definitiv. Die aber leider vom Format her, ne, ihr seht's, die ist kleiner als die anderen. Hier habe ich die Love Face Palette. Die habe ich mir, glaube ich, damals mal gekauft, als sie auch rausgekommen ist. Feiere ich persönlich nicht ganz so sehr, um ehrlich zu sein. Ja, wir haben hier oben zwei Base-Töne. Das ist ein cremiger Blush und ein normaler Highlighter-Ton, genau. Und der Highlighter ist mir persönlich ein bisschen zu dunkel. Der Blush ist eigentlich ganz nice. Und dann haben wir hier die vier verschiedenen, fünf verschiedenen Lidschatten-Töne. Du kannst natürlich auch diese Töne für dein Augen-Make-up verwenden. Das ist gar kein Problem. Und ja, schöne Töne. Aber wie gesagt, halt auch nicht so ganz mein Beuteschema. Da habe ich ja eigentlich auch die Mini Love Palette, mit der ich eigentlich ganz gut beraten bin. Und ja, die sind jetzt auch nicht so krass hier, die Matten. Ich glaube, die hier wird weiter wandern. Ich glaube, wir sind da einfach nicht mehr so konform miteinander. Aber die Glam Face Palette mag ich ganz gerne. Das ist diese hier. Und da haben wir auch, man sieht's, einen sehr schönen Blush drin, den ich echt gerne mag. Und auch einen etwas helleren Highlighter als in der Love Palette. Aber tatsächlich, wobei, nee, der war, glaube ich, passend, ne? Ja, der war relativ passend. Der hätte vielleicht einen Tick dunkler, äh, heller sein können. Naja. Und wir haben hier halt eine generelle neutrale Geschichte. Das heißt, es ist für mich persönlich einfach eine ganz gute Reisepalette, ne? Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, hatte ich die nicht sogar mit in Kreta? Ja, ne? Die hatte ich mit nach Kreta genommen. Genau. Und, ähm, hier haben wir dann auch einmal den Highlighter. Warum swatche ich einen Highlighter? Ja, das hier ist eine Palettengeschichte. Nee, nee. Wir swatchen einen Lidschatten auch noch dazu. Habe ich damit ein bisschen getrickst? Wahrscheinlich. Dann gucken wir uns mal den hier an. Das ist der Crease-Ton. Der ist halt ein ganz klassischer Crease-Ton. Lidfalten-Ton halt, ne? Ja. Aber er ist sehr schön. Guck mal. Der hat eine gute Pigmentierung. Und die Töne haben halt auch einfach eine gute Haltbarkeit. Das muss man auch sagen. Also, wenn du dir die Töne aufs Auge gibst. Generell von Natascha Denona. Bei mir ist es so, dass sie dann auch wirklich den ganzen Tag halten. Aber ich verwende ja auch immer den Glitterglue und die Schattenprimer. Dann funktioniert das immer ein bisschen besser. Dann habe ich hier noch zwei, die etwas aus der Form sind, sage ich mal. Da habe ich einmal hier die Bieber-Palette. Die habe ich mir... Habe ich mir die selber gekauft? Ich glaube, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Ich glaube nicht, dass ich mir die selber gekauft habe. Ja. So schaut sie aus. Das ist quasi nicht das mittlere, sondern das mittlere Plus-Format, mehr oder weniger. Es gibt ja noch größere. Ich glaube, die sind einfach von dem Preis her nicht so beliebt. Weil es halt schon relativ teuer ist, ne? Für das, was man so bekommt. Sie ist aber wirklich, wirklich schön. Wir haben hier einfach ganz klassische, neutrale Töne drin. Wie der Name ja auch schon sagt. Und, ähm, jo. Nö? Eine solide Kiste. Dann gucken wir uns mal hier diesen Ton an. Ja, das ist auch so ein schöner Cream to Powder. Der schaut auch richtig schön grau aus. Also wirklich abgefahren. Das ist ja auch nicht überall so mit drin. Oh, der ist ja schön. Ich muss diese Palette auf jeden Fall öfters verwenden, merke ich gerade. Ähm, sehr, sehr schöne Geschichte. Und, ähm, ja. Ich bin froh, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Und dann habe ich hier noch eine... Meine Güte, meine Güte. Die habe ich aber mal geschenkt gekriegt. Ich weiß jetzt aber leider nicht von wem. Das ist die Star-Palette. Habe ich mir das aufgeschrieben? Leider nicht. Schade. Ähm, die ist halt nochmal teurer. Ähm, also das Format. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch so vorerstellt. Ich glaube, mittlerweile macht die nur noch dieses Medium-Format. und, äh, halt diese Fünfer-Mini-Paletten, ne? Genau. Und, ähm, ja. Die ist halt hoch von ihrem Innenleben halt auch einfach ein bisschen hochwertiger. Und die ist auch sehr, sehr klassisch. Also hier haben wir die Farben auch auf diesem Klapper, was ich einfach sehr schade finde. Aber gut, es ist halt damals so gewesen. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Einfach eine Palette, die ich sehr, sehr gerne bei mir habe und mich jedes Mal drüber freue, wenn ich sie in den Händen halten darf. Weil das ist halt echt ein Schatz, ne? Und, ähm, genau. Auf dieser Seite ist das Ganze etwas bäriger unterwegs. Hier ist es dann etwas, äh, grün-braun-goldener, erdiger-waldiger unterwegs. Und, ähm, dieser Ton nennt sich, wie heißt du? Galaxia. Ja, genau. Und da swatch ich hier mal. Ja, wunderschön. Der hat ja auch noch irgendwie so blauen Sparkle noch mit drin. Wirklich wie eine Galaxie. Finde ich sehr hübsch. Mag ich einfach gerne leiden. Und, äh, bin sehr dankbar dafür, dass ich sie dann auch einfach mal irgendwann geschenkt bekommen habe. Hier habe ich, äh, die Palette von Nymia. Ähm, das ist die Marke von Niki Tutorials. Ja, das ist mal wieder so ein Ding. Wir haben hier halt das Gesicht so mit drauf. Das ist, äh, ja, schade Schokolade. Das ist nicht so ganz das, was ich cool finde. Aber, naja, hier haben wir auch so ein bisschen noch was draufstehen. Warum habe ich den Schuber aufbewahrt? Weiß ich gar nicht. Wirklich nicht. Weil ich finde es eigentlich so schöner. Dann lasse ich das auch so. Also, da sind halt auch einfach so ein paar Worte von Niki Tutorials mit dabei. Aber, naja. Also, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass wenn sie jetzt ja auch, äh, ihre Marke so hat, dass die dann vielleicht noch weitere Produkte mit aufnimmt. Aber, naja, die haben halt nach und nach langsam mal was drin gehabt. Aber so wirklich krass war es jetzt irgendwie bislang nicht, muss ich gestehen. Ähm, da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass die vielleicht noch eine weitere Palette rausbringt. Die hier ist sehr schön, ne. Aber sie schreit danach, dass sie eine Ergänzungsgeschichte braucht. Ja, da habe ich jetzt auch noch nicht so super viel mit rumgespielt. Ich habe sie in meiner Sammlung und finde sie einfach schön. Hier können wir uns zum Beispiel mal den Ton Disco Stick angucken. Und, ähm, der schaut einmal so aus. Der ist ein bisschen flockiger. Aber dafür halt auch Bam in Your Face, ne. Das ist ein richtig schöner, topper Ton. Der so ein Kompromiss ist, würde ich mal so sagen. Zwischen diesen ganz, ganz grob schimmerigen Tönen und einfach einem Schimmerton. Also, das ist, ich finde es gut so. Mag ich gerne leiden. Damit kannst du viel einfach auf eine andere Ebene heben. Auch zum Beispiel diesen Wuhe so ein bisschen aufpeppen, ne. Und, ähm, ja, diese Palette schreit auch so ein bisschen nach den Niederlanden. Denn da, äh, ja, sehen wir auch die Farben der niederländischen Flagge mit bei. Ansonsten aber auch neutrale Töne und, ähm, helle und dunkle Töne. Und ich sehe gerade, ich habe sie wirklich noch sehr, sehr, noch gar nicht wirklich verwendet. Ne, muss ich definitiv mal öfters machen, ne. Genau. Dann habe ich hier von NYX zwei Paletten eine, ähm, ja, ich sag mal Klassiker Palette. Das ist die Ultimate. Die gibt es ja auch in anderen Größen. Ich fand diese jetzt eigentlich für mich persönlich am besten geeignet. Ich weiß auch nicht, ob es die noch so gibt. Ich glaube schon. Ich glaube, die ist sogar im Standardsortiment so normal mit drin. Natürlich ist das hier so für mich das Kaufkriterium gewesen. Ansonsten haben wir hier relativ viele neutrale Töne mit dabei. Aber, ähm, es ist eine schöne Palette, mit der man auch sehr, sehr schön arbeiten kann. Und, ähm, genau. Ich finde sie hübsch. Also, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist jetzt nicht so die Überpigmentierung. Wir sind jetzt hier auch wieder im Drogerie-Segment unterwegs, ne. Aber es ist einfach schön, finde ich persönlich und, ähm, deswegen eine gute Palette. Dann haben wir hier auch noch die Ultimate Flamingo Frost Palette. Von der war ich ein bisschen enttäuscht. Jedenfalls von diesem Ton, weil der einfach, ähm, ja, ich habe hier echt drin rumgerührt, ne. Ähm, das ist ein absoluter Topper-Ton. Ich wollte ihn einfach so haben, wie er im Pfännchen ist. Und das ist halt nur ein Topper. Ja. Trotzdem schön. Man muss es halt nur wissen. Weil wenn du halt hier so im Pfännchen den Ton siehst und dann auf dem Arm, denkst du dir, mh, okay, schön, schade Schokolade. Ähm, ja, genau. Also, sie ist halt relativ bunt unterwegs. Aber ich finde sie schön. Ich mag das einfach ganz gerne. Und dann haben wir auch noch die neutralen und die ganz klassischen Töne so mit dabei. Ich finde, die ist ganz gut gelungen gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Odenseye ist in der Haus. Und ich mag Odenseye sehr gerne. Jedenfalls die Lidschatten-Paletten, die es dort zu kaufen gibt. Die Base-Produkte sind nicht ganz so meine Welt und, ähm, die Lippenprodukte auch nicht. Aber ich liebe die Lidschatten-Paletten. Hier habe ich einmal die Sea-Talk. Die hatte ich in so einer, ähm, Surprise-Bag, wie auch immer, drin. Muss ich diesen Schuber behalten? Ich glaube nicht unbedingt, ne. Nee. Also, ich weiß auch nicht, warum ich die da irgendwie immer wieder behalte. Wunder, wunder, wunderschön. Also, es ist halt auch so ein bisschen eher haben und so. Und die machen das echt toll von dem Paletten-Design, finde ich immer. Genau, hier sehen wir einmal die Töne. Und, ähm, da kann man halt auch wirklich mit abgehen. Das macht einfach Freude. Ja, Mermaid's Game, ihr seht's genau, ist halt schon so ein freundlicher Ton für mich, ne. Nein, ich widerstehe und, äh, nehme einfach Iridescent Shell als Swatch-Ton, der auch wirklich aus der Palette so ein bisschen raussticht. Weil wir haben einen pinken Ton mit blauem Schimmer mit dabei. Das ist schon ziemlich abgefahren, ne. Nehmt bei sowas auf jeden Fall einen Glitter-Primer. Dann habt ihr etwas mehr Freude daran. Und die gehen halt einfach ab. Odenseye ist eine Indie-Brand. Angelica Nyquist hat dort ja, das sehen wir gleich auch, eine, äh, Kooperation mit denen. Und dort bekommt ihr auch immer einen Code. Also, dieses, ähm, müsste mit Angeshka oder Angeshka10 dann sein. Dass man da immer so ein bisschen Rabatt auch bekommt. Genauso wie auch bei Colourpop, ne. Also, wenn ihr Rabattcodes für ganz bestimmte Marken sucht, kann ich euch immer empfehlen, mal auf deren Instagram-Profil vorbeizuschauen zum Beispiel. Oder das eben halt auch bei YouTube einzugeben. Dass ihr dann dort halt auch die Kooperationspartner findet. Und, äh, die haben dann auch eigentlich immer irgendwelche Codes. So, mal als kleiner Tipp am Rande. Dann habe ich hier eine selbst zusammengestellte Lidschattenpalette von Odenseye. Das kam relativ zeitgleich raus, wie auch die von Nethil Cosmetics. Die verwende ich einfach nie. Und das ist super traurig, muss ich wirklich sagen. Das ist so eine komplette Schimmerpalette. Und die habe ich auch bewusst in ihrem Schuber drin gelassen, weil ich mir hier noch was zu aufgeschrieben hatte. Denn ich muss mir persönlich immer wieder vor Augen führen, welche Farben ich hier so drin habe. Denn, ähm, man kann sonst nirgends wohin schreiben, ne. Das ist halt eine selbst zusammengestellte Palette. Und, ähm, ja, so schaut meine aus. Das sind alles irgendwelche Duochromes, Special-Töne. Und, ach, die ist so, 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 so schön, Leute. Die kann man halt auch super gut mit allem kombinieren. Und das ist halt so eine, genauso wie die Nethil Palette, die kannst du nehmen, um jeden Look einfach aufzupeppen, ne. Und, ähm, ja, das war halt einfach ein teures Schätzelein. Das fing damit an, dass ich den einen oder anderen Ton daraus in so einer Mystery-Bag drin hatte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, den Rest holst du dir. Holla die Waldfee. Ja, das war teuer. Ja, offensichtlich finde ich diesen Ton Angela mit am liebsten. Ich möchte jetzt auch irgendwie nicht immer so eintönig sein. Egal, wir gucken uns Angela an. Komm, was soll der Falschkeins? Der ist auch total cremig. Das sieht man ja auch hier, wenn ich so reingehe, ne. Das bewegt sich alles hier im Pfännchen. Das ist so ein bisschen Cream-to-Powder-mäßig. Und, ja, also den, den, und dann brauchst du eigentlich nichts anderes mehr. Ja, theoretisch, wenn ihr euch einen Ton davon holen wollt, holt euch Angela. Angela hat's drauf. Das ist ein richtiger Multichrome, ne. Der geht ab. Und der ist wunderschön. Oh mein Gott, Angela. Das ist echt, ja, jetzt wo ich sie wieder sehe, ne. Ich muss das anders machen. Ich will, ich will die Palette mehr sehen. Ähm, ich glaube, ich muss mir das irgendwie hier hinten draufkleben oder so, dass ich das, ne, so habe. Aber dann sehe ich nämlich auch die Farben und wenn ich dann durch meine Paletten durchwusel, dass ich die dann auch in die Hand nehme und sage, oh ja, du warst das, ne. Das muss ich mir irgendwie anders machen. Weil hier so reinmachen ist auch blöd. Muss ich mir noch überlegen. Das mache ich jetzt erst mal so. Ähm, genau. Weil wenn ich das nur in dieser Verpackung drin habe, dann weiß ich, ich greife nicht dazu. Dann haben wir hier die Stone & Rock Palette. Das sind so Limited Editions, die die halt immer wieder haben. Und, ähm, genau. Da habe ich mir dann auch immer wieder welche von bestellt. Man bestellt sie sich meistens, entweder aufgrund von Reviews, die man ja gesehen hat, oder man bestellt sie sich einfach blind. Und, ähm, ja. Hier habe ich sie einfach bestellt, weil sie so wunderschöne viele Grüntöne drin hatte. Das Ding, was ich bei dieser Palette habe, ist einfach, dass sie mir halt schon relativ dunkel ist. Und ich deswegen halt so selten dazu greife, was echt schade ist. Trotzdem ist es eine wunderschöne Palette. Oh, Mann, Mann, Mann. Also dieser High, das ist ein richtig geiler Ton, Leute. Den müssen wir uns mal angucken. Wir haben unterschiedliche Finishes, ne. Der, der, der und der. Sind ein bisschen gröber. Dann haben wir den hier. Und ich glaube, der ist auch noch mit am Start. Und der auch. Die halt so sind. Oh, mein Gott. Das ist so ein richtiger Multi-Chrome-Ton. Guckt euch das an. Blau-Grün. Mmh. Oder Duochrom vielmehr. Ja. Ich muss sie mehr verwenden. Ich muss alles mehr verwenden. Aber deswegen mache ich ja auch den die Klatter, dass ich dann halt auch wirklich nur noch das da habe, wo ich sage, yo. Wir werden öfters miteinander klarkommen. Dann habe ich hier noch die Jewels & Gem Palette. Das ist aus der gleichen Reihe gewesen. Und hier habe ich auch noch den Schuber drüber, weil ich die, glaube ich, noch gar nicht richtig in Anwendung genommen habe. Und mir auch noch unsicher war, ob ich sie überhaupt behalten möchte. Weil wenn ich sie mir jetzt halt so angucke, denke ich mir, nee, eigentlich möchte ich dich nicht behalten. Tatsächlich, weil sie mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu kühl ist. Ich werde da nicht zugreifen. Das weiß ich jetzt schon. Wir gucken uns mal diesen hier an. Mhm. Der ist auch genauso, wie wir den gerade hatten. Ja, wow. Und dann habe ich sowas auf dem Finger und denke mir, oh, eigentlich will ich die dann doch behalten. Alter. Das ist so abgefahren. Nee, aber die muss jetzt weiterziehen. Hat keinen Sinn. Ich mag die Stonehead Rock einfach lieber, weil ich mehr so auf diesem grünen Trip bin. Das macht einfach mehr Sinn. Dann habe ich hier diese Solmane 2 Palette. Die ist solide, die ist schön, aber die ist jetzt nicht super krass abgefahren, wie die, die wir jetzt gerade gesehen haben. Hier habe ich auch, warum auch immer, diese Folie noch dran gelassen. Und es ist eine schöne Palette. Wir haben die Blautöne mit dabei, die Orangetöne. Da hat man seine Freude mit. Das ist ein abgefahrener Ton, der einfach Freude bereitet. Und ja, da muss ich gleich mal gucken mit den anderen von Odenseye, ob ich die behalte oder nicht. Und dann gehst du in dieses Fähnchen rein und denkst dir, ja, ich will sie behalten. Das ist ein wunderschöner lila Schimmerton. Ich habe es auch schwer heute hier. Ich muss mir das hier so ein bisschen aufbauen, dass ich dann auch so ein bisschen, ein bisschen mehr was davon sehen kann. Hier haben wir die zweite Kooperation, nee, die dritte, zweite oder dritte Kooperationspalette von Angelica Nyquist mit Odenseye. Die Little Ghost Palette haben wir hier. Und die schaut so von innen aus. Das ist so schön. Das ist so schön. Also diese Art von Ton, diesen Boo, den haben wir wirklich in vielen Paletten drin. Den habe ich nämlich hier drin. Dann habe ich den in dieser Sea Talk ja auch so ähnlich drin. Den habe ich ja auch quasi geswatcht. Da war der etwas gröber. Und hier haben wir den in etwas heller und in feiner, genau in der Mitte. Und ja, das ist halt schon so ein Ding, was wir immer mal wieder finden. Einfach, weil das auch etwas ist, was Odenseye sehr, sehr gut kann. Und dann macht es auch Sinn, dass sie den immer wieder auch so raushauen. Ja, ich persönlich favorisiere nicht unbedingt diese hier. Habe aber trotzdem ein großes Herz für sie. Wir gucken uns aber mal so ein bisschen auch die Töne an. Das ist jetzt so ein Orange-Rot. Oh, der ist so Feuer. Ja, wenn man damit einen Look schminkt, kannst du so einen richtigen Feuer-Look damit schminken. Guckt euch den an. Der ist schon schön, ne? Das ist schon eine feine Kiste. Bin mir aber wirklich auch nicht sicher, ob die dann bleibt. Eigentlich ist die richtig, richtig geil. Aber wir müssen mal gucken. Denn ich habe auch noch die Trick-or-Treat-Palette. Die finde ich persönlich einfach schöner. Warum? Ja, Grüntöne, bla. Wisst ihr Bescheid? Ich bin da einfach ein bisschen mehr into it. Und auch, weil ich hier diese Gelbtöne mit dabei habe. Hier hätte ich es cool gefunden, wenn wir den Gelbton aus der anderen Palette hier mit drin gehabt hätten. Denn, naja, weil so im Prinzip kann man die beiden einfach richtig geil in Kombi verwenden. Weil die sich halt auch einfach untereinander total krass ergänzen. Und ich, also du kannst ja auch diesen schönen Kontrast aus Lila und Grün miteinander schminken und so, ne? Oh, das ist einfach richtig, richtig nice. Ja. Also eigentlich gehören die beiden zusammen und dürfen nicht getrennt werden. Mal gucken. Es fällt mir schwer. Und, ähm, ja. Wir haben hier auf jeden Fall wundervolle Töne drin. Diesen Witches. Oh, der ist, der ist auch richtig geil, Leute. Mhm. Wie oft stöhne ich hier eigentlich in die Kamera heute? Naja, das ist so ein Shift aus Dunkelgrün und Hellgrün. Auch irgendwie mega abgefahren. Ne? Der ist schon geil. Also, der ist schon richtig cool. Also die Palette muss definitiv bleiben. Das ist ja, das steht vollkommen außer Konkurrenz, ne? Das ist keine Frage. Diesen Ton hier unten habe ich auch quasi so hier mit drin. Hm, wenn ich mir das so angucke, kann ich mir fast diese Palette sparen. Weil ich habe so ein, so ein Gelb. Ich habe so ein, so ein Grün. Das habe ich da auch drin. Ja, dann wird die Sea Talk auf jeden Fall weiter wandern. Das haben wir hier schon mal entschieden. Dafür kann ich dann die beiden Paletten behalten. Bei der Solmane 2 muss ich noch überlegen. Gott, fällt mir das schwer. Und das ist die Hela 1. Also quasi die Hela, die erste Palette, die Angelica Nyquist in Kooperation mit Odenseye gemacht hat. Die auch wunder, 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 wunderschön ist. Und das ist die erste Palette von Odenseye, die bei mir eingezogen ist. Und die auch meine Liebe zu Odenseye und zu Angelica Nyquist entfacht hat. Hat nämlich die liebe Peggy vom Kanal Morbus Black mal irgendwann empfohlen und vorgestellt. On point. Definitiv kann man wundervolle Looks mit schminken. Und ja, die ist einfach, ne? Vollkommen außer Konkurrenz. Die bleibt auf jeden Fall. Und ja, die Töne sind einfach fantastisch schön. Super gute Qualität, die einfach mit den anderen beiden nochmal gesteigert worden ist. Aber auch hier haben wir einfach eine geile Geschichte. Aber auch das eine Limited Edition, die so leider nicht mehr verfügbar ist. Hier haben wir die Merry Christmas Palette von Odenseye, die leider in der Qualität nicht so gut wegkommen ist, glaube ich, oder? Oder waren das die anderen Paletten? Das weiß ich gerade gar nicht. Bei mir persönlich hat es super funktioniert. Hier haben wir auch wieder unseren Bläs drin. Den hast du irgendwie gefühlt überall drin. Auch diesen Elf Wish, den kennen wir aus den Angelica Paletten, ne? Es sind tolle Töne und es macht Freude damit zu schminken. Und ich finde einfach, wenn halt so wirklich auch diese Weihnachtszeit ist und ich dann dazu greife, ist es, glaube ich, auch so ein Vibe, der so kommt. Und wer vielleicht so mitten im Jahr Bock auf Weihnachten hat, kann es halt auch einfach mal fühlen. Und das mache ich ja auch ganz gerne. Hier haben wir so einen etwas flockigeren Ton, den ich jetzt auch sehr merkwürdig swatche, aber so ist das halt. Genau. Der ist nämlich auch relativ feucht und der ist aber mega. Also, ne? Das ist halt Gold. Richtig Gold. Und so kommt der halt auch aufs Auge. Und das ist schön. Ich glaube, die Solmane 2 ist einfach nicht so abgefahren, dass ich die wirklich behalten muss. Ich glaube, da habe ich von Odense Ei andere. Das heißt, die hier wird auch weiter wandern. Hier haben wir auch aus der Weihnachtskollektion, ich glaube, vom letzten Jahr, die Snow Dream Palette. Mit diesem süßen Schneemann drauf. Wie gesagt, Designs können sie einfach, ne? Das ist halt schon schön. Die ist eher pastelliger unterwegs, eher zurückhaltender, wenn man so das erste Mal darauf schaut. Aber wenn man einen zweiten Blick riskiert, dann sieht man den Ton, den Ton, den Ton, den Ton. Das macht das Ganze dann halt noch ein bisschen abgefahrener. Und da machst du jetzt keine knalligen Looks mit und keine extravaganten Looks. Aber irgendwie hat die was, finde ich. Und ich finde sie halt einfach super süß. Hier gucken wir uns mal einen an, der so ein bisschen außen vor zu sein scheint. Aber trotzdem richtig schön ist, ne? So ein, ja, gräulicher, bräunlicher Ton. Das ist auch richtig hübsch, muss ich sagen. Das ist richtig, richtig schön. Nicht so geil wie dieser Goldton, den ich hier gerade geswatcht hatte. Aber trotzdem auch eine ganz abgefahrene Kiste. Und dann halt, meine Freunde, die grünen Töne, ihr wisst Bescheid, da brenne ich einfach für. Kann man sehr schön mitspielen. So, dann habe ich hier noch die Alva 2 Lidschattenpalette. Das ist eine etwas andere Qualität und eine etwas andere Art und Weise, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Denn wir haben hier diese Töne drin. Warum auch immer hier ein Dings drauf ist, weil die ist auch schon hochverwendet. Wir haben hier zwei Pressed Glitter drin. Die werde ich gleich mal swatchen und mir angucken. Ansonsten haben wir hier keine krassen Finishes oder so, sondern halt einfach rein Schimmertöne und rein matte Töne. Wobei dieser Deep Sea noch ein bisschen besonders ist. Aber es ist jetzt keine super abgefahrene Palette. So, wir gucken uns mal an, wie hier diese Pressed Glitter Töne so kommen. Denn da bin ich jetzt einfach gespannt drauf. Das sieht schon mal recht hübsch aus. Und wenn ich den swatche, ist er dann doch gar nicht so geil, wenn ich ehrlich sein darf. Ach Gottchen. Nee, ich glaube die Alva wird nicht bei mir bleiben. Nee, also das hat einfach nicht die Qualität, die die anderen Paletten von Odenseye haben. Auch wenn man hier diese Geschichte, also diese nordische Mythologie und so total schön sieht. Und auch diese Elfe und so. Wunder, wunderschön. Aber ich glaube, dass wir uns einfach an dieser Stelle voneinander verabschieden müssen. Mal gucken, wie es mit der Alva 1 Palette dann so laufen wird. Ähm, die wird ja dann wahrscheinlich auch nicht krasser sein. Nee, hier haben wir eine wirklich sehr neutrale, zurückhaltende Palette. Auch so ein bisschen cool toned. Den Dandelion gucken wir uns mal an. Ähm, ja, hier haben wir nämlich auch diese runden Pfännchen, ne. Das ist, oh mein Gott. Also so ist quasi Odenseye damals, glaube ich, auch. Ei, angefangen. Ei. Doch, 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 doch. Ei. Entschuldigung. Doch, das flasht mich schon, ne. Die möchte bleiben. Haben wir das denn bei der hier auch so krass, bei der Alva 2? Da muss ich mir jetzt auch nochmal einen Schimmerton angucken. Denn nur weil jetzt die Press Glitters vielleicht nicht so überzeugen, kann ja vielleicht dieser großartige Grünton mich, äh, bashen. Mal gucken. Kann er schon, ne. Nee, Alva, ihr müsst bleiben. Das tut mir jetzt einfach leid. Also, ihr habt jetzt keinen Freigang bekommen. Hey Reindeer. Also, die haben da so ein bisschen übertrieben, würde ich mal so sagen, ne. Denn die haben, ähm, zwei jeweils immer gleichzeitig dann rausgehauen von diesen Christmas Collection Geschichten. Ich glaube, das war auch ein bisschen zu viel. Die waren auch gar nicht so lange quasi, quasi, also die waren recht lange verfügbar, ne. Dass man halt, äh, jetzt nicht irgendwie die Limited Edition super schnell ausverkauft hätte. So meine ich das. Genau. Die finde ich auch ganz süß. Ich hätte mir persönlich diese Töne eher bei dem Schneemann vorgestellt, weil wir hier auch ein bisschen mehr Blau mit dabei haben. Und, äh, das Grün dann eher so hier. Nun, egal. Ne. Auch das sind Paletten, die ich dann so wirklich in Kombination zusammen sehe und sie auch ungern trennen möchte. Die beiden Schätze. Und, äh, genau. Die haben halt auch eine richtig, richtig krass abgehende Geschichte. Und auch hier verschiedene Texturen. Und Halleluja. Hier haben wir eine richtige Folie mal wieder am Start. Also, wer sich da beschwert, ich weiß es nicht. Ich tue es nicht. Genau. Und das macht einfach Freude, mit sowas zu spielen, zu arbeiten. Und, äh, dann auch noch so ein schönes Design in der Hand zu halten. Das ist einfach ein Träumchen. Ein Jahr zuvor wurde dann auch diese Palette, ähm, gelauncht. Da hatten wir eben die Merry Christmas. Das ist die Christmas Eve Palette. Die ist jetzt, glaube ich, ein bisschen genau kühler unterwegs. Habe ich auch noch gar nicht verwendet. Die ist noch unangetastet. Aber ich finde, hier einfach catcht mich das Ganze. Auch wenn es eher eine kühlere Palette ist. Das heißt, die wird auch auf jeden Fall bleiben dürfen. Und, ähm, gerne dann auch bei mir entsprechend performend mal gucken. Hier möchte ich mir mal den Gorgeous angucken, weil der sieht schon so vielversprechend aus. Wow, 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 was, wow. Oh, oh mein Gott. Der ist super cremig. Supergeil. Supergeil. Superschön. Guck mal. Dieser Schiff da drin auch, ne? Wow, mein Arm ist einfach voll. Richtig geil. Komm, aber die schaffen wir auch noch hier. Die könnte ich auch noch swatchen. Das ist eine relativ neue von Ofra. Die habe ich von Purish bekommen. Die Signature Palette Self Love. Die ist jetzt nicht so super krass abgefahren. Ähm, ich habe damit auch ein bisschen gespielt. So ein paar Looks geschminkt. Mich persönlich hat sie nicht so abgeholt, muss ich sagen. Ofra Highlighter, mega. Ofra Blushes, liebe ich. Ansonsten bei den Paletten konnte mich Ofra noch nicht, leider, leider, so sehr überzeugen, dass ich jetzt sagen würde, das ist eine richtig krasse Empfehlung von meiner Warte. Holt sie euch auf jeden Fall. Also da könnt ihr euch für den Preis definitiv besser von Odense Eye zum Beispiel eine Palette holen. Die hier wird jetzt auch weiter wandern. Dann habe ich jetzt hier Pat McGrath. Oh mein Gott. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Denn, ähm, ich weiß, dass ich die von der Qualität her leider nicht ultimativ feiere. Ähm, da habe ich ja einmal die Celestial Nirvana Eyeshadow Palette. Und ich, ja, äh, habe die relativ günstig, meine ich, geschossen. Das ist die Bronze Bliss Variante. Schaut so aus. Hier ist eine kühle Palette am Start. Die habe ich noch nicht verwendet. Und, ähm, ich glaube auch nicht, dass ich dazu greifen werde. Ganz einfach, weil mir hier ein einziger Ton fehlt. Und zwar ein heller, matter Ton. Ne? Das fehlt einfach in dieser Palette. Ich glaube, dass sich hier jemand drüber freuen wird, wenn ich das mal in eine Verlosung gebe und der die Palette dann auspackt, dass man sich denkt, oh wow, let's fetz. Das ist ja richtig geil. Und deswegen kommt sie jetzt auch in eine zukünftige Verlosung. Hier habe ich eine Palette, das ist, ich glaube, aus der Bridgerton Collection, ne? Und die war bei Sephora, glaube ich, auch mal richtig krass reduziert. Deswegen habe ich die bestellt. Achso, wie heißt du eigentlich? Äh, Mothership Bijou Brilliant Starstruck Splendor. Genau. Die haben immer so ganz kurze, knackige Namen. Nicht. Und hier haben wir die zwei Blushes drin, die sehr schön sind, aber bei mir tatsächlich in dem Schminki eher fleckig rüber kamen. Halt diese, ja, neuen Lidschatten. Ich finde die jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, dafür muss man jetzt den vollen Preis bezahlen. Auf gar keinen Fall. Sie ist solide. Sie ist okay. Wir haben hier auch schöne Grüntöne mit drin. Aber sie ist es eigentlich überhaupt nicht wert, weswegen ich froh bin, dass ich die im Sale ergattert habe und nicht den vollen Preis dafür bezahlt habe, ne? Denn wir haben es jetzt ja schon gesehen. Es gibt definitiv Paletten und Marken, die einfach eine heftigere Qualität für einen viel, viel bezahlbareren Preis haben. Ich weiß nicht, ob sie bei mir bleibt. Da bin ich jetzt mal ehrlich, ne? Das weiß ich nicht. Nee. Dafür ist nämlich viel zu wenig Variation auch in diesen, also vor allem in diesen dreien. Auch hier haben wir wieder eine kleine Palette von Pat McGrath. Die Mothership Mega Celestial Odyssey Palette. Artistry Palette. Okay. Ja. Da kannst du ein bisschen mit artistisch werden, wenn du möchtest. So schaut sie aus. Wenn ich so anfange, die Looks zu schminken, ist es immer so, ha, sieht gar nicht so geil aus. Und am Ende, ha, sieht ganz schön gut aus. Eben weil ich dann zu solchen Tönen greife, also zu diesem grünen natürlich oder zu diesem wunderschönen Petrolton. Oder weil ich einfach einen relativ klassischen Look schminke und da halt einfach irgendwie was bräunliches, nudige Schminke, ne? Dann funktioniert das auch richtig klasse. Die Qualität ist solide, aber nichts, wo ich sagen würde, das muss man jetzt wirklich so in seiner Sammlung haben. Das ist so ein schöner Schimmerton, heller Schimmerton, äh, heller Schimmerton, der auch so einen, ähm, ja, etwas kühlen Einstich mit drin hat. Gucken wir uns hier mal an, ne? Der ist schon schön, doch, ne? Aber nichts, wo ich jetzt einfach so mega drauf abfahren würde. Ich habe mich jetzt auch gerade entschieden, dass ich sehr wahrscheinlich die hier behalte, aber diese Bridgerton-Geschichte wird definitiv weiter wandern, weil diese Grüntöne, die hier drin sind, habe ich in der anderen Palette definitiv auch mit drin enthalten. Und, ähm, huch, und diese Blushes sind zwar schön, aber sie waren an mir jetzt nicht so ultimativ, sodass ich unbedingt diese Palette behalten müsste. Die hier ist gar nicht mal so hübsch, finde ich persönlich vom Design her, da haben wir die Mothership Mega Celestial Divinity Eyeshadow Palette, ähm, ja, und die schaut so von innen aus, ähm, auch das eine schöne Palette, äh, hier haben wir auch richtig viel schöne Schimmertöne drin, hier weiß ich gar nicht, ob ich mir die selber mal geholt habe, weiß ich gerade echt nicht. Das ist so ein klassischer Ton, den wir halt auch in vielen Paletten eben schon gesehen haben, ist gut, ich weiß gar nicht, in wie viele Etappen ihr dieses Video euch reinziehen wollt, ähm, genau. Und hier habe ich einfach auch so einen klassischen Schimmerton mal, den ich euch swatchen möchte und sie ist wirklich hübsch, sie ist solide, aber ich greife halt einfach nie dazu, was sehr, sehr schade ist, ne? Und, ja, wirklich ein toller Ton, kann man definitiv machen, aber es holt, also es ist so richtig, richtig, richtig Gold, ne? Auch sehr, sehr hübsch. Aber wenn ich mir halt auch so andere Töne hier angucke, das holt mich halt einfach mehr ab, ne? Muss ich noch überlegen. Und dann habe ich hier noch von Pat McGrath dieses, äh, kleine Ding und zwar die Artistry Palette. Hier haben wir die einmal von innen, das holt mich ab. Das finde ich schön, das ist auch ein bisschen ansprechender als das, was ich eben hatte, auch wenn diese Palette etwas schwieriger ist, einfach durch die matten Töne, die halt nicht so bam sind, wie jetzt, ähm, bei anderen Lidschatten-Firmen, sage ich jetzt einfach mal dazu, ähm, trotzdem haben wir hier krasse Schimmertöne, die es immer raushauen, ne? Also so ein schönes Grüntönchen ist nie weg, aber es ist halt, man sieht es jetzt auch beim Swatchen, ähm, muss man ein bisschen aufpassen, es krümmelt halt schon etwas, äh, ist aber eigentlich ganz gut pigmentiert, also wenn man den ordentlich drauf haben will, da muss man ein bisschen in Kauf nehmen, dass man da auch immer wieder reingeht, um den aufzubauen, weil der halt nicht so intensiv auf der Haut dann rüberkommt, wie er so im Pfännchen wirkt, ne? Ist aber an und für sich eine schöne Palette. Und bei der hier habe ich mich entschieden, dass die weiter wandern wird. Hier habe ich dann noch die Pixi by Petra Palette, die war, glaube ich, mal in einem Adventskalender oder so mit drin. Die ist ganz süß, ne? Sind solide Farben, das ist jetzt nichts abgefahren, das hat die überhaupt einen Namen. Die Rosette Ray Palette, Eye Effects, genau. Ähm, kann man auch schön was mit schminken, auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn ich so einen richtigen Nude-Look schminken möchte, greife ich nicht zu ihr. Dann greife ich halt eher zu einer Palette von Natascha Denona oder halt auch von Catrice, diese Fünfer Paletten, ne? Das ist halt einfach dann mehr so mein Vibe, weil die hat für mich persönlich einfach nicht so was krass Besonderes. Auch wenn wir hier eher so Seidenmatte Töne haben, das ist halt auch so ein bisschen abgefahren, muss ich gestehen. Aber sie holt mich nicht ganz so ab, weswegen ich diese Palette auch aussortieren werde. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht damit gerechnet, dass sich in letzter Zeit so viel von Revolution offensichtlich bei mir angehäuft hat. Nun, schauen wir mal zusammen rein. Erstmal habe ich hier von Revolution die Limited Edition mit Harley Quinn auch tatsächlich. Ich mag eigentlich die Töne. Und ich finde es auch wirklich schön, dass wir hier so eine schöne, bunte Auswahl haben. Und natürlich ist dieser Töne, es ist so ein kleiner Running Gag hier, ne? Es ist halt einfach meins. Ich finde eigentlich die Palette wunderschön und ich glaube auch, dass ich damit schöne Looks schminken kann. Ich finde diese Harley Quinn Palette sogar noch ein bisschen schöner, als die die Essence rausgebracht hat. Ne? Nun, auch wenn hier die Töne nicht so unbedingt Harley Quinn schreien, aber man kann sie halt super gut kombinieren, wobei man hier dieses Pink und dieses Blau ja tatsächlich hat. Das hat man in der anderen ja mit Blau und Rot und hier ist es dann doch irgendwie mehr Harley Quinn. Also habe ich mir widersprochen? Ne, weil hier das Lila und das Grün auch noch mit dabei ist. Das ist so ein bisschen, na, man weiß ja nicht, ne? Nun, also, das ist so eine gute Qualität und dass ich das mal wirklich über Revolution Lidschatten sage. Ich bin kein Fan von Revolution Lidschatten. Die haben einfach, meiner Meinung nach, die Qualität, die in der Drogerie ja gestiegen ist, nicht mitmachen können. Irgendwie, warum auch immer. Die haben einfach ihre Qualität gehalten. Aber manchmal haben wir dann durch so eine Palette einfach nochmal eine kleine Überraschung, über die wir uns sehr freuen dürfen. Finde ich hübsch. Mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier eine Palette. Ja, das ist eigentlich von Revolution Pro. Die Ultimate Eye Look Palette. Und die ist von außen natürlich wunderschön. Gar keine Frage, ne? Das sieht echt hübsch aus. Da hatten wir ja auch von Catrice etwas, was das Ganze auch versucht hat, so ein bisschen zu, ich nenne es mal, adaptieren. Hallo? Mensch, geht super schwer auf. Das ist so eine fantastische Qualität. Ich kriege da jedes Mal einen ganz tollen Look mit hin. Die ist halt einfach nur super klorig, ne? Aber es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Lidschattenpalette, die so gute Töne mit drin hat, wunderschön, ne? Kann man definitiv machen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich greife sehr selten nur noch dazu. Ich habe andere Nude Paletten, haben wir alle mitbekommen, die ich einfach mehr feiere. Und auch wenn die von außen sehr hübsch ist, wird die mich jetzt verlassen. Als nächstes habe ich hier eine dieser Blechpaletten. Das ist die Dreamer Palette. Und die ist, ich glaube, aus dieser Y2K-Geschichte oder so. Ich weiß nicht. Es war eine relativ aktuelle Limited Edition. Ich muss schon wieder lachen wegen dem Fly. Wir erkennen so ein kleines Beuteschema, ne? Ich meine, das haben wir wahrscheinlich schon seit einer Weile hier erkannt. Auch diese pinken Töne mag ich gerne leiden. Im Prinzip könnte es sein, dass man sich hier auch irgendwie so ein bisschen aneinander orientiert hat, oder? Das ist natürlich krass. Jetzt mal ohne Flachs, wenn ich mir das so angucke. Der Ton ist hier quasi nur, ne? Wir wollen nicht übertreiben. Fly haben wir hier. Das ist abgefahren. Der Ton könnte fast dieser sein. Wobei der Power ein bisschen eisiger zu sein scheint. Ja, nicht alle Töne spiegeln sich hier wieder. Aber schon so ein paar, ne? Das ist ganz interessant. Da ist natürlich auch die Frage, braucht man beide Paletten davon? Da muss natürlich dann die Qualität entsprechend überzeugen. Mich hat diese Palette eigentlich im Schminki überzeugt. Also eigentlich hat sie mir sehr gut gefallen. Und deswegen möchte sie auch eigentlich ganz gerne bleiben. Und, ja, wir schauen uns hier mal das Baby an und gucken, was der Ton so kann. Also, ne? Hier haben wir eine schöne Qualität. Und ich würde sagen, die Palette darf super gerne bleiben. Denn sie hat mich positiv überrascht, überzeugt und erfreut. Dann habe ich hier die Wonka Limited Edition Palette Golden Ticket. Die habe ich mal in der Kooperation bekommen. Oder habe ich mir die selber gekauft? Weiß ich gar nicht. Kommt auf jeden Fall von Purish. Und, ja, das ist eine absolute Basic Bitch Palette. Also eine total neutrale Palette. Und ich glaube, ich brauche sie nicht unbedingt in meiner Sammlung. Auch wenn ich Willy Wonka und die Schokoladenfabrik und so. Ich finde das alles total abgefahren und toll und so weiter. Aber ich glaube, dass das hier nicht unbedingt die Palette ist, die bei mir bleiben sollte. Ja, genau. Nun, wir schauen aber trotzdem nochmal rein, ob uns vielleicht dieser Ton vom Gegenteil überzeugt. Das ist ein sehr schöner Kupferton. Es ist solide, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, wenn ich an Nude denke, möchte ich unbedingt zu dieser Palette greifen. Heißt, die wird weiter wandern. Dann habe ich hier die Nemo Palette. Das ist Kindheit für mich. Oh mein Gott, ja. Die ist qualitativ jetzt nicht so überragend. Aber ich finde sie schön. Ich habe Spaß mit ihr. Dieser Ton wieder. Und ich habe einfach Freude daran, sie zu haben. Einfach mal so gesagt. Wir gucken uns mal dieses Contaminiert, Contamin, 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 Contaminated an. Genau. Und ja, ihr seht es. Es ist jetzt nicht so krass vom Swatch. Es ist nicht krass von der Qualität und so. Aber es ist eine Findet Nemo Palette, Leute. Und Findet Nemo ist ein Film meiner Kindheit. Und deswegen muss sie bleiben. Ich will zwar keine emotionalen Behaltegeschichten haben, aber die darf bleiben. Deswegen. Als nächstes haben wir diese wunderschöne Schmetterlings Palette. Die Forever Flawless Digi Butterfly Palette. Das ist einmal diese hier, die auch wunderschön ist. Aber ich habe jetzt ja zum Beispiel die Findet Nemo Palette behalten, die ja auch sehr bunt unterwegs ist. Und hier haben wir halt auch keine mega, heftig, krass überragende Qualität. Sie ist okay, ne? Das ist eine schöne Drogerie Palette. Und mittlerweile kosten Revolution Paletten ja auch nicht mehr nur 5 Euro, um das mal so zu sagen. Aber sie sind erschwinglich, ne? Sie ist schön. Oh mein Gott. Ach, dieser Ton. Aber ich greife einfach viel zu selten zu ihr. Deswegen ich die hier, glaube ich, auch aussortieren werde. So, dann habe ich hier eine. Ich glaube, die war in dem Adventskalender drin. Die ist auch noch unberührt. Hier haben wir auch wieder eine relativ nudefarbene Palette, ne? Und ich glaube auch, dass ich die dann weitergeben werde. Ich hatte erst gedacht, dass ich jetzt hier einfach anhand dieser Palette gucken könnte, wie die Qualität von Revolution sich vielleicht verändert hat. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das ist ja eigentlich eine Adventskalender-Exklusive-Palette. Und dementsprechend ist es gar nicht so vergleichbar, ne? Ähm, das ist die Pink Prosecco. Vorbei, dann könnte es ja vielleicht doch. Ne, die wird auch weitergegeben. Und, äh, ja, genau, wird dann auch demnächst in der Verlosung sein. Oh mein Gott. Das ist eine meiner allerersten Lidschatten-Paletten. Da habe ich auch einen sehr emotionalen Bezug zu. Ich habe damals, ähm, mit YouTube angefangen. Und da war jemand wie Kiso zum Beispiel richtig groß und auch wirklich immer sehr, sehr präsent. Ähm, als ich, glaube ich, ein halbes Jahr mit dabei war oder so nicht mal ein halbes Jahr, hat sie diese Palette rausgebracht. Wunderschön. Also, für mich war sie damals fast schon zu bunt. Wenn ich mir die jetzt angucke, denke ich mir, ach ja süß. Ich habe sie jetzt auch das ein oder andere Mal mal wieder aus nostalgischen Gründen verwendet. Ich finde die von der Qualität her echt nicht mehr so fantastisch. Ähm, ja, und damals, was haben wir uns tatsächlich darüber gefreut und gesagt, oh mein Gott, wie krass, wie geil, wie, ne, exorbitant heftig und so. Aber, äh, sie ist gut. Ganz einfach. Sie ist und bleibt gut. Auch nach sechs Jahren ist es eine Palette, die super gerne in meiner Sammlung sein darf. Dieser Mai-Ton ist schon sehr gut für damalige Verhältnisse, ne, wenn man sich das auch mal so anguckt. Und Mai ist ja auch mein Monat offensichtlich. Dementsprechend freue ich mich darüber, dass es auch hier mit drin vertreten ist. Und, ähm, ja, es ist eine Nostalgie mit uns beiden. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch für immer in meiner Sammlung bleiben, bis sie irgendwann mal auseinanderfällt. Von der lieben Eva habe ich mal diese Kami-Palette bekommen. Make Magic. Ähm, ich habe überhaupt keinen Bezug zu diesem Menschen, zu dem Kami. Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Und, ähm, deswegen habe ich auch zu dieser Palette nicht den krassesten Bezug. Ähm, außer, dass ich die halt von einer wundervollen Followerin mal geschenkt bekommen habe. Die ist auch schon eine ganze Weile bei mir in der Sammlung. Und jedes Mal, wenn ich diese Palette ansehe und wenn ich sie swatche, ist es dann halt doch so, oh, sie ist doch so schön und guck mal, wie schön dieser Ton ist, ne. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass ich dann halt auch die anderen Paletten habe, wo ich einfach mehr zugreife, wäre es einfach schade drum, wenn ich diese Palette einfach nur aus haben wollen behalte. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, die hier wird auch weiter wandern. Sagte sie und holte sowas aus der Geschichte. Mhm, das ist die IT-Palette, beziehungsweise die Revolution mit IT Chapter 2, also quasi mit S. Ähm, ja, die S ist Georgie. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Was hast du für einen Namen? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach die IT-Palette. Und, ähm, dieses wunderschöne Boot. Und ganz ehrlich, mit dieser Palette habe ich doch eigentlich einen relativ freundlichen Look hinbekommen. Und die Töne haben mir auch gut gefallen. Also, die war qualitativ tatsächlich gar nicht mal so verkehrt und darf deswegen auch auf jeden Fall bleiben. Ähm, genau. Also, ich fand sie schön und, äh, auch empfehlenswert hatte ich dann tatsächlich mal gefunden bei Notino. Und hier haben wir auch so einen Goldton. Wie gesagt, sie ist jetzt nicht mega krass von der Qualität, aber ich habe einen schönen Look damit gemacht. Oder mehrere schöne Looks für mich dann im Nachhinein auch. Ja, wir haben hier auch diese Rottöne drin, aber sie gehören halt einfach zu dem ganzen, zu der ganzen Konstellation. Deswegen passt das schon und es war ein Reim. Und, ähm, ich mag sie tatsächlich. Und ich finde sie einfach schön, wenn sie in meiner Sammlung steht, auch wenn sie sperrig ist, ne. Aber wenn ich sie so angucke, muss ich lächeln. Ist jetzt kein romantischer Film oder so. Aber, ähm, weil ich das einfach irgendwie süß gemacht finde. Einfach so ein Boot, ne, läuft. Diese Palette hatte ich mir gekauft, einfach weil sie grün ist natürlich. Und weil ich einfach gedacht habe, dass ich sie feiern werde. Die Forever Flawless Adventure Palette ist das. Und, ähm, ich habe sie sehr, sehr lange in meiner Teste-mich-Aus-Kiste gehabt. Und habe nie dazu gegriffen. Und ich finde es super schade. Ich möchte sie aber verwenden. Das heißt, die wird jetzt hier auch von ihrem Schieber, Schuber befreit. Und, ähm, soll dann auch bitte mal demnächst in Anwendung kommen, liebe Claudi. Denn, äh, was ist das bitte schön für ein unfassbar schöner Ton. Dieser Whale. Das ist ja unfassbar geil. Und, äh, das ist, glaube ich, echt eine Palette, die ich mit Freude in meiner Sammlung haben werde. Gerade sofern sie denn auch gut funktioniert, was ich hoffe und denke. Und, oh, ähm, deswegen, ne, also das, das ist einfach, ich glaube, die hat einen Platz verdient. Was meint ihr? Habt ihr sie schon mal getestet? Habt ihr sie schon entdeckt? Dann schreibt das gerne mal. Ich meine, dass ich die mal relativ günstig bei, ähm, Rossmann Online geschossen hatte. Ja, und dann habe ich hier die Simpsons Palette. Äh, das ist die Treehouse of Horror Palette. Ist aber von, doch, ist auch von Revolution, ne, mit den Simpsons, genau. Ja, und die ist kunterbunt. Da habe ich auch schon einiges mit geschminkt. Ich muss aber sagen, dass mich hier die Palette, äh, die, die Qualität dann doch im Nachhinein relativ enttäuscht hat. Das heißt, die hier wird jetzt auch meine Sammlung verlassen. Ähm, so schade, wie es ist tatsächlich, ne. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch sehr viele, sehr schöne, bunte Paletten, mit denen ich, äh, dann auch quasi einen guten Ersatz gefunden habe. Wir können uns ja mal dieses wunderschöne Moosgrün angucken. Also, wie gesagt, ihr habt hier wundervolle Töne mit dabei. Natürlich auch meinen liebsten Hellgrünton abgefahren. Und, ähm, ja, ne, aber sie ist halt auch schon ein paar Jährchen in meiner Sammlung. Und dementsprechend ist die Qualität einfach auch schon ein bisschen weiter gewandert. Und, ähm, ja, ist okay. Darf jetzt aber gehen. Rival de Lupe und Rival Loves Me habe ich hier doch relativ intensiv in meiner Sammlung vertreten. Ähm, ich versuche jetzt erstmal die Rival de Lupe, äh, Geschichten zu nehmen. Da habe ich einmal die Cosmos Love Lidschattenpalette, die von außen hätte schöner sein können. Von innen ist sie natürlich mein Ding. Aufgrund von, äh, natürlich. Ähm, was ich ein bisschen abgefahren finde, sind halt diese groben Schimmertöne. Das ist halt nicht ganz so mein Vibe. Dennoch finde ich die Schimmertöne, die hier drin sind, sehr schön. Und auch den Mattenton mag ich gerne leiden. Wir gucken uns jetzt mal an, wie dieser Galaxy-Ton aussieht. Übrigens könnte diese Palette halt eine 1A-Ergänzung zu, ne, diesem Schätzelein sein, um das mal so zu sagen. Und das ist wirklich ein toller Press-Glitterton. Also, guckt euch das mal an, ne. Das ist, das ist, hat was von diesen, ähm, von der Konsistenz von dem Gender X Beauty. Sehr, 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 sehr nice. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist aber eine Limited Edition. Wieso sollte man sich die angucken können? Naja, egal. Ähm, solltet ihr die irgendwie bei euch haben, verwendet sie auf jeden Fall. Die ist gar nicht so alt. Ähm, dann habe ich hier von Riva Loves mir die Celebrate the Day Eyeshadow Palette. Das ist eine sehr, sehr zurückhaltende. Und die wird auch nicht bei mir bleiben. Die hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und da habe ich auch einen schönen Look mit geschminkt. Ja, aber ich wäre da nicht zu greifen. Ich habe davon die, äh, Face Palette, glaube ich, auch noch behalten, die ich ganz gerne mag. Also, guckt euch das mal an, ne. Wir reden von Rival de Lupe. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr günstige Palette am Start. Vielleicht habe ich sie deswegen noch behalten gehabt, weil sie echt gut ist. Jetzt zweifle ich gerade selber an mir selbst, ne. Komm, wir gucken uns den auch nochmal an. Das ist ja auch so ein schöner Schimmerton. War das so gut? Schwierig, Leute. Schwierig. Nee, eigentlich ist die echt geil. Eigentlich muss die wirklich bleiben, ne. Dann habe ich hier auch noch die Aqua Lagoon Eyeshadow Palette. Ja, das war so eine ganz interessante Sache. Die kam recht zeitnah raus mit der Dominique Cosmetics The Moment, ne. Doch, The Moment, ne. Das ist auch die blaue Variante von denen. Das war ein bisschen witzig. Und, äh, ja. Die schaut einmal so aus. Ist aber qualitativ eine ganz andere Hausnummer, ne. Ich persönlich stehe halt total auf solche Konstellationen mit Blau und den bräunlichen Tönen, ne. Man trägt sehr wenig Blau, bin ich ehrlich. Aber wenn ich Blau trage, trage ich es mit voller Innenbrunst. Ähm, genau. Und, ja. Das ist halt auch eine echt gute Qualität. Das muss man sich einfach mal so überlegen, ne. Das ist, das ist unglaublich. Ich glaube, die hat unter 5 Euro gekostet oder so. Ja, aber die werde ich jetzt weitergeben, weil die mich, wie gesagt, halt an die andere Palette schon sehr erinnert. Celebrate the Day behalte ich aber, weil ich die echt gut finde. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir schon bei Riva Loves Me. Genau, da habe ich hier einmal die Mystical Motions Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die mich tatsächlich auch an eine andere Palette von, Moment, äh, ich glaube an Earthly Cosmetics ist das erinnert. Ähm, ich weiß gar nicht, welche, wann, wie, wo rauskamen. Auf jeden Fall haben die irgendwie so ein ganz kleines bisschen Ähnlichkeit miteinander. Äh, ja. Hier haben wir einen wunderschönen Grünschimmerton. Wir haben die Mattentöne, die ich jetzt nicht so hart feiere tatsächlich von der Farbgebung her, ne. Aber wir können uns ja zum Beispiel mal hier diesen Rosaton angucken. Das ist halt ein bisschen schwierig, genauso wie auch bei der LH Cosmetics Reload Palette, das vernünftig in einem schönen Look aufs Auge zu bekommen. Und ich glaube, hier ist die Qualität halt auch nicht so mega, mega, mega krass, dass man sagen würde, die muss jetzt unbedingt bleiben. Auch wenn ich die echt abgefahren finde, ne. Aber ich greife da nicht zu. Aber eigentlich ist die süß. Ich glaube, ich behalte sie. Dann habe ich hier natürlich die, ähm, Riva Love Me Galaxy bei Maxim Lidschatten Palette. Da war ich ja auch damals auf dem Event eingeladen. Und, ähm, die ist sehr, 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 sehr cool auf dem Auge. Da kann man sehr viel Spaß mit haben. Bin ich offensichtlich auch ein bisschen schon mit eskaliert. Und, ähm, ja, ne, das macht Freude. Und, äh, die kann man auch super miteinander kombinieren. Du hast hier teilweise Topper Shades drin. Teilweise hast du hier auch Solo-zutragende Töne drin. Aber du kannst es halt letztendlich so kombinieren, wie du lustig bist. Ähm, ich hätte mir einfach ein bisschen größere Pfändchen gewünscht, sodass ich da einfach mehr hätte reingehen können, ne. Aber hier sieht man, das ist ein richtig schöner Topperton. Den man aber auch Solo ganz gut aufbauen kann, wenn man den auf einem Glitterglue aufbaut, ne. Nur mal so am Rande. Und, ähm, ja, eine echt abgefahrene Palette für Rival Loves Me, muss ich wirklich sagen. Und, ähm, ich mag sie. Dann habe ich hier die Take Me To The Beach Limited Edition Eyeshadow Palette. Ähm, mit der habe ich auch einen Look geschminkt und fand sie ganz nice. Aber jetzt, wenn ich mir sie halt nochmal so angucke, ich habe da halt nicht mehr wirklich mehr zu gegriffen, ne. Das ist halt echt so ein Thema. Was ich mit dieser Palette nun mal habe. Hier haben wir so einen richtig schönen cremigen Ton. Das ist unglaublich, unglaublich. Guckt euch das an. Also, da könnte ich noch weiter rumgehen, ne. Das ist eine hammerkrasse Qualität. Deswegen, also eigentlich ist es zu schade, wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe die weg. Deswegen tue ich es auch nicht. Ne. Also, die muss bleiben. Ich habe mich auch entschieden, dass ich die Aqua Palette behalte, weil ich die eigentlich auch echt geil finde. Ähm, dann habe ich hier die Rival Loves Me Eyeshadow Collection. Ähm, das ist eine, war das eine Limited Edition? Die Paradise, weiß ich gar nicht. Oder ist das Standardsortiment gewesen? Die feiere ich persönlich gar nicht so ultimativ. Wie viel liebe ich es, dass die große Fähnchen drin gemacht haben. Weil du so halt gerade die Schimmertöne richtig toll aufnehmen kannst. Und das ist halt auch echt immer so ein Thema. Ähm, gerade bei Drogerillie-Charten mag ich das ganz gerne, dann auch mit dem Finger reinzugehen. Weil du da auch einfach viel mehr Pigment auf den Finger bekommst, aufs Auge bekommst. Und da viel, viel besser mit arbeiten kannst. Ich meine, das ist auch richtig gut, ne. Aber ich verwende sie einfach nie. Nie verwende ich die. Nein. Und die wird jetzt auch dementsprechend weiter wandern. Und dann habe ich die Just You & Me Lidschattenpalette. Das ist eine Limited Edition gewesen. Nee, also da bin ich jetzt auch nicht mehr so von überzeugt, um das mal so zu sagen. Ich habe die als Kombinationspalette mit irgendeiner anderen auch verwendet. Ähm, das war soweit solide. Aber ich weiß nicht. Ich fand die von der Qualität her nicht so geil wie andere Limited Editions. Das sage ich jetzt einfach mal, die Rival Loves Me so rausgehauen hat. Auch wenn das echt. Also Rival Loves Me hat wirklich eine viel, 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 viel bessere Qualität, als man so vermuten würde, ne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch Rival Loves Me mit Essence vergleiche, ist mittlerweile Rival Loves Me für mich persönlich weiter oben, ne. Auf der Qualitätstreppe. Genau. Aber diese Palette ist nicht ganz so mein Vibe. Nee, da greife ich halt auch überhaupt nicht so sehr zu. Dann habe ich die Loud & Proud Palette. Generell diese hier, die ja eigentlich im Standardsortiment sind, sind nicht so bombastisch von der Qualität, um das mal so zu sagen. Man muss da schon etwas mehr Arbeit reinstecken, um die vernünftig aufs Auge zu bekommen. Und ja, das ist alles möglich, ne. Kann man auch so weit machen. Mich holt es jetzt nicht so ultimativ ab, wobei ich die Loud & Proud eigentlich mit am schönsten finde, weil wir hier einfach auch ein bisschen mehr Auswahl haben. Und ich meine auch, als ich die hier das erste Mal verwendet habe, war ich hier super krass überrascht von der Palette, ne. Genau. Also das ist auch ein wirklich schöner Grünton. Ja, die bleibt schon, ja. Aber ich glaube, die Secret Garden und die Neon Lights werde ich weitergeben, einfach weil ich da wirklich ungefähr gar nicht zugreife. Das muss auch nicht sein. Hier haben wir auch eine wirklich... Also man wird von der Verpackung her vermuten, dass wir hier auch eine abgehende Palette haben, die auch wirklich, ne, raushaut bis zum jeglich mehr satte grüne Töne hat. Und so. Aber das Ganze ist halt wirklich eher so gemutet. Also alle Töne, die hier drin sind, sind so gemutet. Und das finde ich schade. Und das möchte ich halt so nicht unbedingt haben. Wir gucken uns trotzdem auch mal einfach Interesse halber diese Press Glitter Geschichte an. Das ist der Maß, ne. Und ja, genau. Also manchmal funktioniert es ja... Ja, die ist ja auch gar nicht so verkehrt, die Geschichte hier. Wobei die krümelt auch ein bisschen. Das heißt da auch Glitterglut runterpacken, ne. Dann hält es auch ein bisschen besser. Schön ist es auf jeden Fall. Also sowas zu swatchen, macht halt auch immer echt ein bisschen Laune, weil man da auch einfach so ein bisschen Spielerei hat, ne. Die anderen Töne finde ich persönlich halt sehr zurückhaltend. Ich mag sehr gerne den Honey Ton. Der ist echt hübsch und auch gut pigmentiert. Aber ich muss sie jetzt so eigentlich nicht bei mir behalten. Da habe ich keine emotionale Verbindung. Nö. Genauso auch nicht die Neon Lights Palette. Das ist eine sehr, sehr bunte, die aber mit viel zu wenig Schimmertönen daherkommt. Ja, und zwar Press Glittertönen, ne. Die werden jetzt auch wahrscheinlich ähnlich sein wie der Maß, den ich euch gerade gezeigt habe. Also da auch mit einem Glitterglue. Und dann hast du da ein bisschen mehr von. Und wenn man auch diese Neontöne verwendet, macht das auf jeden Fall Laune, wenn man das mit so einem Ton kombiniert. Auf jeden Fall. Aber das krümelt halt schon sehr. Also das wirklich ans Halten zu bekommen, wird glaube ich etwas schwieriger sein als bei der Gender-Ex-Beauty-Geschichte. Das heißt, ja, muss nicht unbedingt sein. Hier habe ich eine Romantic Color Perfect Make-Up Studio Palette. Ich weiß nicht genau, von welcher Firma die ist. Ich habe sie auf jeden Fall geschenkt bekommen. Und ja, hier sehen wir auch, dass wir so ein, also 0,3 ist die Farbe, ne. So ein Innenleben haben, was ähnlich wie die Fluoresis Palette ist. Ich muss aber leider gestehen, dass ich hier die Qualität nicht so krass finde. Ich finde auch die Farbkonstellation nicht ganz so passend für mich. Deswegen ich mich auch entschieden habe, diese Palette weiterzugeben. Einfach, weil sie bei mir nicht so performt, ne. Vielleicht hat jemand anderes da seine Freude mit. Der Blush ist auch sehr, sehr schön. Den mag ich auch eigentlich ganz gerne leiden. Aber ja, so die Lidschatten-Töne haben bei mir persönlich einfach nicht so nice performt. Und deswegen muss ich sie jetzt nicht unbedingt in meiner Sammlung halten, um ehrlich zu sein. Und ja, die Töne sind halt auch wirklich etwas sehr zurückhaltend. Okay, da habe ich mir jetzt wahrscheinlich einen blöden Ton ausgesucht zum Swatchen, weil man den wirklich gar nicht sieht. Wir können uns ja vielleicht mal den hier angucken. Den wird man sicherlich sehen, denke ich mal, ne. Das ist so ein richtiger Petrol-Ton. Das ist auch die Pop of Color aus der Palette und so. Und genau, den swatsche ich da mal neben. Ne, ihr seht's, man sieht's eher dezent. Und da finde ich wirklich das Flower Nose, habe ich gerade Floresis gesagt? Flower Nose ist da auf jeden Fall weiter vorne, ne. Genau, ja, die wird dann auch auf jeden Fall aussortiert. Dann habe ich hier noch allerhand Root Cosmetics Paletten. Die bekommt man bei Cosmetic Verlässt zum Beispiel. The Spellbook habe ich hier. Love ist die, ja, die Geschichte, ne. Sehr schön, sehr nice, aber ich glaube, die hier wird nicht bei mir bleiben. Wir gucken uns trotzdem mal Conjure zusammen an. Und, ja, es ist natürlich so eine schöne grüne Palette, ne. Und Root Cosmetics hat eine wirklich gute Qualität. Gute, gute Qualität. Und, ja, aber das hier muss nicht unbedingt sein. Dann habe ich hier einmal die The Roaring Twenties Reckless Palette. Finde ich einfach von diesem Mood total angenehm. Mag ich sehr, sehr gerne. Und von innen ist die halt auch echt abgefahren. Wir haben relativ viele Schimmertöne oder ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Schimmer- und Mattentönen. Sie ist auf den zweiten Blick auch relativ dunkel, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, ich habe da halt auch nicht so häufig zugegriffen, einfach weil sie dann doch etwas dunkler unterwegs ist insgesamt, wenn man die dann halt auch so verwendet. Ich finde den Bass sehr, sehr schön. Hätte mir aber hier gewünscht, tatsächlich zum Beispiel noch so einen gelben Ton mit dazu zu bekommen, um da auch noch irgendwie so einen schönen Farbverlauf gestalten zu können. Weil ich möchte nicht unbedingt den Farbverlauf nur mit Rot machen können, ne? Naja, wir gucken uns mal hier den Razzle an. Fühlt sich schon wieder so gut an. Das ist schwierig für mich, Leute. Ich sage es euch. Ja, der ist wirklich gut, ne? Der ist wirklich gut. Passt zu dem Ton übrigens auch sehr schön. Die machen es mir alle hier nicht leicht. Das ist eine Palette, The Root Sun. Die hat es wirklich auch hinter, also nicht hinter sich, die hat es drauf. Du hast hier verschiedene Texturen drin. Du hast hier auch noch diese geilen Neon-Liner-Töner mit dabei. Und dann hier auch diese Press Glitters. Die sind aber sehr, sehr abgefahren. Die auch so unterschiedliche Partikelgrößen mit dabei haben, ne? Also hier hast du wirklich große Plättchen mit drin. Hier hast du einfach nur groben Glitzer. Hier auch groben Glitzer. Ansonsten hier auch groben Glitzer. Meine Güte. Also ganz schön viele grob gepresste Geschichten. Die ist nicht leicht. Also das ist eine Palette, die man auch wirklich eher so Richtung Karneval, sage ich jetzt einfach mal ganz grob, verwendet, ne? Man muss wirklich aufpassen, dass man hier nicht den ganzen groben Glitzer sich so rausholt. Und die muss man sich dann auch wirklich auftupfen. Ihr seht, es springt hier auch schon alles durch die Gegend. Wenn man da keine Base drunter hat, dann pustet man da einmal gegen und dann ist zack alles weg. Aber das ist schon ziemlich geil, ne? Also schön ist sie auf jeden Fall. Aber sie ist halt wirklich super, super abgefahren. Also da muss man schon sehr speziell sagen, ich möchte jetzt unbedingt den und den Ton verwenden. Energy ist auch ein grober Schimmerton, ne? Ist nicht leicht. Deswegen. Also die wird sehr wahrscheinlich nicht bei mir bleiben. Dann habe ich mir mal die Freshly Cut Flower Child Palette gekauft, die ich einfach total abgefahren fand. Und auch sehr hübsch hier mit dem VW Bully vorne drauf, ne? Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier noch knalligere Farben drin haben. Ähm, es sind schon heftige Farben, aber sie sind nicht so knallig, wie sie vielleicht hierdurch vermuten hätten können würden. Weil auch hier, warum ist da kein Gelb drin? Verstehe ich nicht. Also ich hätte mir hier wirklich gewünscht, ein knalliges Gelb, ein knalliges Pink drin zu haben. Gut, Waterlily haben wir ja auch noch mit dabei, ne? Aber irgendwie, irgendwas fehlt da, bin ich ehrlich. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Palette nicht bei mir bleiben wird. Zumal ich gleich auch noch eine ganz andere habe, die ich von der lieben Caro mal geschenkt bekommen habe. In einem Tauschpaket, genau. Ne? Also die ist nämlich auch tatsächlich etwas zurückhaltender. Und hätte man eigentlich gar nicht so vermutet, ne? Aber ich glaube, die geht weiter. Denn ich habe hier die Flower Love Floris Palette. Ich glaube, zum 35-Jährigen, ne, 35 Pressed Pigments and Shadows. Achso, ich hätte gedacht zum 35-Jährigen von Root Cosmetics. Keine Ahnung. Jo, ne? Da geht die Party einfach mal ab. Und die habe ich, wie gesagt, von der lieben Caro im Tauschpaket bekommen. Hier schauen wir uns mal diesen Ton hier an. Das ist so ein wunderschöner Mintgrünton. Natürlich gucken wir uns den an. Muss sein, da kommen wir alle jetzt nicht drum herum. Und ich glaube, dass die auch ein bisschen mehr Kabittjes hat. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und die wird auf jeden Fall behalten. Denn ich muss dann einfach lächelnd an die liebe Caro zurückdenken. Und ich glaube auch, dass die Roaring Twenties dann behalten wird. Genau. Ne? Nein. Ich behalte nur die Flower Love. Und die Roaring Twenties kommt weg. Damit haben wir Root Cosmetics richtig krass ausgedünnt. Wow. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich auch noch The Root Sun Palette behalten möchte. Einfach, weil sie so besonders ist. Und weil man damit halt auch so spezielle Loops mitschminken kann. Und wenn ich dann wirklich auch mal diese Press Glitter Geschichten haben möchte und so, weiß ich, dass ich in dieser Palette das Ganze finden werde. Ich muss sie nur vernünftig aufs Auge bekommen. Und ich habe zwar auch durch die Suva Paletten diese Neontöne als Liner. Aber ich finde es trotzdem ganz abgefahren, dass wir die hier auch mit drin haben, um das Ganze auch zu kombinieren. So hat man dann wirklich auch eine Palette, die man so mitnehmen kann. Und finde ich schön. Ist tatsächlich für mich dann auch sehr gut geeignet. Weiter geht die wilde Reise mit einer ebenfalls sehr bunten Palette. Und zwar von Sample Beauty. The Blooming Lovely Palette. Die war mal in einer Sample Beauty Mystery Box drin. Und ich habe sie noch nicht verwendet. Auch hier haben wir eine sehr, sehr bunte Palette. Ja, schön finde ich sie auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe sie, ups, noch nicht ausprobiert. Das muss noch kommen. Ich bin sehr gespannt darauf. Man hört gar nicht so super viel von Sample Beauty, was ich echt schade finde. Weil dann hätte man sich vielleicht auch mal eine etwas intensivere Review holen können. Nun, so muss ich sie selber erstellen. Aber das ist ja auch kein Problem. Wir swatchen mal zusammen dieses Neon Pink, was mich gerade echt anspricht. Mal gucken. Upsala, krümeli. Wie das so hier so auf den Arm so kommt. Schön. Das kann was werden. Wenn jetzt die Schimmertöne halt auch entsprechend knallen, dann kann das gut was werden. Ich würde mich hier definitiv noch mehr Schimmertöne und vor allem helle Schimmertöne wünschen. Ansonsten haben sie es eigentlich ganz gut hier mit der Palette gemacht. Die beiden hier hätten vielleicht noch ein bisschen krasser unterschiedlich sein können. Genauso wie auch die beiden. Aber nun, schöne Töne, schöne Palette wird ausprobiert. Sowohl die liebe Steffi als auch die liebe Sarah Isabel haben mir mal von SheGlam die Gifted Gemini Palette geschenkt. Und ja, deswegen. Das ist ein Doppelgeschenk. Das bleibt auf jeden Fall bei mir in der Sammlung. Und ich finde es ganz süß tatsächlich und werde dazu auch gerne dann so demnächst mal auch ein Look schminken. Ich weiß gar nicht, ob es die auch noch so ganz normal dort zu kaufen gibt. Ciao. Ich finde es halt echt abgefahren, wie die Firmen immer so denken, wie ein Zwilling so tickt. Ja, bunt. Ja, grün. Lila. Auf jeden Fall. Ich vermisse definitiv meine Schimmertöne. Bin ich ehrlich. Aber gut. Mit dem Pergrasive habe ich hier noch so einen Halbweg-Schimmerton. Und wenn ich die Palette zum Beispiel kombiniere mit denen von LH Cosmetics, diese wunderschönen Quattros. Ich glaube, das kann was werden. Genau. Und hier haben wir dann einmal den Ton geswatcht. Finde ich ganz süß. Vor allem, dass da gleich zwei Leute auf die Idee gekommen sind, dass das das perfekte Geburtstagsgeschenk für mich wäre. Finde ich einfach niedlich. Ja, habe ich mir hier drauf geschrieben. Deswegen behalte ich hier auch den Schuber. Dann habe ich hier von Soda die Under the Sea Little Mermaid Palette. Die ist vor einiger Zeit rausgekommen. Und ich meine auch, dass es im Zuge von dieser ganzen Geschichte mit der Realverfilmung von der kleinen Meerjungfrau quasi gekommen ist. Von Ariel, ne. Und hier haben wir wirklich abgefahrene Töne drin. Das ist wirklich eine schöne Palette. Und ja, ich mag sie. Hier haben wir auch so einen Press Glitterton, den ich auch vielleicht mal irgendwie integrieren sollte. Und dann auch so einen abgefahrenen Äusterton. Also die sind sehr cremig, sehr, 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 sehr schön pigmentiert. Und auch die Mattentöne gefallen mir ganz gut. Soda bekommt man, glaube ich, bei Beauty Bay müsste das sein. Und ja, hier haben wir halt so einen richtig krebsroten Lobsterton. Und das passt auf jeden Fall, ne. Der ist richtig schön orange, gold, schimmernd. Wunderschöne Palette. Hier habe ich drei Paletten von der lieben Tara von TamTam Beauty. Ich habe damals auch sehr, sehr viel ihre Videos geguckt und mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, das war so mit ihre erste. Das ist die Beauty-to-go Palette. Und na, komm schon. Da habe ich... Wow. Ja, so sieht sie aus. Ich habe sie sehr intensiv verwendet, ne. Ganz offensichtlich mag ich die auch ganz gerne. Ja, es ist eine neutrale, zurückhaltende Palette, wo du aber auch Blush, Bronzer und Highlighter mit drin hast. Ich meine auch, dass ich die mal irgendwann mit im Urlaub hatte. Deswegen sieht sie so aus, wie sie aussieht. Es ist aber eine wirklich gute Palette. Also das könnte fast sogar schon eine sein, die ich mal in mein Project Pen oder so mit reinnehmen könnte, weil das tatsächlich passen könnte. Also wir haben hier auch zwei schöne Schimmertöne, theoretisch als Augentöne mit dabei. Das hier könnte man auch als Transition Shade verwenden. Ansonsten haben wir hier ja unsere Töne auch am Start. Dieses Schwarz kann man als Liner verwenden. Also wirklich eine schöne Palette, die jetzt nicht so eine überragende Qualität hat. Also da muss man auch schon ein bisschen mit fusseln, dass man da auch eine vernünftige Geschichte aufs Auge bekommt, meiner Meinung nach. Aber sie ist schön, sie ist solide, ich mag sie gerne leiden. Und es ist einfach eine schöne Lidschattenpalette, die man halt auch fürs komplette Gesicht verwenden kann. Finde ich geil. Also die mag ich. Dann habe ich hier die Sundown Palette von TamTam, die ähnlich aufgebaut ist. Also die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass hier Blush, Bronzer und Highlighter sogar die gleiche Farbe haben, wenn ich mir das angucke. Nee, wir haben ja einen etwas wärmeren Blush. Der hier ist mehr so ins Rosenholz mäßige. Der hier ist vielleicht etwas wärmer unterwegs. Ich glaube, der Highlighter ist ein bisschen dunkler, aber der Bronzer ist identisch. Die Lidschatten-Töne sind etwas wärmer unterwegs. Also auch eine sehr, sehr, sehr schöne Palette. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die hier nehmen. Aber ich muss mich nicht entscheiden, denn niemand zwängt mich. Deswegen behalte ich einfach beide. Ich kann euch einen Ton swatchen und da nehmen wir doch einfach mal diesen Orangeton. Und den kann man halt auch sehr schön kombinieren mit dem Ockerton, der mit dabei ist. Und da auch einen richtig bunten, in Anführungsstrichen, Look zu schminken. Stotterte sie. Genau, so schaut das einmal aus. Auch ein sehr schöner Ton und eine schöne Palette, die man echt gut mit auf Reisen nehmen kann. Wohingegen die Bridal Eyes sich wirklich auf die Augen fokussiert hat, weil sie dazu auch noch die passende Bridal Face rausgebracht hat, die ich persönlich richtig gerne mag. Aber auch die Bridal Eyes finde ich persönlich eigentlich echt cool. Ich weiß noch, als ich die angewendet habe. Es war einfach so schön. Boah, ich mochte sie so gerne. Und ich fand das auch mit diesem Lila so abgefahren. Also das war irgendwie ein richtig, richtig geiles Empfinden. Und deswegen habe ich die auch so gerne verwendet. Aber irgendwie dann halt auch so ein Stück weit mit einem leicht weinenden Auge, weil ich selber halt nicht verheiratet und so und irgendwie gerne wäre. Bla, keine Ahnung. Und ja, laberabarber. Es ist eine schöne Palette. Sie muss aber nicht unbedingt sein. Deswegen werde ich die Palette weitergeben, weil sie mich tatsächlich auch irgendwie traurig macht. Dann gehen wir weiter zu dieser hier. Und das ist die Tati Beauty Palette. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Und ja, ich weiß, dass Melly, die liebe Mello Flory, absolut davon schwärmt. Und ich habe quasi auch den Auftrag von ihr, dass ich sie mehr verwenden sollte, weil sie sie fantastisch findet. Sie hat da teilweise ein paar Töne sogar schon von aufgebraucht. Wow. Ich weiß gar nicht. Genau, das sind alles so grobe Geschichten. Die brauchen wir jetzt gerade nicht swatchen, glaube ich. Ja, ansonsten haben wir halt immer diese Farbfamilien, aber unterschiedliche Finishes, was natürlich mega ist. Und ja, da schauen wir uns vielleicht mal diesen Kupferton hier an. Ich glaube, das ist so eine goldene Mitte von der ganzen Geschichte. Hier haben wir quasi dann so matte Töne mit Schimmer drin. Das sind komplett matte Töne, das sind seidenmatte Töne, nee, Metallic. Und dann haben wir hier diese Glittertöne. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren und insgesamt von den Farben her eigentlich alles sehr nudig, tragbar. Ja, ist eine schöne Sache. Ich glaube, ich muss die wirklich mal öfters verwenden. Die gibt es auch so gar nicht mehr zu kaufen, weil da gab es irgendwie Skandal und hast ja nicht gesehen. Aber ich weiß, dass diese Palette sehr, sehr schwer zu bekommen ist, beziehungsweise war. Und ja, die muss ich definitiv rocken, gar keine Frage. Widmen wir uns dieser Palette. Die war in einer Mystery Bag von The Crop oder The Beauty Crop, die ich bei Beauty Bay gefunden hatte. Vitamin Babe. Ja, sie sieht wirklich gar nicht so ultimativ sexy aus, ist es aber tatsächlich. Also wir haben hier eine richtig gute Qualität, die macht einfach Freude auch in der Anwendung. Ja, also ich finde sie solide. Ich glaube, The Beauty Crop ist gar nicht mal so super teuer, aber auch nicht so super günstig. Also so eine richtige Mittelpreismarke. Aber guckt euch das mal an, ne? Also wenn ich wirklich eine orangefarbene Palette möchte, habe ich hiermit auf jeden Fall eine gute gefunden. Ja, man sieht, sie krümelt ein bisschen, hat aber auch eine ordentliche Pigmentierung. Die macht schon Spaß, ne? Dann kommen wir jetzt mal zu einem Batzen und zwar zu Too Faced. Da habe ich auch wirklich noch allerhand. Ich hatte mal viel, viel mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, Too Faced verschwindet so langsam. Ich weiß wirklich nicht. Also ich finde es ganz, ganz merkwürdig, auch die neuen Paletten, die rauskommen, sind jetzt keine Banger-Paletten. Und ja, keine Ahnung, was da los ist. Also wirklich nicht. Hier habe ich einmal die Sugar Plump Fun Lidschattenpalette, die so süß aussieht mit diesen Feen da drauf, ne? Das ist schon hübsch. Und so schaut sie von innen aus. Too Faced ist generell einfach nicht so super abgefahren. Und die Lidschattenpaletten sind halt nichts, wo ich halt aktiv super viel zu greife. Was ja schade ist, denn damals habe ich Too Faced richtig doll gefeiert, wie, glaube ich, viele von uns, ne? Hier haben wir den, ich sag mal, Highlight-Ton aus der Palette, diesen Sugar Plump. Und ja, der der Palette auch den Namen gegeben hat, ne? Das ist so ein irisierender Ton. Sehr, sehr hübsch. Und jetzt auch nichts super Besonderes mehr, wenn man auch andere Paletten sich so anguckt. Aber das macht halt die Palette aus. Genauso wie das Design. Sie ist einfach süß, ne? Und deswegen möchte die auch gerne bleiben. Dann habe ich hier die Too Faced Too Fum Palette. Das ist diese wunderschöne mit den Schmetterlingen drauf. Hier haben wir eine okaye Qualität. Ganz offensichtlich habe ich diesen Ton sehr geliebt. Und wegen dieser beiden Töne ist es auch hauptsächlich so, dass ich die Palette behalte. Ich finde es super schwierig, mit ihr zu schminken, weil ich diese Töne, also vor allem die Schimmertöne, mit dem Finger aufbauen muss. Ansonsten sehe ich sie nicht auf meinem Auge. Genau. Wir gucken uns jetzt aber vielleicht mal auch einen matten Ton mal wieder an, ne? Joa, so ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Das ist so ein bisschen orange-stichig. So schaut der aus. Ne, das ist so ein richtiger peachy Ton, ne? Und genau, so ist der. Und ich finde den jetzt, also die Palette an und für sich ist jetzt nicht irgendwie, dass ich die so hart feiere. Deswegen hat sie eigentlich auch keine Daseinsberechtigung. Auch dieser Ton hier, ne, ist so weit so schön. Aber ihr seht, ich bearbeite den immer sehr, damit ich ihn überhaupt auf mein Auge bekomme. Ich muss da wirklich immer intensiv rühren. Ist auch tatsächlich dann letztendlich eher so ein topper Ton. Man sieht's, ne? Und ich glaube, die Palette muss mich jetzt leider verlassen. Schade! Die Natural Nudes Born This Way Lidschattenpalette war, ich weiß nicht, auch irgendwie der Anfang einer neuen Ära, die Too Faced zeitweise einberufen wollte. Keine Ahnung. Sie hat eine recht gute Qualität. Es ist eine wunderschöne Nude-Palette, zu der ich eigentlich auch wohl ab und zu mal greife. Aber ich vergesse sie halt oft, bin ich ehrlich. Sie hat aber eine gute Qualität. Also gar keine Frage. Und deswegen wird sie auch auf jeden Fall bleiben. Da gibt's ja auch eine Neuauflage von, beziehungsweise eine Erweiterung, die halt nochmal ein bisschen andere Farben hat und so. Das ist halt keine Palette, wo ich sag, Mensch, du bist 50 Euro wert. Du kannst jetzt mega krass gegen Catrice anstinken, ne? Wenn ich das jetzt mal so ganz ehrlich und salopp sagen darf. Da ist halt einfach die Drogerie an Too Faced schon so ein Stück weit vorbeigezogen. Da kann ich einfach wirklich besser zu einer Catrice-Palette eigentlich greifen. Ich kann da auch besser zu einer Colourpop-Palette greifen. Und Too Faced muss was machen. Ansonsten haben die, glaube ich, irgendwie zukünftig echt ein großes Problem. Denn wo sind die Zeiten, wo sie halt noch solche Paletten rausgebracht haben? Da hast du wirklich gemerkt, dass du was für dein Geld bekommst. Von der Optik her, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Hat gesagt, Mensch, wir wollen die Verspieltheit der Kundin angreifen. Haben hier ein Herz drauf gemacht. Haben das Ganze auch so eine super unpraktische Aufbewahrung, aber wunderschön dreidimensional gemacht. Und mit dieser Spitze und so. Das ist eine Palette, wenn ich die halt in Anwendung habe, da freue ich mich drauf. Das ist einfach toll. Da weiß ich, wenn ich damit einen Look schminke, das ist easy peasy. Das funktioniert schnell und einfach. Und die Töne verblenden sich wie von alleine und lassen sich auch alle total super miteinander kombinieren. Wo sind die Zeiten von dieser Palette hin? Ich weiß es nicht. Also hätten die jetzt diese Palette zum Beispiel in so einem Design gemacht. Oh mein Gott. Das wäre durch die Decke gegangen. Wirklich. Ja, die hier ist auch noch sehr stark beduftet. Ich rieche es jetzt tatsächlich. Und ist nicht jedermanns Sache. Aber die ist der Hammer. Ich meine, wie viele YouTuber haben auch gesagt, Das ist meine Hochzeitspalette. Safe. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Einfach, weil die so No-Brainer mäßig funktioniert. Ich finde die wunderwunderschön. Und ja, wird es die noch irgendwie geben, würde ich euch empfehlen, euch die zu holen, weil die fantastisch ist. Ja. Dann habe ich hier noch zwei kleine von diesen, Sam schüttelt sich, von diesen metallischen Paletten. Das war ja auch wirklich mal so eine Art Sammelleidenschaft von mir. Da habe ich mir ganz, ganz viele von geholt. Und davon übergeblieben sind nur noch die beiden. Die Sugar Cookie Palette habe ich mal von meinem Freund geschenkt gekriegt. Deswegen wird die auch auf jeden Fall bleiben. Und sie ist eigentlich auch ganz süß. Also da kann man auch einen schönen Look mit schminken. Das ist auch eine Palette, die ganz einfach funktioniert. Wo man sich... Das ist ja magnetisch. Das ist ja witzig. Muss man sich keine Sorgen machen, dass da jetzt irgendwie was komisch auf dem Auge wird oder so. Also ganz, ganz tolle Palette. Das macht Spaß. Und die haben auch eigentlich bei diesen metallischen 6er Paletten, 8er Paletten eine gute Qualität mit drin. Die sind halt nur irgendwann... Ja, ich sag mal, die haben übertrieben. Die haben da eine nach der nächsten rausgehauen. Sodass die, die die gesammelt haben, einfach keinen Bock mehr hatten, die weiter zu sammeln. Weil es einfach zu viel wurde. Weil die auch einfach nicht günstig sind. Und ja, sowas kauft man sich vielleicht mal. Das gönnt man sich vielleicht mal. Oder lässt sich das einfach mal so schenken. Aber es ist nichts, wo man jetzt im Monat zwei Stück von braucht. Oder? Meine Meinung. Genau. Genau. Bestätige ich mich selber. Dann habe ich die Shake Your Pompoms. Da weiß ich gar nicht, ob ich die auch von meinem Freund gekriegt habe. Ja, habe ich. Habe mir ein Herz drauf gemalt. Und ja, so schaut sie aus. Die würde ich halt eigentlich aufgrund dessen, dass ich sie von meinem Freund gekriegt habe, ungern weitergeben. Ich persönlich finde, dass man hiermit jetzt nicht so den schönen... Also nicht so schön wie jetzt hier mit der Sugar Cookie, ne? Den Look schminken kann. Aber sie ist trotzdem ganz süß. Und ich werde damit nämlich immer so ein bisschen zu dunkel. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Weil der Rosé-Schimmerton, der hier mit drin ist, der hier oben, ist halt noch zu dunkel für mich tatsächlich, um ihn als Inner Corner Highlight Ton zu verwenden. Und da muss ich da auf jeden Fall einen Highlighter noch mit dazu nehmen. Also ne, guckt euch das an. Das ist eine richtig schöne Qualität. Da kann man sich eigentlich echt nicht beschweren. Aber wie gesagt, Too Faced hat es übertrieben. Die haben da einfach zu viele hintereinander rausgehauen. Und dann kam das halt auch wirklich lieblos irgendwann rüber. Keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung. Hätten sie vielleicht eine im Monat oder eine alle zwei Monate machen können. Und hätten da einfach immer wieder auch so eine Serie gehabt. Weiß ich nicht. Ja, ich habe auch von diesen metallischen noch diese hier. Die Italian Spritz. Das hatten die jetzt dann irgendwann zwischenzeitlich, glaube ich, mal wieder gemacht. Denn die hatten eine ganze Zeit lang auch die nur in der Pappverpackung. Dann kam aber die hier um die Ecke. Und die fand ich dann einfach interessant und habe sie mir bestellt. Und die schaut so von innen aus. Hat halt wirklich diese klassische Geschichte, die wir auch von den ganz, ganz alten Chocolate-Paletten und so kennen von Too Faced. Und hier kommt auch ein Duft raus. Also die sind auch ein bisschen beduftet. Und hier haben wir auch schöne Töne drin. Also da habe ich auf jeden Fall Summer-Vibes, wenn ich die verwende. Diesen Mama Mia-Ton hätte genauso gut Odenseye in jeder Palette drin haben können. Hö, hö. Und ja, das ist auch schön, ne. Es ist solide. Aber wie gesagt, die Qualität lässt dann doch irgendwie letztendlich ein bisschen zu wünschen übrig. Also da muss man schon ein bisschen mit arbeiten, um da halt vernünftige Looks mit rauszukriegen. Aber ja, es funktioniert unterm Strich. Und was bei Too Faced halt auch leider immer wieder der Fall ist, wir haben in den Paletten immer recht, also in den großen, recht viele ähnliche Töne mit dabei. Wenn ich mir jetzt den, den und den angucke, ist der hier vielleicht noch ein bisschen mehr ins wärmere Ocker, ne. Aber was soll das? Warum macht man das zum Beispiel so in eine Palette mit, ich verstehe es halt einfach nicht. Aber gut, eine schöne Sommerpalette ist es auf jeden Fall. Und dann habe ich hier die Maple Syrup Pancakes Palette mir mal gekauft. Finde ich auch ganz süß und ganz hübsch, ne. Das ist halt so eine typische, ich habe was zu essen, ich habe hier auch ein paar Herzchen drauf und so schaut sie von innen aus. Also für eine Maple Syrup Pancakes Palette finde ich sie einfach zu grün, zu blau und zu wenig hell. Also bei Pancakes denke ich auch an ein Orange, ich denke an ein Gelb. Also irgendwie haben die Töne nicht unbedingt was mit dem, was da so außen drauf ist, zu tun, ne. Also weiß ich nicht. Und dann haben wir auch noch den braun, den braun, den braun und den braun. Warum? Verstehe ich nicht. Ja, wir haben ja auch noch so einen abgefahrenen Pinkton. Wobei ich da auch nicht weiß, was es damit zu tun haben soll, dass wir Pancakes mit Sirup essen sollen. Ne, einfach weil es Too Faced ist. Okay, das passt dann schon, aber ich weiß nicht. Und so abgefahren ist die Palette jetzt auch nicht, sodass ich diese Palette auch, und das watche ich hier nochmal eben mit drauf, ich werde die weitergeben. Ne, das ist jetzt keine Palette, die mich halt so flasht und ich finde es einfach schade. Also da hat jemand einfach gepennt, ganz ehrlich. Dann habe ich hier die Uncharted Forest Palette. Das ist einfach hübsch. Also, wenn die bei den Pappverpackungen so ein Design machen, dass du das halt dieses Scherenschnittmäßige hinten hast, dieses Dreidimensionale, finde ich das hübsch. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es dann halt eine Pappverpackung ist und das sieht auch alles sehr liebevoll gestaltet aus. Drinnen haben wir halt wieder, naja, eine Palette, wo man halt versucht hat, so viele Töne reinzupacken, wie es nur irgendwie geht, die irgendwie vielleicht jedem gefallen könnten. Aber ja, es ist ein bisschen zeitreisentechnisch stehen geblieben. Ja, wir haben hier einen Bronzer mit dabei, der Rudolf heißt, was ich feiere. Wir haben einen viel zu dunklen, für mich viel zu dunklen Highlighter und zwei Blushes, wovon einer mattes und einer schimmernd. Ja, und solide Töne. Also, ich würde sie jetzt theoretisch nur wegen der Umverpackung behalten, was schade ist, ne. Und deswegen werde ich die dann auch sehr wahrscheinlich weitergeben. Wir gucken uns aber mal auch die Qualität an. Ich meine, die Palette ist auch schon ein bisschen älter und ich meine auch, dass ich die mal geschenkt gekriegt habe von, ich glaube, meinem Freund oder so. Es war, glaube ich mal, wirklich eine Weihnachtspalette gewesen. Ich habe mir einfach viel, viel mehr von ihr erhofft. Wobei der Goldton schon wieder schön ist, ne. Aber ich finde sie halt, wenn ich sie auch, also wenn ich hier so dieses, ne, ich denke natürlich hier an Rot, Grün, Lila, Silber und Blau. Und dann mache ich sie auf und denke mir, okay, ich habe hier Nude mit dabei, ich habe hier einen so irisierenden Irgendwas-Ton mit dabei und ganz viel Beere. Brauche ich nicht. Also das passt auch überhaupt nicht zum Verpackungsdesign. Das ist alles irgendwie so, das ärgert mich. Bin ich ehrlich, ne. Ärgert mich wirklich, dass die Palette von innen nicht so schön ist. Und deswegen tut es mir sehr leid, aber sie wird nicht bleiben, oder? Ja, dann habe ich hier die Natural Lust Palette. Die habe ich mir mal gekauft und ich finde die eigentlich auch sehr schön. Ich weiß noch, dass ich die auch wirklich sehr, sehr gerne verwendet habe. So schaut sie von innen aus. Das ist eine total, die sieht ungefähr genauso aus wie die, wie die Häschenpalette, die wir gerade hatten, oder? Ja, wir haben hier viele Cool Tones mit drin. Das ist halt eine komplette Nude Palette. Und dann hast du noch dieses Peacocking mit dabei, was so ein bisschen poppig unterwegs ist. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Beerefarbenes mit am Start. Hier haben wir auch viele Töne, die sich sehr, sehr ähneln, aber sehr gut funktionieren. Also die wird auch bleiben. Peacock passt natürlich, weil wir hier diesen Peacock auch haben. Okay, sei ihr gegönnt. Und das ist eine wirklich alte Palette. Die ist wirklich alt, alt, alt. Meine Herren, ist die alt. Weiß nicht, fünf Jahre oder so. Hier haben wir dann einfach diesen Kupferton. Und ja, ne, das war halt auch wirklich noch eine feine Kiste. Hier haben wir auch vernünftige Pfändchen, wo du mit dem Finger auch gut reinkommst und so. Doch, das ist eine schöne Palette. Die macht mich glücklich, die darf bleiben. Die habe ich mir letztes Jahr im Sale gekauft. Mary Mary Makeup hieß diese Palette. Und wenn man die natürlich von außen sieht, denkt man auch, dass wir hier vielleicht die ein oder andere etwas buntere Farbe mit dabei haben. Vielleicht auch etwas, um einen Weihnachtslook zu schminken. Und dann haben wir einfach nur die Pfändchen angeordnet wie ein Tannebaum. Ein Grün haben wir mit dabei. Yay! Aber ansonsten ganz viele Nude-Töne. Vor allem die matten Töne sind nude. Ein bisschen Blush haben wir mit dabei. Und ein Highlighter. Schade eigentlich. Eigentlich ist es wirklich schade. Ich möchte ihr aber eigentlich echt noch irgendwie mehr eine Chance geben. Und ich hoffe einfach, dass ich sie mehr verwende. Ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich sie auch erstmal bei mir. Winter Wonderland ist natürlich auch ein ganz spezieller Ton. Ein hübscher Ton. Aber hier haben die halt auch die Pfändchen wieder so gemacht, dass sie relativ klein sind. Ich komme da mit dem Finger nicht ganz gut zurecht. Winter Wonderland ist auch... Naja, den kannst du solo tragen. Es kann aber auch als Topper Shade zu sehen sein. Kannst du... Also, ne? Ja, so. Weiße Wohl. Genau. Ansonsten halt, wie gesagt, sehr viele Nude-Töne mit dabei. Ich habe sie ein bisschen günstiger bekommen. Deswegen freue ich mich da trotzdem noch drüber. Und ich bin Weihnachtsfan und mag sie eigentlich ganz gerne. Trended Up Nude Mood habe ich hier. Ja, ne? Das ist jetzt auch nichts super krass Abgefahrenes, Abgespacedes. Und diese Töne haben wir jetzt heute auch schon ein paar Mal öfters gesehen. Ich glaube nicht, dass sie bei mir bleiben wird. Wir gucken uns aber diesen Ton mal an, ob der vielleicht mich dann doch noch irgendwie überzeugen kann. Aber ich glaube, es ist eher weniger. Na, der ist schon nicht schlecht. Ne, die wandert weiter. Oder? Ich gebe ihr noch eine Chance. Doch, eine Chance bekommt sie noch. Hey, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, liebe Kamera. Entschuldigung, liebe Stativ, dass ich so böse heute mit dir bin und ständig gegen dich ditsche. Hier habe ich eine Palette, die ich einfach irre feiere. Das ist halt schwierig. Das ist von Twicey. Die habe ich mir mal in einer Kooperation selber zusammengestellt. Und hier hinten habe ich mir auch drauf geschrieben, welche Töne ich verwendet habe. Also sollte es euch interessieren, könnt ihr das gerne mal screenshotten. Ich weiß nicht, ob es die Töne noch so gibt. Aber ja, das sind die Töne, die ich für meine Palette verwendet habe. Also das ist schon ein paar Jährchen her, huch, dass ich die Kooperation hatte. Und da war ich auch schon voll auf diesem grünen Trip. Fand es auch total abgefahren, dass die hier so einen Duo-Chrome-Ton auch mit dabei hatten. Also damit kann ich auch immer wieder richtig schöne Looks schminken. Oh mein Gott, wie siehst du aus? Ich muss die unbedingt hier mal wieder so ein bisschen schicky machen. Was ist denn los mit dir? Wie bin ich mit dir umgegangen? Keine Ahnung. Also wahrscheinlich durch den Umzug von unten nach oben oder so. Keine Ahnung. Eine richtig geile Palette. Also wir haben hier knallige Töne mit dabei. Wir haben hier aber auch ein bisschen nudigere Sachen, dass ich mich hier so ein bisschen mal an so ein bisschen entspanntere Geschichten ranwagen wollte. Den gucken wir uns einfach mal zusammen an. Ich habe euch dazu aber auch immer wieder auch Swatches gezeigt, Videos gemacht und so, weil ich die einfach richtig gut finde. Und die Qualität von der Palette ist auch wirklich abgefahren. Hoch, nochmal hoch. Natürlich. Das hier ist auch eher so ein topper Ton, aber er ist wundervoll. Also wenn du den zum Beispiel über dieses Rosa drüber machst, sehr, sehr hübsch. Und auch die matten Töne, die Kanten, also die lassen sich wirklich so gut auftragen, so gut verblenden. Das ist jetzt keine super cremige, oh mein Gott, super cremige Palette oder so, aber es ist eine richtig geile Kiste. Leute, das ist mal ein Blau. Wow. Ich darf sie nur nicht vergessen. Das muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil eben weil es eine Palette ist, die ich mir selber zusammengestellt habe, ist das nichts, die jetzt irgendwie explizit in irgendwelchen Reviews oder Full Face Making Of oder so für mich in den Kopf kommt. Ich habe sie so gern und muss einfach öfters an sie denken. Dann habe ich hier noch ganz, ganz wenige, um ehrlich zu sein, Urban Decay Lidschatten Paletten, die ich mir teilweise ertrashed habe, teilweise sehr, sehr günstig bekommen habe, als der Urban Decay Online Shop zum Beispiel geschlossen hat oder halt auch geschenkt bekommen habe. Hier habe ich die Stoned Vibes Palette. Ich habe so gehofft, dass ich sie sehr, sehr viel verwende, weil das ist eine reine Schimmerpalette. So schaut sie aus, beziehungsweise wir haben, ja gut, vier matte Töne, die du theoretisch mit allen kombinieren kannst. Aber diese Palette ist so schwierig, so, so schwierig aufs Auge zu bekommen, das sage ich euch. Nee, da habe ich einfach keinen Spaß mit, ne? Man kriegt super schnell, wenn man nicht aufpasst, in diesen Fändchen ein Hard Pen. Ich meine, wenn man dann reingeht und sie swatch denkt und sich, oh mein Gott, ich will dich behalten, bleib bei mir, ne? Die ist nämlich schon schön, aber ich vergesse sie halt auch immer wieder, weil ich immer wieder denke, ach, die Kay, die wollen mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Die kriegt man halt noch bei Sephora, jedenfalls vereinzelt. Aber auch diese Palette, die kriegt man da gar nicht mehr. Ich finde sie aber trotzdem schön. Die möchte bleiben. Dann habe ich hier die Naked Honey Palette. Die habe ich mal bekommen im Trash, glaube ich. Da war ich halt total fasziniert, auch von diesen ganzen Goldtönen und so weiter. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich halt einfach auch Goldtönen in anderen Paletten, die mich deutlich mehr flashen. Weswegen ich glaube, dass die Honey Palette jetzt einfach mal, ja, die hat fertig, ne? Also, die gebe ich jetzt weiter. Man vermisst hier einfach auch ein mattes Gelb, um das Ganze halt noch wirklich honigmäßig auf die Augen zu bringen. Nein, wir sind durch. Diese Palette mit Prince in der Kooperation habe ich von der lieben Emmy, jetzt Justman, gerade erst geschenkt bekommen. Die möchte auch gerne noch ausprobiert werden. Habe ich noch nicht im Einsatz haben können. Und, ähm, ja, die ist, ups, na, ziemlich fancy, wenn man die so aufklappt. Und dann hat man diese Töne hier. Auch hier wenig matte, viele Schimmertöne. Spricht eigentlich für meinen Vibe, ne? Mal gucken, wie das Groovy Potential aussieht. Oh, das ist ein matter Ton, der so Glitzer mit drin hat. Das ist sehr, sehr abgefahren. Aber wie gut dieser matte Ton ist, ne? Möchte ich auf jeden Fall noch auf dem Auge richtig ausprobieren. Da hatte ich bislang noch keine Zeit vor. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen habe ich erst, ähm, das Video dazu gedreht. Das Geschenke-Video, oder das Zuschauer-Post-Video vielmehr. Die She-Hulk-Palette. Haben wir sie nicht alle für ein Appel und ein Ei bei Parfüm-Dreams oder bei Douglas geschossen? Ja, und dann haben wir sie zu Hause und denken uns, und nu? Hammermäßig ist die jetzt nicht, ne? Also, nee. Ich habe auch nicht mal den Film gesehen. Das heißt, ich habe jetzt auch irgendwie zu diesem She-Hulk keinen persönlichen Bezug oder so. Wir gucken uns mal dieses lila Tönchen an und gucken mal, was der so kann. Ja, den haben wir jetzt auch schon so ähnlich heute ein paar Mal gesehen, würde ich mal so behaupten. Nee, keine Palette, die bei mir bleibt. Das muss nicht sein. Dann habe ich hier die Ultra-Violet-Palette. Die finde ich eigentlich total abgefahren. Jedenfalls fand ich das zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen ist. Jetzt mittlerweile haben halt viele nachgezogen und haben halt auch ähnlich qualitativ gute Produkte rausgebracht. Sodass ich die eigentlich nicht mehr brauche. Dieser Lucid ist quasi der Topper, der alles so ein bisschen Ultra-Violet gestaltet. Also quasi auch diese ganze Kontrastgeschichte reingebracht hat. Ich muss aber gestehen, dass jedes Mal, wenn ich diese Palette verwende, ich darauf angesprochen werde. Oh mein Gott, was trägst du? Oder ich einfach auch schön finde, was ich dann auf dem Auge habe. Ja, hm. Was mache ich denn nun mit dir, Schätzelein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich gebe ihr einfach nochmal eine Chance, ne? Ja. Ne, ganz ehrlich, so einen Ton, den habe ich auch in anderen Paletten drin. Lila Töne sowieso. Die wird weiter wandern. Wie spricht man das aus? Weisart? Viseart? Ich weiß es nicht. Ähm. Ist die Warm Edit. Die gab es mal bei, äh, Purish. Bekommt ihr aber bei Beautylish, meine ich. Und, ähm, diese Weisart-Paletten sind, oder Viseart-Paletten, sind unheimlich gut von der Qualität her. Ja, wirklich cool und, ähm, ja, die funktionieren auch ganz gut auf dem Auge. Die machen Spaß, die machen Laune. Da kann man gut mit um. Muss ich wirklich sagen. Also, die mag ich auch ganz gerne leiden. Ich meine, guckt euch das an. Ich vergesse nur halt auch bei dieser Palette immer wieder, dass ich sie habe und wie krass sie ist, ne? Einfach, weil es eigentlich nur eine Nude-Palette ist, aber die geht eigentlich ab wie ein Zäpfchen. Also, da muss ich mehr zugreifen. Die muss ich mehr verwenden, weil die hat es in sich. Von Wayne Goss habe ich diese Palette mal in einer Beautylish Lucky Bag drin gehabt und, ähm, habe sie, glaube ich, einmal verwendet. Ich finde die gut, aber jetzt nicht so, dass sie unbedingt bleiben müsste. Bin ich ehrlich. Die ist halt auch echt teuer. Und ich habe mich dann auch gefragt, Mensch, warum bist du denn so mega gehypt, sag mal. Ne? Wir haben ja einen krassen Schimmerton drin. Alles andere ist halt eher so, ne, nicht schimmernd, wobei der noch ein bisschen schimmernd ist und der hat so leichte Sparkles drin. Das ist halt keine Palette, wo ich sage, Mensch, ja, du, ich habe Bock auf einen Look mit dieser Palette, ne? Das ist eher ein Topper-Shade, den du halt überall drüber machen kannst. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so konzipiert, damit du halt deinen Look mit den mattentönen gestaltest und das hier als Topper drüber gibst. Ne, die wird nicht bei mir bleiben. Yves Saint Laurent, da habe ich mir bei Look Fantastic in der Kooperation für einen ganz bestimmten Look diese Palette einmal ausgesucht. Das ist die Couture Mini Clutch 200. Ja, und so schaut sie aus. Da kann man wirklich einen soliden Look mit schminken. Das ist aber tatsächlich nicht unbedingt das Geld wert. Bin ich ehrlich, da muss es eigentlich nicht so eine Palette sein, um sich einen Look, ne? Also, um sich einen Nude-Look zu machen. Aber schön ist sie auf jeden Fall. Eine gute Qualität hat sie auch. Ja, eigentlich gibt es da nichts zu meckern, außer am Preis. Bin ich ehrlich, ne? Das ist schön und ich habe sie da. Ich kann sie auch gerne zukünftig immer weiterverwenden, weil sie einfach schön ist. Auch hier, warum packen die in solche teuren Paletten, solche billigen Applikatoren? Verstehe ich nicht. Ist aber eine süße Palette. Dann hat mich Emmy einfach mal vom Hocker gehauen. Denn sie hat mir diese riesige Palette zukommen lassen. Das ist einfach der Hammer. Das ist die Couture Color Clutch. Ja, 1 Paris. Ja, das ist einfach mal die große Schwester, ne? Und ich bin einfach überwältigt. Ich habe sie noch nicht angewendet. So schaut sie aus. Hammer. Also, wir haben hier sehr viele seidige Töne mit dabei. Hier mit dem Gelb halt auch noch so einen krassen Ton, was man einfach in der Yves Saint Laurent Palette nicht so vermuten würde. Das hat mich umgehauen, als ich die halt ausgepackt habe. Richtig, richtig, richtig geil. Und ja, hier ist, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen mehr Kapitiers dahinter. Ich weiß es nicht, ne? Das ist eher ein topper Shade. Gucken wir uns mal das Gelb an. Ich bin jetzt einfach mal neugierig. Das ist so eigentlich so ein matter Ton mit so leichten Sparkles drin. Oh, das sieht schön aus. Also, wenn die jetzt auch vernünftig auf dem Auge wirkt und hält, ich glaube, dann werden wir Freunde. Ja. Hier habe ich eine Palette von Yves Rocher, die Lune Enchanté Palette. Das ist eine kühle Palette, die mich jetzt nicht so vom Hocker haut. Also, sie ist ganz süß und wir haben hier zwei matte Töne drin. Warum auch immer wir keinen etwas dunkleren mattenton mit dabei haben, um dann noch eine Verdunklung überhaupt in den Augenlook reinzubringen, finde ich schon mal schade. Ja, und ich meine, sie ist süß. Ich finde auch diesen Lünen halt richtig hübsch. Ich finde diesen Ton hier oben, diesen irisierenden, auch hübsch, ne? Aber das taucht mich jetzt nicht so von der Socken, bin ich ehrlich, ne? Deswegen, die wird auch weiter wandern. Diese Palette ist so süß. Die habe ich mal in einer Kooperation bekommen von CC. Das ist, äh, ja, die Katzenpalette 02, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Das ist ein richtig niedliches Quattro. Und da kann man halt auch einen easy peasy Look mitschminken. Das funktioniert total einfach. Das ist einfach schön und, äh, ne? Ja, tolle Farben, neutrale Farben, aber nicht zu neutral. Oh mein Gott, ja, äh, auch sehr weich gerade, wie ich, äh, hier fühle. Man geht ja selten mit dem Finger in matte Töne rein, ne? Und, ähm, das haut einen nicht so vom Hocker, von der Intensität her, aber es macht einfach wirklich Freude, damit einen Look zu schminken. Das geht schnell und einfach. Es ist relativ vorgegeben, welche Töne man dann so nimmt. Und, ähm, dann hat man halt einen schönen Alltagslook und ein Lächeln auf den Lippen, eben wegen dieser süßen Katze, die da vorne drauf ist und diesem eingeprägten Blümchen und dem Katzenkopf, der da auch mit drin ist. Also ich finde es schon süß. Ich behalte die auch. Und dann habe ich hier zu guter Letzt die Soft Sun Voyager von Zoeva. Was ist eigentlich aus Zoeva geworden? Hm? Äh, ja, Rise and Shine. Das ist diese 6er Palette. Ah, sie atmet schwer. Es ist wirklich so. Ähm, keine Ahnung. Eigentlich ist die gar nicht so schlecht, aber ich greife da nie zu. Auch wenn dieser Ton, und der ist ja wirklich abgefahren, ne, der Romans. Aber sie wird aussortiert, weil ich da einfach gar nicht mehr zu greife. Und hier sehen wir, was dann letztendlich übrig geblieben ist, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ja, hier sind jetzt tatsächlich zwei leere Regalböden. Äh, befinden sich nun 210 Lidschattenpaletten hier in meiner Sammlung. Und hier auf dem Boden aussortiert sind 102 Lidschattenpaletten. Das heißt, ich habe es tatsächlich gemacht, ohne mir das selber vorzugeben, dass ich ein Drittel meiner Sammlung einfach mal aussortiert habe. Wow. Ich bin herrlich mit euch. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich finde es auch mehr als abgefahren. Wenn ich die Paletten da jetzt so liegen sehe, ist es so, really, Claudi? Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich bin mir gerade selber noch nicht sicher. Und ihr seht auch anhand meines Outfits, dass tatsächlich ein Outfit-Changing stattgefunden hat. Das heißt, ich habe das Ganze auch an zwei Tagen gedreht. Ähm, ja. Es ist jetzt auch schon wieder spät. Gestern habe ich bis kurz vor zwölf gedreht. Jetzt haben wir es irgendwie kurz vor elf schon wieder. Und es ist abgefahren. Ich hoffe, dass ihr dieses Video genießen könnt und dass ihr das vielleicht in ein paar Teilen auch euch angeschaut habt. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was eure absoluten Lieblingspaletten sind und auf die ihr niemals verzichten könntet. Und ob euch vielleicht dieses Video geholfen hat bei der Auswahl für euch persönlich. Genau. Ja. Ihr Lieben. Oder ob es euch geholfen hat, dass ihr eure Sammlung einfach auch mal auf links dreht. Ihr Lieben. Verwendet die guten Stücke und guten Schätze, die ihr habt. Ganz egal, wie teuer oder günstig sie waren. Wenn euch etwas glücklich macht, dann gehört es in euer Gesicht. Denn das bringt euch zum Strahlen und das finde ich immer sehr, sehr positiv. Ja. Das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.